Der Geigenspieler Vor etwa zwei Jahren zog ich endlich in ein nagelneues Haus in einem brandneuen Baugebiet in Australien ein. Ich war einer der ersten, die in der Gegend ein fertiges Haus bekam und ich freute mich, endlich unabhängig zu werden. Die ersten Wochen verliefen ganz normal und in dieser Zeit ging ich nachmittags oft allein mit dem Hund spazieren und durchstreifte die umliegende Siedlung. Alle Straßen um uns herum waren teilweise fertiggestellt und alle anderen Grundstücke waren abgesteckt, aber es waren keine anderen Häuser gebaut worden. Außer einem, das sich direkt gegenüber von meinem befand. Das Haus sah fertig aus, aber es war noch keine Einfahrt angelegt und soweit ich es beurteilen konnte, wohnte dort niemand. Links von meinem Haus, etwa ein paar hundert Meter entfernt, befand sich ein Feld mit einem riesigen Hügel darin. Später fand ich heraus, dass das gesamte Gebiet Eigentum der Gemeinde war und nicht nur, dass dort niemand bauen durfte, sondern der ganze Hügel war im Grunde eine Sperrzone. Aus welchem Grund auch immer, die Stadtverwaltung wollte einfach nicht, dass sich dort Menschen aufhalten und so war das gesamte Gebiet von einem riesigen Maschendrahtzaun umgeben. Das einzig Auffällige in der Gegend war ein kleines, verlassenes Bauernhaus mit einem Schuppen ein paar Kilometer die Straße hinunter. Ich wusste nichts darüber und ging oft mit dem Hund dort spazieren, weil ich dort inmitten des riesigen Nichts, in dem ich lebte, etwas Leichtes entdecken konnte. Der ganze Ort war baufällig und völlig unbewohnbar, aber dennoch interessant. Etwa ein oder zwei Monate nach meinem Einzug wachte ich eines Morgens auf und hörte den Klang einer Geige. Es klang sehr weit entfernt und ziemlich eindringlich. Ich genoss es sogar und nahm an, dass die Nachbarn mir gegenüber endlich eingezogen waren. Aufgeregt, dass ich endlich jemanden zum Reden hatte, lugte ich durch den Vorhang und sah, dass das Haus gegenüber von meinem immer noch so leer stand wie eh und je. Ich zog mich an, aber als ich einen Blick nach draußen werfen konnte, hörte die Geige auf. Das passierte in der nächsten Woche, ungefähr jeden zweiten Tag. Die Geige weckte mich auf und verschwand dann nach etwa 45 Sekunden einfach. Ich ignorierte es bis zu dem Punkt, an dem meine Neugier mich einfach übermannte und als ich am nächsten Morgen wieder die Geige spielen hörte, sprang ich sofort aus dem Bett, warf meinen Morgenmantel über und schoss zur Haustür hinaus. Ich suchte die frühmorgendliche Umgebung ab und da, oben auf dem Hügel, stand eine geigenspielende Gestalt. Es war kaum hell genug, aber die Person sah aus der Entfernung, in der ich mich befand, sehr groß aus. Während sie spielte, machte sie etwas, das man nur als Walzer-ähnlichen Gang bezeichnen konnte, indem sie sich langsam im Kreis drehte, während sie spielte. Ich ließ die Person aus den Augen und ging hinüber, um die Morgenzeitung zu holen und in den zehn Sekunden, die ich brauchte, hörte das Geigenspiel auf. Als ich aufblickte, bemerkte ich, dass die Gestalt nicht mehr spielte oder tanzte, sondern jetzt still stand und wahrscheinlich in meine Richtung schaute. Es war so dunkel, dass ich nichts mehr erkennen konnte und wir standen beide eine halbe Minute lang regungslos da, bevor mich das Unbehagen übermannte und ich wieder ins Haus ging. Nach diesem Morgen begannen die Dinge zu passieren. Bei meinen Spaziergängen bemerkte ich auf den umliegenden Grundstücken Fußabdrücke, die nicht von mir stammten und die ich noch nie zuvor gesehen hatte und ich nahm einfach an, dass sie von Leuten stammten, die aus den anderen Wohngebieten der Straße kamen. Ich bin nie von der Geige aufgewacht, aber ich habe geschworen, dass ich in den frühen Morgenstunden jemanden auf der Straße neben meinem Schlafzimmerfenster laufen hörte, aber ich habe nie etwas gesehen. Auch andere, ganz allgemeine Dinge, wie zufällige Werkzeuge wie Spaten und Haken, die in der Gegend herumlagen und von denen ich annahm, dass sie von Bautrupps zurückgelassen worden waren, habe ich nie gesehen. Ich begann, Anrufe auf der Arbeit zu erhalten, bei denen sofort aufgelegt wurde und ich hörte auch auf, zu dem verlassenen Bauernhaus zu gehen, da mich die Erfahrung mit dem Geigenspieler ein wenig erschüttert hatte. Eines Abends, als ich zu Bett gehen wollte, schaltete ich den Fernseher im Wohnzimmer aus und hörte wieder den schwachen Klang einer Geige. Allerdings klang er gedämpfter und einstudierter. Ich erstarrte und ein kalter Schauer durchlief mich augenblicklich. In Anbetracht der Tatsache, dass es etwa Mitternacht war und nicht die übliche Zeit, zu der ich sie spielen hörte, ging ich zum vorderen Fenster und spähte hinaus, um zu sehen, dass in dem Haus gegenüber von meinem ein Licht brannte. Es war eindeutig eine Kerze, denn ich konnte das schwache Licht in dem leeren Fenster flackern sehen und die Musik klang, als käme sie aus einem alten Plattenspieler, aber in den zehn Minuten, die ich zusah, sah ich keine Bewegung im Haus. Erschrocken entfernte ich mich vom Fenster und nach weiteren fünf Minuten hörte die Musik abrupt auf. Ich spähte wieder hinaus und bemerkte, dass das Licht nun aus war. Ich habe niemanden gesehen. Ich begann, mich im Haus unwohl zu fühlen und lud oft Freunde ein, um bis spät in die Nacht herumzuhängen, aber natürlich passierte nie etwas, wenn jemand anderes bei mir war. Ich machte mir nie die Mühe, es einem meiner Freunde zu erzählen, denn ohne Beweise dachte ich, sie würden mich nur ausschimpfen und ich würde mich nur noch mehr aufregen. Aber das war nichts im Vergleich zu dem, was dann passierte. In meinem Wohnbereich steht der Schreibtisch direkt neben meinem kleinen Fenster, das auf den Zaun und mein Grundstück hinausgeht. Der Stahlzaun ist buchstäblich eine Armlänge vom Haus entfernt und etwa einen Meter hoch, sodass ich mir immer dachte, dass ich dieses Fenster im Gegensatz zu den meisten anderen Fenstern nie mit einem Laken oder einer Decke abdecken müsste, weil niemand hineinsehen könnte. Normalerweise hatte ich Kopfhörer auf, wenn ich spielte und das Licht war immer ausgeschaltet, aus keinem anderen Grund als dem, dass ich es vorzog, im Dunkeln zu spielen. Eines Abends, als ich gerade spielte, stand ich auf, ging in die dunkle Küche und holte mir ein Bier aus dem Kühlschrank. Es war totenstill, bis auf den schwachen Ton, der aus meinen Kopfhörern kam. Als ich den Kühlschrank schloss und mich zum Schreibtisch umdrehte, sah ich direkt aus dem Fenster zwei sehr, sehr schwache Lichter. Ich habe das gar nicht mitbekommen und bin sofort zum Schreibtisch zurückgelaufen, fixiert auf die kleinen, leuchtenden Kugeln. Und erst, als ich meine Nase fast an das Glas gepresst hatte, wurde mir klar, dass die beiden Lichter gar keine Lichter waren. Es waren Augen. Ein paar Augen, die direkt über der Zaunlinie saßen und mich mit weit aufgerissenen Augen anstarrten. Sie blinzelten nicht. Sie bewegten sich nicht. Mein ganzer Körper verkrampfte sich. Ich konnte einfach nur zurückstarren, während mein Gehirn noch immer begriff, dass mich eine echte Person auf die unheimlichste Weise ansah, die ich mir je vorstellen konnte. Ich weiß nicht, was geschah. Entweder schaltete mein Kopf aus oder meine Muskeln lockerten sich, aber mein Körper brach automatisch zusammen und ich fiel zu Boden und versteckte mich an der Wand, weg vom Fenster. Ich konnte mein Herz wie eine Trommel durch den Teppich schlagen hören, während ich versuchte, so flach wie möglich zu liegen. Während mein Verstand noch dabei war, den Ernst der Lage zu verarbeiten, begann eine Geige zu spielen. Diese verdammte Geige und die eindringliche Melodie, die sie immer von sich gab, setzte ein und dass sie diesmal direkt vor meinem Fenster stand und viel lauter war, als ich sie jemals zuvor gehört hatte. Das Licht war noch raus und ich wollte aufstehen, um den PC-Bildschirm auszuschalten, damit man mich nicht sehen konnte, aber mein ganzer Körper war einfach nicht bereit mitzumachen. Der Klang des Instruments war nicht nur außerordentlich laut, sondern klang auch so, als würde es mit Frustration gespielt. Die Noten wurden häufig ausgelassen und die Saiten kreischten. Das Tempo wurde immer schneller und zu diesem Zeitpunkt hatte mein Hund Jeb draußen im Garten die Situation erkannt und bellte einmal tief und einsam, als er ein ungewohntes Geräusch wahrnahm. Die Geige hörte sofort auf und das Haus war endlich totenstill, bis auf meine Kopfhörer, die ich leise arbeiten hören konnte. Ich war immer noch wie erstarrt und erst als Jeb ein zweites bedrohliches Bellen von sich gab, hörte ich, wie sich die Gestalt vor dem Fenster in Richtung meines Gartens entfernte. Sobald der erste Schritt den Boden berührte, dachte ich sofort an das Wohlergehen meines besten Freundes und schließlich verband sich mein Kopf mit meinen Gliedmaßen und mein ganzer Körper schaltete auf Overdrive. Ich erhob mich vom Boden und glitt über den Laminatboden zur Hintertür, wo Jeb stand und in den Garten starrte. Ich duckte mich, um nicht aufzufallen, entriegelte leise die Tür und schob sie auf. Normalerweise würde ich Jeb damit zu verstehen geben, dass er ins Haus darf, aber als ich die Tür öffnete, bewegte er sich keinen Zentimeter und war völlig auf dem pechschwarzen Hinterhof fixiert. Alles sagte mir, dass ich nicht nach draußen gehen sollte, aber ich wollte auf keinen Fall zulassen, dass meinem Hund etwas zustößt und so begab ich mich auf die Terrasse, stellte mich hinter Jeb, legte meine Hand unter sein Halsband und versuchte, ihn zum Haus zu führen. Jeb ist ein reiner Labrador und wiegt so viel wie ein Sandsack. Wenn er sich also nicht bewegen will, braucht man eine enorme Kraft, um ihn in die Richtung zu ziehen, in die man ihn haben will und im Moment ging Jeb nirgendwo hin. Ich zerrte an seinem Halsband und als ich das tat, stieß er ein Bellen aus, wie ich es noch nie zuvor gehört hatte. Ein tiefes, brüllendes, verpiss dich, das meine Nerven auf ein neues Niveau hob. Wir standen beide einfach nur da und warteten auf irgendeine Art von Antwort und ich weiß nicht mehr, wie lange wir beide einfach nur so da standen, aber schließlich hörte ich Schritte, die von der Seite des Hauses kamen und sich entfernten. Aber es war kein einfaches Gehen. Es war fast so, als würde derjenige, der sie machte, langsam im Kreis tanzen. Die Schritte bewegten sich im Takt, während sie sich vom Haus weg in die Ferne bewegten. Als ich nichts mehr hören konnte, leckte sich Jab über die Lippen, warf mir einen Blick zu und ging wieder ins Haus. Ich folgte ihm, schloss die Tür hinter mir ab und verbrachte die Nacht damit, mich mit meinem Hund unter der Bettdecke zu verstecken und in mein kindliches Ich zurückzuverwandeln. Ich habe keine einzige Sekunde geschlafen. Das war das letzte Mal, dass ich den Geigenspieler gesehen oder gehört habe. Am nächsten Morgen, als die Sonne endlich aufging, meldete ich mich krank zur Arbeit und rief die Polizei. Sie durchsuchten das Grundstück neben meinem und fanden Fußabdrücke im Dreck, aber es waren so viele, dass es unmöglich war zu sagen, wer zu wem gehörte. Die einzige Beschreibung, die ich dem Beamten geben konnte, war die Größe des Mannes. Er hätte über 1,80 groß sein müssen, um über den Zaun auf mich zu starren, aber sie erklärten mir, dass er auf etwas gestanden haben könnte oder auf den Zehenspitzen. Sie sagten mir auch, dass sie noch nie einen Bericht über jemanden erhalten haben, der in der Gegend Geige spielt oder dass sich jemand auf dem umzäunten Hügel auffällt. Ich kam mir vor wie ein Verrückter, aber die Beamten waren sehr nett zu mir und boten mir an, in den nächsten Nächten in der Gegend zu patrouillieren, was mich beruhigte. Seitdem ist nichts mehr passiert. Im Laufe der nächsten ein oder zwei Jahre zogen schließlich einige Leute ein und ich erzählte ihnen die ganze Geschichte über die Figur, die ich gesehen hatte und denen einige ihre Kinder immer noch in Schach halten, was ich sehr lustig fand. Einer von ihnen gab dem Grundstück der Gemeinde den Spitznamen Violin Hill und dieser Name hat sich seitdem an unserer Straße gehalten. Ich habe sogar einige Zeit damit verbracht, in den Tiefen des Internets nach der Geigenmelodie zu suchen, die ich immer wieder hörte, aber ich konnte sie nicht finden. Es gab ein paar klassische Stücke, die mich daran erinnerten, aber seither denke ich, dass die Melodie, die gespielt wurde, selbst komponiert worden sein muss, was mich noch mehr gruselt. Ich bin immer noch in dem Haus, ich erzähle den Leuten immer noch die Geschichte und ich habe meine Routine kein bisschen verändert, was mir wirklich geholfen hat, die Angst vor dem Erlebnis zu verdrängen. Nur spiele ich jetzt mit geschlossenen Jalousien. Also, an den Geigenspieler vom Hügel, lass uns nie wieder treffen. Der blinde Mann Das ist ja zwar schon fast 16 Jahre her, aber ich erinnere mich noch sehr lebhaft an jedes einzelne Detail dieser Begegnung. Es war so zufällig und so ausgesprochen bizarr, dass ich nie vergessen werde, was genau passiert ist. Zum Hintergrund, ich war zu der Zeit 20 Jahre alt und nachdem ich übers Wochenende Freunde im College besucht hatte, wo ich allein nach Hause und nahm einen verspäteten Zug von Boston in die Vorstadt, wo mein Auto geparkt war. Ich war spät dran und machte mir große Sorgen, dass ich die letzte U-Bahn aus Boston verpasste. Aber zum Glück war der Zug, den ich brauchte, schnell vorgefahren. Ich erinnere mich, dass ich mich über mich selbst geärgert habe, weil ich so unnötig in Stress geraten war, denn ich hatte mit Sicherheit entweder den letzten oder den vorletzten Zug aus Boston verpasst. Und obwohl ich Freunde hatte, bei denen ich bleiben konnte, wenn ich den letzten Zug verpassen würde, musste ich morgens arbeiten und mein Telefon war völlig leer. Die Fahrt war lang und langsam und kaum eine Menschenseele war im Zug, nachdem wir die unmittelbare Umgebung von Boston verlassen hatten. Was nicht weiter verwunderlich war, da es Sonntag und nach Mitternacht war. Auf halber Strecke der 45-minütigen Fahrt schlief ich ein und wurde ruckartig wach, als ich die Durchsage Braintree hörte, meine Haltestelle. In meinem benebelten Zustand schnappte ich mir meine Tasche und sprang aus dem Zug. In dem Moment, als ich merkte, dass ich an der falschen Haltestelle war, schlossen sich die Türen. Es stellte sich heraus, dass sie nur den Zielort des Zuges angesagt hatten, nicht die Haltestelle. Wie du dir vorstellen kannst, fühlte ich mich ziemlich mies, als ich sah, wie der Zug in die Richtung abfuhr, in die ich eigentlich fahren sollte. Ich war die einzige Person, die aus dem Zug ausstieg. Der Bahnhof war völlig menschenleer. Schnell wurde mir klar, dass ich in Quincy war. Drei lange Haltestellen von meinem Ziel entfernt und ich fühlte mich beschissen. Ich brauchte wirklich dringend einen anderen Zug. Ich schaute mich um und stellte fest, dass ich mich am Ende eines verlassenen und auffallend dunklen Bahnsteigs im Freien befand. Die Wahrscheinlichkeit, dass so spät noch ein Zug kam, war zwar äußerst gering, aber es war meine einzige Hoffnung. Ich fühlte mich langsam panisch, dumm und verletzlich. Nach ein oder zwei Minuten, in denen ich entgeistert dastand und dreimal prüfte, ob mein Handy tot war, entdeckte ich plötzlich einen Mann, der allein unter einer Lampe stand, ein Stück weiter unten auf dem langen, schmalen Bahnsteig. Etwas weiter hinter ihm schien der einzige Ausgang zu sein. Es sei denn, es gab auf halber Strecke eine Treppe, die in den Terminal hinunterführte, die ich nicht sehen konnte. Der Mann machte mich zwar etwas nervös, aber er blickte eindeutig auf die Gleise, was mich hoffen ließ, dass noch ein letzter Zug unterwegs war. Ich beschloss, mich einfach auf die Bank in der Nähe zu setzen und unbemerkt im Dunkeln zu warten. Die Bank war teilweise umschlossen und als ich mich darauf setzte, war ich im Grunde von den Schultern abwärts von tiefen Schatten verdeckt und konnte immer noch in jede Richtung sehen, außer direkt hinter mir. Ein kurzer Blick in die Runde bestätigte jedoch, dass ich hier unten definitiv allein war. Ich saß also auf der dunklen Bank und wartete und fühlte mich wohlig verdunkelt. Da ich dunkle Kleidung trug und es an meinem Ende des Bahnhofs so dunkel war, hatte ich die Möglichkeit, den Mann am Ende des Bahnsteigs ziemlich unverhohlen zu beobachten. Der gut Beleuchtete war groß, schlank, nicht alt, so um die 30, hatte helles, leicht struppiges Haar und war lässig, schick gekleidet. Er war jedoch seltsam, stand ungewöhnlich still und schaute auf eine seltsame Weise gerade aus. Irgendetwas stimmte nicht, aber er kümmerte sich um seine Angelegenheiten und wusste wahrscheinlich nicht einmal, dass ich da war. Und obwohl ich mich wirklich unwohl fühlte, fand ich einen kleinen Trost in der Gewissheit, dass niemand mit mir hier unten war und ich die einzige andere Person von meiner dunklen, versteckten Bank aus offen beobachten konnte. Nachdem er ein paar Minuten zugeschaut hatte, begann der Mann ein wenig zu wippen, indem er das Gewicht auf einen Fuß und dann auf den anderen legte. Dann machte er ein paar langsame Schritte auf die Bahnsteigkante zu und ich bemerkte, dass er einen weiß-roten Gehstock für Sehbehinderte benutzte und sich beim Vorwärtsgehen abtastete. Plötzlich war ich sehr erleichtert, denn das könnte seine ungewöhnliche Körperhaltung erklären. Gerade als ich mich entspannter fühlte, verschwand das Gefühl. Er ging immer noch auf die Bahnsteigkante zu und zwar schnell. Ich versteifte mich, setzte mich aufrecht hin und schaute ihn aufmerksam an. Er erreichte die leuchtend gelbe, erhabene Warnstufe aus Metall, die sich ganz am Rand des Bahnsteigs befand, nur einen Fuß breit und direkt vor einem achtfußhohen Abgrund zu den elektrifizierten Gleisen. Dort blieb er stehen und stieß seinen Stock gegen die Kante. Die Zehen waren buchstäblich am äußersten Punkt. Ich stand auf und ging ein paar Schritte näher heran, als er wieder zu schwanken begann, aber noch dramatischer. Meine Gedanken begannen zu rasen. Was war hier los? War das eine Selbstmordsituation? Er befand sich in großer Gefahr. Ich wollte handeln und versuchte schnell herauszufinden, wie ich ihm am besten helfen konnte und dieser arme Mann brauchte irgendeine Art von Hilfe. Ich versuchte nur herauszufinden, wie ich mich ihm nähern sollte, denn ich wollte ihn wirklich nicht erschrecken, da er so nah an der Kante stand. Plötzlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, die aber wahrscheinlich nur ein oder zwei Minuten dauerte, hörte er auf und begann, langsame Schritte rückwärts zu machen, bis er schließlich wieder still stand und gerade ausstarrte, zurück in den Scheinwerfer. Mit rasendem Herzen und kreisenden Gedanken kehrte ich zu meiner dunklen Bank zurück, setzte mich wieder ruhig hin und versuchte zu verarbeiten, was gerade passiert war. Ich wollte diesem Mann helfen, aber mein Gehirn wurde von den Alarmen überwältigt. Ich beobachtete weiter und war so leise wie möglich. Er stand ein paar Minuten lang ruhig unter dem Licht mit Blick auf die Gleise und sicher einige Schritte vom Rand entfernt. Ich beschloss, Hilfe zu holen. Ich meine, er hatte gerade etwas Verrücktes, wirklich Unangenehmes und wirklich Gefährliches getan und ich wusste nicht, welche Absichten er hatte. Ich saß immer noch auf meiner dunklen Bank, kämpfte mit widersprüchlichen Gefühlen und beobachtete ihn heimlich, als er sich plötzlich mit dem ganzen Körper drehte und mir direkt gegenüber stand. Er stand direkt vor mir, genau in dem Winkel, in dem ich saß und er lächelte. Er war weit weg, aber so gut beleuchtet, dass ich erkennen konnte, dass er absolut lächelte und mich plötzlich direkt anschaute. Ich war völlig erschrocken und mir fiel die Kinnlade herunter. Meine Gedanken rasten jetzt wie verrückt. ich erstarrte. Was dann passierte, war so plötzlich, dass ich die ganze Zeit wie eine Statue auf der dunklen Bank saß und ich den geringsten Laut von mir gab. Plötzlich drehte er sich, immer noch lächelnd, zu den Gleisen um und ging, wieder mit seinem Stock bis an den Rand und fing an, von einer Seite zur anderen zu wippen. Nur, dass es jetzt noch tanzähnlicher war. Dann wechselte er die Position, stellte einen Fuß direkt auf die Kante und einen Fuß hinter sich und begann diese übertriebene Ausfallbewegung, wobei er fast vom Bahnsteig sprang, sich aber vorher noch fing. Er tat dies wiederholt. Die ganze Zeit über beobachtete ich das Geschehen aus der Ferne und war, nun ja, entsetzt und verwirrt. Plötzlich hörte er mit all dem auf und drehte sich um. Diesmal schaute er nicht zu mir, sondern in meine Richtung, an mein Ende der Gleise. Er lächelte immer noch, soweit ich das sehen konnte. Langsam ging er den Bahnsteig hinunter und kam auf mich zu. Er ging rechts an der Kante, direkt auf dem Warngleis und ich hörte die ganze Zeit das Klacken des Stocks, der hin und her schwang. Er war so nah an der Kante, dass der Stock in die Dunkelheit fuhr. Er kam immer näher und ich konnte nichts anderes tun, als ihn anzustarren. Wie konnte er so nah an der Kante entlang gehen? Warum kam er hier runter? Er kam immer näher und ich konnte ihn jetzt besser sehen, immer noch das breite Grinsen in seinem Gesicht, leer und lächerlich. Seine Augen, sie waren zugekniffen. Sie waren nicht sanft geschlossen, sie waren aggressiv und übertrieben festgeschlossen. Er war jetzt so nah, etwa 20 Fuß entfernt. Ich dachte, wenn ich noch eine Minute durchhielte, würde er vielleicht an mir vorbeilaufen und wenn er aus dem Weg war, konnte ich losrennen und Hilfe holen. Und vielleicht, nur vielleicht, war es nur ein Zufall, dass er mir lächelnd gegenüberstand. Vielleicht hatte er die ganze Zeit über keine Ahnung, dass ich überhaupt hier war. Vielleicht war er wirklich blind. Aber zu meinem großen Entsetzen blieb er nur etwa 15 Meter vor mir stehen, drehte sich um und sah mich an, die Augen immer noch geschlossen mit einem breiten Grinsen. Er stand jetzt am Rande des Bahnsteigs und sah mich an. Das konnte nicht möglich sein und ich fühlte mich wie in einem surrealen Albtraum und dann wurde es plötzlich viel schlimmer. Er fing an, dieses seltsame, hohe, wimmernde, stöhnende, feminine, leise Lachen zu machen. Er griff nach dem Reißverschluss seine Hose und zog sie auf, während er seinen Stock festhielt. Er zog seine Hose und Unterwäsche herunter und entblößte sich. Dann begann er immer noch mit dem Gesicht zu mir auf und ab zu hüpfen, während er weiter in dieses leise, neckische Lachen von sich gab. Dann wechselte er die Position und fing an, von einem Fuß auf den anderen zu hüpfen, als runtergezogene Hose behindert wurde. Er machte so weiter, lächelnd, die Augen geschlossen und er machte dieses alberne Lachen. Die ganze Zeit über saß ich in einer Art hypnotisierendem Horrorzustand da. Plötzlich hörte ich den Zug laut rasseln und sich schnell nähern. Vor lauter Entsetzen kroch ich vor Gott auf die Knie und hatte gleichzeitig Angst, dass am Ende dieses wahren Wahnsinns jemand von meinen Augen Selbstmord beging oder aus Versehen vom Zug überfahren wurde. Gerade als der Zug den Bahnsteig erreicht hatte und langsamer wurde, begann er wieder zu schwanken und trat einen Schritt zurück. Da es sich um den allerletzten Zug der Nacht handelte, schienen in jedem Wagen einige Leute zu sitzen. Ich wusste sofort, dass ich wahrscheinlich in Sicherheit war. Der Zug hielt an und ich sprintete wie der Teufel den Bahnsteig ein paar Wagen weiter hinunter und sprang rein. Ich weiß nicht, ob er auch einstieg oder nur da stand, aber ich hörte definitiv niemanden schreien oder so. Also nehme ich an, dass er so oder so seine Hose hochgezogen hatte. Und so ließ ich mich im Zug in den Sitz sinken. Mein Verstand war völlig durcheinander. Mein Verstand explodierte in jeder einzelnen Variante des Gefühls, das sich im Grunde genommen als ein riesiges What the Fuck zusammenfassen lässt. Dankenswerterweise fühlte ich mich am Ende wirklich sofort sicher und musste und musste mir keine Sorgen mehr machen, dass er mir aus dem Zug folgte, denn im Braintree stiegen immer andere Leute aus. Es war einfach alles so seltsam und bizarr, dass ich nach all den Jahren Lust hatte, es zu erzählen. Es ist wohl das, was einem Albtraum am nächsten kommt, den ich je erlebt habe. Es war so seltsam, beängstigend, surreal und geschah so schnell, dass es fast so war, als ob ich vor lauter Angst einfach in eine Art Hypnose verfiel, ob ich nicht mehr bewegen konnte. Ich versuche nicht, das Ganze dramatisch darzustellen, ich weiß nur nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Ehrlich gesagt, als ich in den Zug stieg, saß ich nur etwas geknickt da, machte große Augen und lachte ehrlich gesagt in meinem Kopf über den schieren Schock. Das immense Gefühl der Erleichterung, das ich verspürte, als ich in den Zug einstieg, ließ das Gefühl des Entsetzens schnell in ein Gefühl des Unglaubens und der Dankbarkeit umschlagen. Also, an den vielleicht doch nicht so blinden Mann, lass uns nie wieder treffen. Der Railroad Killer Ich war 19 Jahre alt und blieb lange in der Dunkelkammer des Colleges, um einen Film für meinen Fotografiekurs zu entwickeln. Das Fotografiegebäude, ein ehemaliges Tabaklager, war ein dunkler, klobiger Klotz in der Nähe einiger einsamer Bahngleise in einem wenig befahrenen Teil des Geländes. Kurz vor Mitternacht war ich mit der Entwicklung meines Films fertig und machte mich auf den Weg, nervös wie immer, wenn ich nachts in diesem verlassenen Teil der Stadt allein war. Es war dunkel, mehrere der Straßenlatern rund um den Parkplatz waren ausgefallen und die wenigen, die noch übrig waren, gaben ein schwaches, flackerndes Licht ab, das mich nicht gerade beruhigte, als ich zu meinem Auto ging. Ich hörte ihn, bevor ich ihn sah, ein Scharren von Füßen auf dem Asphalt. Er sagte, Hey, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich erschrak und ließ meine Schlüssel fallen und er murmelte eine Entschuldigung, weil er mich erschreckt hatte. Ich bemerkte, dass er einen Jogginganzug trug und hinkte. Was brauchen Sie? fragte ich. Er humpelte ein oder zwei Schritte auf mich zu. Ich glaube, ich habe mir den Knöschel verstaucht. Können Sie mich in die Notaufnahme bringen? Die Uniklinik war nicht weit von hier. Ich zögerte. Der Mann sah ganz sympathisch aus und er schien tatsächlich Schmerzen zu haben. Aber ich hatte vor kurzem ein Buch über den Serienmörder Ted Bundy gelesen, der einige seiner Opfer anlockte, indem er vorgab, einen gebrochenen Arm zu haben und sie um Hilfe beim Tragen von Büchern zu seinem Autobad. Als sie sich bückten, um seine Sachen auf den Beifahrersitz seines VW-Käfers zu legen, schlug er sie mit einem Brecheisen bewusstlos und stopfte sie hinein. Diese Szene spielte sich in meinem Kopf ab, als ich den Mann ansah. Ich fragte mich auch, warum zum Teufel jemand in diesem gruseligen Teil der Stadt joggen wollte. Es tut mir leid, das kann ich nicht tun, aber ich könnte jemanden für sie anrufen. Es gibt ein Telefon im Fotografiegebäude. Da gibt es niemanden zum Anrufen. Ich bin gerade erst hergezogen. Ich kenne niemanden wirklich. Können sie mich nicht einfach fahren? Es ist gleich die Limestone Avenue runter. Er lehnte sich an ein Auto und zuckte zusammen, als er sich den Knöchel rieb. Ich rufe in einen Krankenwagen. rufe ich an. Nein, das kann ich mir nicht leisten. Ich bin nicht krankenversichert. Können sie mich einfach fahren? Ich zahle Ihnen 20 Dollar. Es lag etwas an der Art, wie er diesen letzten Teil sagte. Etwas Falsches. Wie bei der Übung in meinem Schauspielunterricht, bei der wir Mary Had A Little Lamp vortragen mussten, als ob wir einen tragischen Monolog oder eine wütende Rede halten würden. Da war ein Tonfall, der nicht ganz zu den Worten passte, die er sagte. Eine rohe Dringlichkeit, die in mich eindrang und den Panikknopf drückte. Es herrschte einen Moment lang Schweigen zwischen uns. Ich kann Ihnen nicht helfen, sagte ich. Ich gehe jetzt. Ich nahm meine Schlüssel in die Hand und ließ sie zwischen den Fingern gleiten, so wie meine Mutter es mir beigebracht hatte, damit ich sie als Waffe benutzen konnte, falls sie auf mich losgehen würde. Ich ließ sie nicht aus den Augen, während ich die letzten Meter zu meinem Auto schnell zurücklegte. Er sah mir zu, wie ich wegfuhr, immer noch an das Auto gelehnt, mit einem flachen Gesichtsausdruck. Als ich den dunklen Parkplatz verließ und mit aufgedrehter Musik über den Campus fuhr, verflog die Angst. Ich begann, mich ein wenig schuldig zu fühlen, weil ich den Kerl dort zurückgelassen hatte, obwohl ich wusste, dass ich das getan hatte, was meine Mutter und mein Vater von mir gewollt hätten. Ich wollte gerade auf den Parkplatz meines Wohnheims einbiegen, als mir einfiel, dass ich noch ein paar Sachen für das Frühstück am nächsten Morgen holen musste. Also drehte ich um und fuhr in die Richtung zurück, aus der ich gekommen war. Etwa eine Minute später krampfte sich mein Magen zusammen. Da war der Typ im Jogginganzug, der den Bürgersteig entlang lief. Sein Knöchel war völlig in Ordnung. Später in diesem Sommer wurden zwei Studenten meines Colleges an denselben Bahnschienen angegriffen. Das Mädchen überlebte, aber ihr Freund starb. Der Mann, der sie angegriffen hatte, war ein Serienmörder, der von der Polizei als Railroad-Killer bezeichnet wurde. Er ermordete Dutzende von Menschen in mehreren Bundesstaaten, die meisten von ihnen in der Nähe von Bahngleisen. Ich habe sein Fahndungsfoto erst Jahre später im Fernsehen gesehen, aber bei dem Bild brach mir derselbe eiskalte Schweiß aus, den ich spürte, als ich den Mann die Straße entlanglaufen sah. Ich kann mir nicht zu 100% sicher sein, aber mein Gefühl sagt mir, dass ich in dieser Nacht einem Serienmörder entkommen bin. An den Railroad-Killer, dem ich vielleicht nur knapp entkommen bin, lass uns nie wieder treffen. Eine gute Tat. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens weit draußen in den Tälern von Ontario gelebt. Zugegeben, das ist nicht viel für einen 18-Jährigen, aber für mich ist es der einzige Ort, den ich mein Zuhause nennen kann. Ich denke gerne, dass ich die ganze Gegend so weitläufig sie auch ist, wie meine Westentasche kenne. Abenteuer über die langen, sich kreuzenden Straßen, Weiden und Wälder, die das Skelett meines Dorfes bilden, waren in meiner Kindheit ein häufiges Unterfangen. Als kleines Kind hatte ich die Angewohnheit, mit dem Fahrrad sehr weit hinaus zu fahren, in der Hoffnung, neue Orte zu entdecken. Manchmal luden mein Vater oder die Eltern eines meiner Freunde die Fahrräder an ihren Pickup und nahmen uns für ein paar Stunden mit auf eine Nebenstraße, um sie zu erkunden. Auf diese Weise entdeckten viele von uns zum ersten Mal, dass an einer dieser beschissenen Schotterstraßen, die von einem lichten Wald umgeben war, eine abgenutzte alte Hütte stand, die nur etwa 20 Meter vom Weg entfernt war. Ehrlich gesagt, habe ich mir nie etwas dabei gedacht, außer, dass sie mir unheimlich war. Sie hatte keine Fenster, durch die man ins Innere sehen konnte und ich bin nie in ihre Nähe gegangen. Aber eine meiner damaligen Freundinnen sagte, dass ihre ältere Schwester versucht hätte, hineinzugehen und dass die Tür immer verschlossen war. Wir alle hatten zu der Zeit Wichtigeres zu tun, als neugierig zu sein und so zog ich schnell weiter. Es wurde zu einem ganz gewöhnlichen Wahrzeichen der Gegend. Ehrlich gesagt, hatte ich es schon seit einigen Jahren völlig vergessen. Bis auf den letzten Dienstag, als ich von einer meiner sehr späten Vorlesungen an meiner Universität nach Hause kam. Normalerweise nehme ich die Nebenstraßen, die ich vor vielen Jahren erkundet habe, da sie überschaubarer sind und kaum Verkehr haben. Als ich den Schotterweg hinunterfuhr, der sich am Rande des Landes entlang schlängelte und mich schließlich zur nächsten Straße führte, in die ich abbiegen musste, bemerkte ich ein schwaches Glitzern, das aus den Bäumen vor mir kam. Vielleicht 100 Meter von meinem Auto entfernt. Eine Taschenlampe? dachte ich, aber als mein Auto näher kam, wurde mir klar, was ich wirklich sah. Das Licht im Inneren der Hütte war an. Ich sollte erwähnen, dass ich in all den fast 13 Jahren, die ich in meiner Gegend lebe, noch nie gesehen habe, dass die Tür offen war. Ich habe auch noch nie gesehen, dass in dieser Hütte Licht brannte. Niemals. Nicht ein einziges Mal. Ich bin in meinem Leben bestimmt schon fast 100 Mal an dieser Hütte vorbeigefahren, aber das war das erste Mal, dass ich ein Anzeichen dafür gesehen habe, dass sich jemand in der Nähe aufhielt. Das, zusammen mit der Tatsache, dass es 10 Uhr abends war und es draußen stockdunkel war, abgesehen von meinen eigenen Scheinwerfern und dem schwachen, glühenden Licht, das den Türrahmen vor mir erhellte, erfüllte mich sofort mit etwas, das ich nur als ein seltsames Gefühl des Grauens beschreiben kann. Für die meisten Menschen wäre es schwer, bei so etwas nicht sofort beunruhigt zu sein und ich bin jemand, der sich leicht erschrecken lässt. Glücklicherweise war ich, als ich mein Auto der Ampel näherte, so neugierig, dass ich trotz des unguten Gefühls am Magen langsamer wurde. In der Hoffnung, dass ich sehen könnte, was dort vor sich ging und das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum ich die dunkle Gestalt erkennen konnte, die aus dem Laub am Straßenrand direkt in meinen Weg hineinragte. Ich war zu diesem Zeitpunkt nicht sehr schnell unterwegs, aber ich trat trotzdem verschrägt ziemlich hart auf die Bremse, so dass mein Auto knirschend auf dem Schotter zum Stehen kam. Ein Moment lang war ich wirklich verwirrt und erschrocken. Was war das? Hätte ich fast ein Reh angefahren oder so etwas? So weit draußen auf dem Land wäre ein Reh die wahrscheinlichste und vernünftigste Vermutung gewesen, aber im Scheinwerferlicht meines Autos konnte ich sehen, was mich aufgehalten hatte. Ein sehr großer, sehr schlachsiger alter Mann mit schütterem, kahl werdendem grauem Haar. Ich hatte sofort den Eindruck, dass dieser Mann sehr arm war. Er sah schmutzig und ungepflegt aus und seine Kleider hingen an ihm herunter. Ich bin es jedoch gewohnt, in meiner Stadt Menschen zu sehen, die nicht so wohlhabend sind und ich mag es nicht, Menschen aufgrund solcher Dinge sofort zu verurteilen. Also war ich vor allem extrem verunsichert, was zum Teufel dieser Mann hier draußen zu suchen hatte und warum er von meinem Auto gelaufen war. während ich verwirrt da saß, kam der alte Mann zu meinem Fenster und klopfte an die Scheibe. Ich spürte, wie meine Erinnerungen an die Stranger-Danger-Gespräche mit meinen Eltern wach wurden, so alt diese Gespräche auch waren, und kurbelte das Fenster nur einen Spalt weit herunter. Gerade so viel, dass mich jemand hören konnte und ich ihn hören konnte. Ich war schon so verängstigt genug. Sofort musste ich sagen, was ich dachte. Äh, was machen Sie denn hier draußen? fragte ich. In meinem periferen Blickfeld konnte ich immer noch das Licht der Hütte sehen, aber vor meinem geistigen Auge nahm ich es nicht mehr richtig wahr. Dumm, ich weiß. Ich hätte den Zusammenhang sofort erkennen müssen, aber die Tatsache, dass ich den Mann hätte überfahren können, wenn ich nicht rechtzeitig hätte anhalten können, erschütterte mich immer noch. Und als Fahranfänger war der Gedanke daran erschreckend. Nach einer kurzen Pause begann der Mann mit mir zu sprechen. Er hatte eine dicke, heisere Stimme und er sprach sehr langsam. Mein Truck, er ist kaputt, erklärte er. Äh, okay. Ich bekam auch das Gefühl, dass er geistig nicht ganz bei der Sache war. Ich brauchte mich nicht umzuschauen, um zu bemerken, dass kein Truck am Straßenrand stand, aber ich tat es trotzdem und drehte meinen Kopf herum, um zu bestätigen, was ich bereits wusste. Da war definitiv kein Truck. Hatte er ihn irgendwie in die Bäume gefahren oder so? Soweit ich mich erinnern konnte, gab es nirgendwo genug Platz für einen Truck, um hindurchzupassen. Wovon hatte der Mann gesprochen? Während ich mich umsah, hatte ich das Gefühl, dass er mich beobachtete und als ich mich umdrehte, beugte er sich immer noch zu mir hinunter und spähte durch das Fenster zu mir hinein. Wo? Ich sehe nicht, platzte ich heraus. Ich misstraute diesem Kerl schon jetzt. Zuerst antwortete er nicht und meine Nerven wurden immer angespannter, je länger wir hier draußen allein waren. Dann antwortete er, nur die Straße hoch, sagte er und drehte sich um, um mit seinen Finger in die Richtung zu zeigen. Die Lichter meines Wagens waren nicht gerade die besten, aber ich konnte immer noch weit genug sehen, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wo in aller Welt dieser Truck sein sollte. Ich konnte ihn nicht im Entferntesten ausmachen. Während ich nach vorne blinzelte, fuhr er fort. Ich zeige dir, wo, wenn du mitkommst, zu diesem Zeitpunkt hatte ich wirklich keine Ahnung, was dieser alte Mann dachte, wie ich ihm helfen könnte. Ich war 18 Jahre alt, weiblich und sehr zierlich. Ich sah nicht gerade aus wie jemand, der sich mit Autos auskennt oder wusste, wie man sie repariert. Aber ich war müde von einem langen Tag in der Uni, also war ich nicht gerade die Hellste. Und aus irgendeinem Grund fühlte sich ein Teil von mir schuldig, ihn hier draußen allein zu lassen, wenn sein Wagen wirklich kaputt war. Okay, sagte ich und griff zum Schaltknüppel, um langsam die Straße hinaufzufahren. Aber sobald er meine Hand sah, schüttelte er den Kopf. Geh einfach zu Fuß, es ist nicht allzu weit. Wie bitte? Entschuldigung, aber nein, danke. Wie zum Teufel sollte ich im Dunkeln etwas sehen, wenn ich aus meinem Auto ausstieg und ihm folgte. Es konnte nicht schaden, dorthin zu fahren, wohin er mich zu führen versuchte. Je mehr ich mich mit dem Mann unterhielt, desto nervöser wurde ich und desto mehr Red Flags tauchten in meinem Kopf auf. Ich konnte nirgendwo ein Auto sehen und dieser völlig Fremde wollte, dass ich aus meinem aussteige und ihm in die Dunkelheit auf dieser unheimlichen Straße mitten im Nirgendwo folge. Ich gebe zu, dass ich ein wenig naiv bin, aber so dumm bin ich definitiv nicht. Äh, nein, ich fahr lieber dorthin, antwortete ich. Diese Situation ergab für mich wirklich keinen Sinn. Ich konnte sehen, wie er die Stirn runzelte und er sah irgendwie aufgeregt aus. Er beharrte darauf, dein Auto passt sowieso nicht durch die Bäume. Also war sein Wagen verunglückt? Warum die Bäume, wenn wir die Straße hochfahren wollten? Ich erinnerte mich an das, was ich eine Minute zuvor darüber gedacht hatte, dass es nicht genug Platz gab und ich fragte ihn, wie ist Ira dann zwischen die Bäume geraten? Die einzige logische Erklärung wäre gewesen, dass sein Wagen von der Straße abgekommen war. Aber selbst wenn das der Fall gewesen wäre, hätte ich wirklich nichts tun können, um ihm zu helfen, sein Auto zu reparieren oder es wieder auf die Straße zu bringen. Es machte wirklich überhaupt keinen Sinn, mich zu bitten, mit ihm zu kommen und zu helfen und die ganze Situation machte mir langsam große Angst. Zwischen meiner Frage und seiner Antwort lag eine so lange Pause, dass ich schon dachte, er hätte mich nicht gehört oder so etwas, also fragte ich erneut. Immer noch keine unmittelbare Antwort. Als er schließlich antwortete, schaute er mir direkt in die Augen. Ich glaube, ich werde noch lange Zeit Albträume davon haben. Es kam so plötzlich und die Art und Weise, wie er es sagte, war einfach so unglaublich unheimlich. Du siehst nicht alt genug aus, um Auto zu fahren. Solche Bemerkungen höre ich oft, da ich aufgrund meiner Größe sehr jung aussehe. Normalerweise würde jemand dies mit einem Lächeln oder etwas anderem sagen, um zu zeigen, dass es tatsächlich als Scherz gemeint ist, aber das Gesicht des Mannes veränderte sich nicht einmal ein bisschen. Er starrte mich einfach mit einem völlig kalten Blick an. Die schiere Unangemessenheit einer solchen Bemerkung in einer solchen Situation ließ mein Herz sofort rasen und alles, was ich denken konnte, war heilige Scheiße. Was wollte der Kerl von mir? Was ich als nächstes sagen wollte, war, wer zum Teufel sind sie? Aber stattdessen tastete ich ängstlich nach meinem Telefon in der Tasche und plapperte in einer Art und Weise, die wahrscheinlich deutlich machte, dass ich völlig aus dem Häuschen war. Okay, ich kann einfach jemanden anrufen, der ihnen hilft, da gibt es nicht wirklich etwas, was ich tun kann. Während ich das sagte, kam mir der Gedanke, ob dieser alte Mann kein eigenes Handy hatte. Ich weiß, dass nicht jeder ältere Mensch ein Zatt, auch wenn sie immer häufiger werden, aber am Ernst. Und massiver Angst. Die Hütte mit dem brennenden Licht. Ich konnte das Licht, das von ihr ausging, immer noch an den Bäumen sehen, und mein dummes Gehirn zählte schließlich eins und eins zusammen. Der alte Mann hatte es nicht einmal erwähnt. Es war, als wäre es für ihn gar nicht da gewesen, und es gab definitiv niemanden da draußen, der das Licht hätte anmachen können, außer dem Kerl, der gerade vor meinem Hütte, die all die Jahre von jemandem verschlossen worden war, den ich nicht kannte. Hier gab es definitiv keinen Truck. Er wollte, dass ich aus einem anderen Grund aus meinem Auto aussteige. Ich glaube, der alte Mann muss an meinem Gesicht gesehen haben, dass ich zu Tode erschrocken war und kurz davor war, mich aus dem Staub zu machen. Statt eines Wortes verzerrte sich sein Gesicht ohne Vorwarnung vor Wut und er schwang seine Faust und hämmerte sie mit so viel Kraft gegen mein Fenster, dass es er zitterte. Seine Augen waren weit aufgerissen und er sah wütend und völlig verrückt aus. Obwohl ich mehr in Panik war als je zuvor in meinem Leben und ich mir mein Handy auf dem Boden schaltete den Gang ein und trat das Gaspedal durch. Ich raste die Straße hinunter und als ich in den Rückspiegel blickte sah ich wie sich seine dunkle Gestalt von der Straße abwandte und ich sah zu wie er sich umdrehte und von der Straße wegging direkt zurück in Richtung des Lichts der Hütte. Ich wurde nicht langsamer bis ich fast zuhause war und war mir absolut sicher dass er mir auf keinen Fall hätte folgen können. Als ich an diesem Abend nach Hause kam weinte ich lange bei meiner Mutter über das was passiert war und obwohl ich nicht glaube dass sie alles glaubte was ich ihr erzählte rief sie alle an die sie kannte um zu fragen ob jemand den alten Mann kannte oder wusste wem die Hütte einer unserer Freunde aus der Familie schwor sogar dass er sich sicher war dass die Hütte seit mindestens vier Jahren verlassen war und da die meisten Leute normalerweise nicht diese Straße nehmen sagte außer mir niemand dass er jemals ein Licht oder die Tür offen gesehen hätte seitdem nehme ich einen anderen Weg von der Uni nach Hause und ich glaube wirklich nicht dass ich jemals wieder diese Straße hinunter der Hütte bitte lass uns nie wieder treffen mein Freund Niki als ich in der dritten Klasse war hatte ich einen Freund namens Niklas Niki kurz gesagt wir waren beide im Vergleich zu unseren Klassenkameraden eher ruhig und wir teilten beide eine Vorliebe für Puddingbecher eines Tages vergaß Niki in der Schule sein Pausenbrot zu Hause und ich sagte ihm er könne meinen Puddingbecher haben auf diese Weise wurden wir Freunde von diesem Moment an teilten wir uns jeden Tag meine Puddingbecher die anderen Kinder in unserer Klasse hänselten uns beschuldigten uns ineinander verknallt zu sein und sangen die ganze Zeit dieses schreckliche Kissing Lied es war für Niki und mich zur Gewohnheit geworden uns in der Pause und beim Mittagessen von den anderen Kindern abzusondern wir hatten einen großen Baum unter dem wir uns immer trafen morgens in der Pause und für ein paar Minuten nach der Schule bevor unsere Eltern kamen um uns abzuholen Niki selbst lebte mit seiner älteren Schwester und seiner alleinerziehenden Mutter zusammen er versuchte einmal mir das Konzept der Scheidung zu erklären aber für mich als 8-Jährige machte es keinen Sinn dass seine Eltern nicht zusammen und glücklich verheiratet waren wie du dir vorstellen kannst waren meine Eltern verheiratet und mein Leben zu Hause war der Inbegriff einer liebevollen Kleinfamilie stell dir Full House vor nur mit einer Mutter die noch nicht verstorben war und ein paar Cousins und Cousinen anstelle von Onkeln ich kann mich an keinen einzigen Moment in meiner Kindheit erinnern in dem ich mich ungeliebt oder nicht umsorgt fühlte ich merkte bald dass das eine Seltenheit war bei einem der morgendlichen Besuche von Niki und mir im Baum wie wir in schlauer Weise genannt hatten lud er mich zu seiner Geburtstagsfeier ein aufgeregt öffnete er seinen Rucksack und holte eine Einladungskarte aus blauem Bastelpapier heraus auf der Vorderseite war ein handgezeichneter Baum zu sehen zwei kleine Kinder die ungefähr so groß und bunt waren wie ich und Niki und auf der Innenseite war eine Adresse gekritzelt den Zettel habe ich bis heute noch als die Glocke läutete rannten er und ich mit den anderen Kindern hinein und ich wartete den ganzen Tag darauf dass er die restlichen Geburtstagseinladungen verteilte aber er tat es nie ich war die einzige die er eingeladen hatte weil die anderen Kinder uns so sehr hänselten hatte mein achtjähriger Verstand daraus geschlossen dass er keine Tyrannen dabei haben wollte und deshalb seine einzige Freundin eingeladen hatte mich es genügt zu sagen dass ich geschmeichelt und glücklich war später am Abend gab ich die Karte meiner Mutter sie lächelte und sagte wie süß und gab mir sehr schnell die Erlaubnis zu gehen es war meine erste Geburtstagsfeier die nicht von der Familie organisiert wurde am nächsten Tag ging ich mit meiner Mutter und meinem älteren Bruder in den Laden und wir suchten ein Geburtstagsgeschenk für Niki aus er und ich standen total auf Transformers also kauften wir ihm einen kleinen Transformer nachdem wir die Erlaubnis seiner Mutter eingeholt hatten und ich verpackte ihn ganz allein in blaues Geschenkpapier sein Geburtstag war am folgenden Samstag meine Mutter setzte mich bei Niki zu Hause ab sprach kurz mit seiner Mutter in der Küche bevor sie mich zum Abschied auf die Stirn küsste da Niki seine Schwester und ich die einzigen waren die dort waren beschlossen wir ein paar Brettspiele zu spielen und dann fangen wenn es nicht mehr regnete wir waren im Hinterhof danach wurde es ein wenig sonnig und Niki und ich vertieften uns an unsere dramatische Nachstellung der neuesten und aufregendsten Power Rangers Folge die wir bis dahin gesehen hatten seine Schwester damals noch im Vorschulalter ging kurz ins Haus um etwas zu überprüfen was wie Niki mir später verriet ein Codewort war das sie benutzte wenn sie mit dem süßen Nachbarsjung am Telefon sprechen wollte in der Küche kochte seine Mutter und behielt uns durch das Fenster am Auge erst als wir hinein gingen um zu essen bemerkte ich dass es keine Dekoration gab tatsächlich gab es nichts was darauf hinwies dass Niki Geburtstag hatte abgesehen von dem selbstgebackenen Schokoladenkuchen ich hatte mir zusammengereimt dass Nikis Familie nicht viel Geld hatte und dass das vielleicht der Grund war warum er so oft ohne Mittagessen zur Schule ging aber ich hatte nie wirklich gefragt und Niki hatte nie wirklich etwas gesagt nicht dass ein 8-jähriger irgendetwas von diesen Dingen tun würde nachdem wir den Kuchen genascht und ein paar Fotos gemacht hatten gingen wir in den Keller wo es einen kleinen Fernseher und ein Super Nintendo gab wir spielten etwa 10 Minuten lang Videospiele bevor es laut an der Tür klopfte Niki stoppte das Spiel und joggte die Kellertreppe hinauf um die Tür zu öffnen wobei er schließlich schrie Dad ich dachte du hättest gesagt du könntest nicht kommen er war sehr aufgeregt verständlich wenn man bedenkt wie selten er seinen Vater sah und was für ein großes Ereignis es in seinem Leben war wenn er ihn sah in der Schule hat er mir immer davon erzählt dass ein cooler lustiger Vater zu Besuch kam und mit ihm auf seinem Motorrad eine Runde um den Block drehte ich gebe zu dass ich eine Zeit es es zwei Helme einer für seinen Vater und einer für ihn ich war sofort neidisch mein eigener Vater fuhr ein Minivan und trug fast religiöse Polo Shirts und Cargo Hosen Nikis Vater war jedoch das komplette Gegenteil von meinem er war ganz und gar nicht vorstädtisch tatsächlich sah er aus wie eine Figur aus The Outsiders Ich fand ihn sofort cool und ich wollte sofort zu ihnen passen Ich sollte erwähnen dass Niki und ich einen unterschiedlichen ethnischen Hintergrund hatten Er war weiß ich war es nicht Da ich mit mehrheitlich weißen Kindern zur Schule ging und in einer Stadt mit mehrheitlich weißer Bevölkerung lebte fiel es mir manchmal sehr schwer mich anzupassen Das war einer der Gründe warum ich Er war so ziemlich der einzige Junge in der Schule der mir seine Zeit schenkte und ich ihm Die anderen Kinder mochten mich nicht weil ich anders aussah und sie mochten Niki nicht weil er alte verblichene Kleidung trug Er war mit einem bescheidenen Gehalt aufgewachsen Seine Mutter hatte ein paar Jobs wenn ich mich recht erinnere Sie war Kellnerin Verkäuferin in einem Lebensmittelladen und Teilzeit Hausmeisterin Für eine alleinerziehende Mutter mit zwei heranwachsenden Kindern einem Haus und einem Auto das ständig kaputt ging war sie wirklich recht optimistisch Ich mochte sie sehr sie war immer nett selbst als sie einmal einen der Schläger in der Schule erwischte der Niki zu Boden schubste war sie nett Als sie also nicht nett zu Nikis Vater war und ihn zur Seite zog um ihn zu bitten die Party zu verlassen konnte ich nicht anders als mich zu fragen warum Meine Mutter holte mich bald darauf ab und ich schloss mit Niki einen Pakt dass sie sehr bald wieder vorbeikommen würde Da meine Mutter ihn endlich persönlich kennengelernt und mit ihm gesprochen hatte durfte ich jetzt zum Spielen kommen Mutter getroffen habe und diesen Zeitpunkt an ging ich zwei oder dreimal pro Woche zu Niki rüber manchmal war seine Mutter da manchmal seine ältere Schwester eine von ihnen war immer da um auf uns aufzupassen und dafür zu sorgen dass wir keinen Ärger machten meistens gingen wir einfach in seinen Keller und spielten Videospiele oder wenn das Wetter erst zuließ fuhren wir mit dem Fahrrad Er konnte immer besser Saltos schlagen als ich und das habe ich ihm irgendwie übel genommen Einmal versuchte er mir den Frontflip beizubringen und ich wäre fast auf dem Kopf gelandet Sobald ich wieder auf den Beinen war rannte ich weg und fing an zu weinen vor allem weil es mir peinlich war Ich wollte dass Niki denkt ich könnte abhängen aber ich konnte keine der Trampoline für zu gefährlich und verboten mir auf Nikis Trampolin zu springen Ich habe es aber trotzdem getan Kinder sind eben Kinder Niki fand mich allerdings cool und damit sich mein heulsusen Arsch besser fühlte gab er zu dass er ein bisschen eifersüchtig auf mich war Er sagte er sei neidisch auf meine neuen Klamotten mein neues Fahrrad und einfach auf alles was ich neu hatte das war das erste mal dass er sich mir gegenüber öffnete und sagte dass er weniger privilegiert sei das Super Nintendo in seinem Keller war ein altes Geschenk von seinem Cousin der in der nächsten Stadt wohnte aber es funktionierte kaum die Hälfte der Zeit das war wahrscheinlich der Grund warum sein Cousin es weggegeben hatte wir saßen ein paar Minuten in seinem Keller und sprachen über all die kleinen Gründe warum wir eifersüchtig aufeinander waren und dann kam seine Schwester herunter um zu sagen dass sie mit ihren Freundinnen ins Einkaufszentrum gehen würde aber dass ihr Vater vorbeikommen würde um auf uns aufzupassen ihre Mutter war an diesem Nachmittag bei der Arbeit aus irgendeinem Grund war Niki schockiert als er hörte dass sein Vater vorbeikommen würde ich sein Vater war tatsächlich da und er hatte auch ein verspätetes Geburtstagsgeschenk für Niki in den Händen es war eine Schachtel ungefähr so groß wie sein Kopf und sie war in Zeitungspapier eingewickelt als wir hineingingen um es zu öffnen musste Niki versprechen seiner Mutter nicht zu sagen was er ihm geschenkt hatte offenbar wollte seine Mutter nicht dass Niki ein Geschenk von seinem Vater bekam aber sein Vater kaufte ihm trotzdem ein Geschenk Niki nickte bereitwillig also folgte ich seinem Beispiel ich sah zu wie Niki die Zeitung in Fetzen riss und eine nagelneue Polaroid Kamera zum Vorschein kam Niki hatte zuerst keine Ahnung was es war und schaute seinen Vater an bevor ich aufgeregt sagte eine Kamera du hast eine Kamera ich bemerkte dass es Niki peinlich war dass er es nicht sofort wusste aber er war auch so glücklich dass er etwas bekommen hatte dass er die Verlegenheit beiseite schob und wir die Schachtel öffneten um mit ihr zu spielen sein Vater zeigte uns wie man es benutzt und erklärte uns wie es funktioniert er richtete es auf Niki und machte das erste Foto ließ es danach in der Luft flattern und zeigte meine Familie hatte auch eine Kamera aber wir mussten warten bis die Fotos in einem Geschäft entwickelt wurden in dieser Zeit habe ich es immer vergessen und das Interesse verloren aber Nikis neue Polaroid Kamera druckte die Fotos sofort aus Niki fand sie toll ich fand sie toll und sein Vater schien sie auch zu mögen als sein Vater die Kamera als nächstes auf mich richtete lächelte ich wie ein Trottel und wir lachten alle über das Foto danach meine Vorderzähne fehlten und ich sah aus als wäre ich ziemlich high Niki und ich tauschten danach unsere Fotos aus er behielt das Foto von mir und ich behielt das von ihm wir sagten dass wir so lange befreundet sein würden wie wir die Fotos voneinander aufbewahren würden also passte ich besonders gut auf meines auf da wir nur ein neues Spielzeug hatten mit dem wir spielen konnten wollte ich immer zu Niki rüber gehen weil ich in einem Haus mit so vielen anderen Familienmitgliedern und Verwandten lebte fühlte ich mich dort manchmal verloren wenn ich zu Niki ging hatte ich das Gefühl dazu zu gehören und dort war es auch immer ruhiger Damals Mitte der 90er Jahre waren die Eltern weniger streng mit ihren kleinen Kindern und meine erlaubten mir Stunden bei Niki zu verbringen solange seine Mutter damit einverstanden war das war sie immer sie liebte es mich um sich zu haben weil sie wusste wie glücklich es Niki machte einen Freund zu haben mit dem er etwas unternehmen konnte meine Mutter schickte mich oft mit irgendeinem Gericht Nikis Familie zu mir nach Hause zum Abendessen ein meine Familie mochte seine Familie wirklich und ich glaube mein älterer Bruder war ein bisschen in seine ältere Schwester verknallt aber sie stand total auf den Nachbars Jungen also Pech gehabt Bruder aus diesem Grund durfte ich jetzt fast jeden Tag zu Niki nach Hause gehen er wohnte auch nicht allzu weit von meinem Haus entfernt wir waren nur wenige Gehminuten voneinander entfernt vielleicht fünf Straßen weiter sein Haus war einer der wenigen Orte von denen ich wusste wie ich sie erreichen konnte abgesehen von meinem eigenen es gab Zeiten in denen ich mit ihm von der Schule direkt zu meinem Haus ging und Zeiten in denen er zu mir kam um mit mir zu spielen letzteres geschah selten da wir beide sein Haus bevorzugten meines war einfach viel zu überfüllt eines Tages in der Schule erzählte mir Niki dass sein Vater am Abend zuvor vorbeigekommen war und sich über ihn geärgert hatte weil er keine neuen Fotos mit der Polaroid Kamera gemacht hatte sowohl Niki als auch ich liebten das Polaroid und wir fanden es sehr cool als wir die ersten paar Male damit herumspielten aber mit die meisten Kinder verloren wir irgendwann das Interesse daran und Niki verstaute es einfach unter einer Decke im Keller und vergaß es das hat seinem Vater wohl nicht gefallen also hat Niki mich gefragt ob ich ihm helfen würde Fotos zu machen wenn sein Vater das nächste Mal zu Besuch kommt er sagte sogar sein Vater habe ausdrücklich darum gebeten dass ich auf den Fotos zu sehen bin das fand mir Nikis Vater wollte dass wir Spaß mit der Kamera haben und unsere Freundschaft verewigen ein Sammelalbum machen oder so bis zu diesem Zeitpunkt wussten Nikis Mutter und Schwester immer noch nicht dass er überhaupt eine Kamera besaß ich sagte zu dass ich bald vorbeikommen würde und wir einen Haufen alberner Fotos machen würden aber Niki vergaß mir gegenüber eine Sache zu erwähnen er vergaß es war die gleiche Geschichte wie beim letzten Mal seine Mutter arbeitete seine Schwester war mit Freunden im Einkaufszentrum vermutlich mit dem Geld das ihr Vater gegeben hatte und ihre Mutter hatte keine Ahnung dass irgendetwas davon vor sich ging ich ging nach der Schule dorthin und bemerkte das Motorrad das vor der Tür geparkt war Niki schien nicht überrascht zu sein es zu sehen aber irgendetwas in seiner Stimmung war an diesem Tag nicht in Ordnung ich nahm an dass es daran lag dass er in Schwierigkeiten geraten war als er seinen Vater das letzte Mal gesehen hatte da es ein wenig regnete gingen wir ins Haus um im Keller abzuhängen wo ich gemacht haben was im Unterricht gelernt haben das übliche ich dachte mir nichts dabei meine Eltern hatten mir immer ähnliche Fragen gestellt schließlich sagte Nikis Vater wir sollten anfangen Fotos zu machen und ich willigte ein ich lächelte breit in die Kamera aber anstatt auf den Auslöser zu drücken und über das Foto zu lachen wie wir es neulich getan hatten schimpfte Nikis Vater mit mir und sagte zu sehen ich hatte keine Ahnung was er mit hübscher meinte also lächelte ich noch ein bisschen kleiner und hielt es eine Sekunde lang bevor er mich wieder korrigierte wie du dir vorstellen kannst machte er weiter pingelte an mir herum bis ich mein Haar herunter ließ und sagte mir ich solle mich vor jedem Foto in die Wangen kneifen um sicher zu gehen dass sie gerötet rosig und hübsch waren die ganze Zeit über hatte er nicht ein einziges Foto von Niki gemacht da es Jahrzehnte her ist und ich es irgendwie geschafft habe das meiste davon zu verdrängen bin ich mir nicht ganz sicher was dazu geführt hat aber Nikis Vater hat mich schließlich davon überzeugt dass ich kommen die ganze Zeit über stand Niki abseits und sagte kein Wort und er sah mich auch nicht an es war als ob er spürte dass etwas nicht stimmte aber er hatte zu viel Angst es zu sagen was dann passierte ist genau das was du denkst zuerst wurde Niki gesagt er solle meine Hände halten dann sollte er mich um arm dann sein Gesicht ganz nah an meins legen und dann sollte er mich auf den mund küssen sein vater hat bei jedem schritt fotos gemacht und niki fragen gestellt wie ist sie nicht hübsch findest du sie nicht hübsch nick willst du dich mit ihr verabreden es war eine ganze menge davon und eine ganze menge an berührungen die ganze zeit über stand ich völlig still und wusste nicht so recht was los war wäre ein anderer junge bei mir gewesen wenn ich mir nicht sicher ob ich so ruhig geblieben wäre weil es niki war fühlte ich mich einigermaßen sicher ich hatte nicht das Gefühl dass wir etwas falsches taten der kuss war eklig für mich aber mit allem anderen war ich meistens einverstanden nach dem kuss hörten wir ziemlich schnell auf nicht weil sein Vater das wollte sondern weil ich nach Hause musste meine Mutter kam um mich abzuholen normalerweise würde das mein Bruder tun damit er ein bisschen mit Nikis Schwester reden konnte aber er hatte an diesem Tag Basketball Training also kam stattdessen meine Mutter aus irgendeinem Grund ging Nikis Vater nicht nach oben um die Tür zu öffnen er bat Niki das zu tun und ich nahm mir im Moment Zeit um meine Jacke und mein Pullover zu holen und sie an zu ziehen während dieser Zeit als Nikis Vater und ich allein im Keller waren sagte er dass er eines Tages wiederkommen würde um weitere Fotos zu machen und dass ich das nächste Mal Make-up tragen sollte mit acht Jahren hatte ich noch keins aber das war mir egal ich packte einfach meine Sachen zusammen und ging nach Hause ich sah meine Mutter an der Tür sie umarmte mich und fragte wie mein Tag war und plötzlich war alles wieder normal jedenfalls für mich ich schaute zurück um Niki zuzuwinken aber er hatte die Tür schon geschlossen am nächsten Tag in der Schule ignorierte er mich völlig ich ging zum Baum und wartete dort den ganzen Morgen die ganze Pause und eine Viertelstunde länger nach der Schule aber er war nicht da ich sah Schule war aber er wollte sich aus irgendeinem Grund nicht mit mir treffen so ging es dann Rest der Woche weiter bis meine Mutter eines Tages einen Anruf von Nikis Mutter erhielt ich saß im Wohnzimmer und schaute mit meinem Bruder Wrestling und ich Sie nickte nur und hörte zu nickte und hörte zu und ihr Gesicht wurde blasser als hätte sie einen Geist gesehen Später bat sie darum mit mir in meinem Zimmer sprechen zu dürfen und fragte mich sehr deutlich Süße wer war neulich bei Niki zu Hause war es seine Schwester Angela oder jemand anderes Sobald ich und sie fragte was passiert sei ich blieb vage weil ich selbst nicht genau wusste was passiert war es war für mich damals alles so verschwommen das einzige worüber ich mir Sorgen machte war Niki und warum er mich ignoriert hatte weil ich nicht wollte dass er noch wütender auf mich wurde und mich noch länger ignorierte schwieg ich über die Kamera und sagte nur dass Nickis Vater aus um bei meiner Mutter eine riesige Red Flag auszulösen sie umarmte mich noch einmal und sagte mir dass sie nicht böse auf mich sei und dass alles bald wieder in Ordnung sein würde das war also passiert offenbar hatte Nickis Mutter die Kamera gefunden Angela und Niki danach gefragt und schnell herausgefunden dass ihr Vater ohne ihr Wissen zu Besuch gekommen war die Regel war dass er nur zu Besuch kommen durfte wenn sie zu Hause war aber die letzten paar Male war sie das nicht am nächsten Tag fand ich Nicki unter dem Baum in der Schule und er sagte mir sehr ernst dass wir keine Freunde mehr sein könnten ich fragte warum und er sagte nur so er ging sogar so weit dass er mir das Polaroid von mir zurückgab auf dem ich wie ein Idiot lächelte dass ich gegen das Polaroid von ihm ausgetauscht hatte beide als Zeichen unserer Freundschaft weil nichts wirklich passiert war weil die Welt vor 20 Jahren eine andere war und weil die Fotos nicht explizit waren ist Nickis Vater nichts passiert aber das lag nicht daran dass unsere Mütter es nicht versucht hätten ich erinnere mich wie ich zur Polizei ging ihnen alles erzählte während meine Mutter neben mir stand und wie ich die Geschichte verschiedenen Anwälten erzählte aber das einzige was wir erreichen konnten war Nickis Vater daran zu hindern Nicky und Angela zu sehen offenbar hat er gegen die Sorgerechtsvereinbarung verstoßen als seine Abwesenheit von Nickys Mutter zum Haus kam als alles vorbei war die Treffen und alles andere zogen Nicky und seine Familie schließlich um anscheinend wusste Nicky dass das passieren würde und deshalb sagte er mir dass wir keine Freunde mehr sein könnten ich wünschte ich könnte sagen dass es mir gelungen ist ihm das Foto zurück zu geben bevor er reiste und dass wir ein letztes Mal einen Puddingbecher geteilt haben aber er zog weg und ich blieb und für eine sehr sehr lange Zeit saß ich in den Pausen allein am Baum schließlich fand ich neue Freunde schließlich hörte ich auf darauf zu warten dass er wieder umzog und schließlich war ich wieder ein glückliches Kind aber ich habe nie nicht ein einziges Mal in meinem Leben Nicky vergessen oder was an jenem Tag in seinem Keller geschah die Art und Weise wie sich alles an ihm so drastisch veränderte wenn sein Vater nicht gewesen wäre wären wir wohl Freunde geblieben zumindest in der Kindheit der Silberstreif am Horizont ist dass es soziale Medien gibt und als ich 17 war fand ich eine Freundschaftsanfrage von einem Jungen namens Nicky Nicky ist Dad lass uns nie wieder treffen niemals niemals wieder Erfolg Diese Geschichte ereignete sich im Sommer 2008 Ich bin in Oregon aufgewachsen und wurde schon früh mit der Natur vertraut gemacht Mein liebstes Hobby war das Wandern vor allem in sehr gefährlichen oder abgelegenen Gegenden Die gesundheitlichen Vorteile des Wanderns waren zweitrangig gegenüber dem Nervenkitzel der sich einstellte wenn man an exponierten Felswänden entlang lief sich im Revier von Pumas und Beeren aufhielt und wusste dass man weit weg von jeder Hilfe war Into the Wild wurde im Herbst 2007 veröffentlicht und ich war sofort begeistert Als Highschool Schülerin konnte ich kaum noch eine weitere Woche im Haus meiner Eltern verbringen Der Film sprach meinen Abenteuersinn an und inspirierte mich dazu nach dem Schulabschluss den kalifornischen Teil des Pacific Crest Trails zu wandern Ich schaffte es von der mexikanischen Grenze bis nach Nordkalifornien ohne größere Zwischenfälle Ich sah Klapperschlangen und Schwarzbeeren, bin fast dehydriert aber es passierte nichts was mich um mein Leben fürchten ließ Irgendwo im Last National Forest im Nordosten Kaliforniens lief ich um eine Wegbiegung und wurde von zwei fast ganz in weiß gekleideten Personen aufgeschreckt die auf einem Felsen saßen Ihre Gesichter waren schmutzig, ihr Aussehen ungepflegt und der Mann hatte einen langen ungepflegten Bart Beide schienen in ihren 40ern zu sein Sie sahen aus wie das Paar, das Elizabeth Smart entführt hatte Was mir bei dieser Begegnung seltsam vorkam war, dass ich überhaupt jemandem begegnete Ich war oft tagelang keinem einzigen Menschen begegnet Ihre weiße Kleidung ließ sich mit dem Bedürfnis erklären, der kalifornischen Sommersonne zu entkommen Ihr ungepflegtes Äußeres ließ sich damit erklären, dass die meisten Wanderer auf dem Weg ihre Körperpflege vernachlässigen Nachdem ich sie gegrüßt hatte, sagten sie nichts und beobachteten mich einfach, während ich vorbeiging Selbst das fand ich nicht merkwürdig Ich schob es darauf, dass sie fremd waren und nicht wussten, was sie sagen sollten An dieser Nacht schlug ich mein Lager wie immer ein paar hundert Meter abseits des Weges auf Den Vorsichtsmaßnahmen für Bären folgend Hängte ich die Essensreste, die ich in der Nacht gekocht hatte, an einem Baum Etwa einen Meter über dem Boden Als ich am Morgen mein Lager abbaute, bemerkte ich, dass das Essen nicht mehr da war Ich dachte sofort, dass ein Bär in mein Lager eingedrungen war und begann nach Pfotenabdrücken zu suchen Ich fand keine Pfotenabdrücke, aber ich fand Stiefelabdrücke rund um den Lagerplatz, zwei Paar davon Einer dieser Abdrücke führte direkt an dem Seil hoch, an dem das Essen hing Ich dachte an das Pärchen, an dem ich vorhin vorbeigekommen war und alles war klar Ich packte schnell zusammen und ging Meine Gedanken rasten den ganzen Tag, aber ich nahm an, dass das Paar einfach nur hungrig war Wenn sie ruchlose Absichten gehabt hätten, wären sie nicht nur wegen des Essens gekommen Einige Tage vergingen und ich war wieder beruhigt Ich hatte begonnen, meinen Lagerplatz mit Stöcken zu umrunden, um mich im Falle eines Eindringlings, sei es ein Tier oder etwas anderes, zu wecken Eines Nachts wachte ich in meinem Zelt auf und hörte das Knirschen dieser Stöcke Ich griff nach meinem Jagdmesser Ich versuchte mich zu entspannen, indem ich mir sagte, dass die Quelle dieses Geräuschs mitten im Nirgendwo viel wahrscheinlicher ein Tier als ein Mensch war Dann hörte ich verzweifeltes Geflüster Es war unmöglich zu erkennen, aus welcher Richtung die Stimme kam In der Dunkelheit, umgeben von Bäumen, hundert Meilen von der nächsten Stadt entfernt, kann man seine Sinne nicht richtig einschätzen Ich überlegte, ob ich schreien sollte, um zu behaupten, ich hätte eine Waffe Entschied mich dann aber zu schweigen und den Vorteil der Überraschung zu wahren Ich hörte Schritte, die sich meinem Zelt näherten und war bereit, es aufzuschlitzen und zu öffnen Aber einfach so war es vorbei Keine Schritte mehr, kein Flüstern mehr Ich lag bis zum Sonnenaufgang wach in meinem Zelt und öffnete mein Zelt, um niemanden vorzufinden Der einzige Beweis dafür, dass tatsächlich etwas passiert war, waren die Stiefelabdrücke, die gleichen wie zuvor Es vergingen noch einige Tage und ich befand mich nun im Shasta National Forest Wahrscheinlich 50 bis 75 Meilen von der Stelle entfernt, an der ich das Paar zum ersten Mal traf Der Weg wurde mehr oder weniger zu einem Ziegenpfad Da ich mich am Rande eines Berges und oberhalb der Baumgrenze befand, konnte ich den Pfad kilometerweit vor und hinter mir sehen Ich hielt an, um im seltenen Schatten Wasser zu trinken und bemerkte zwei Wanderer, die weit hinter mir waren Alles, was ich sehen konnte, waren zwei weiße Punkte, die sich am Berghang entlang bewegten Ich sagte sofort laut Scheiß drauf, diese Reise ist vorbei Ich holte meine Karte hervor und suchte nach der nächsten Stadt, die Castella an der Interstate 5 zu sein schien Das einzige Problem war, dass sie 25 Meilen entfernt war Ich wanderte bis tief in die Nacht hinein und versuchte, so viel Land wie möglich zu gewinnen Ich verlor immer wieder den Weg und beschloss, mein Lager aufzuschlagen, diesmal weit abseits des Weges und im Wald Ich ging in mein Zelt und versuchte zu schlafen, aber jedes kleine Geräusch hielt mich wach Nach ein paar Stunden im Zelt hörte ich die verräterischen Zeichen einer weiteren schlechten Nacht Die Schritte, das Flüstern, das Brechen von Stöcken Geräusche heilen weit, wenn es keine anderen Geräusche gibt Ich wusste, dass sie in der Nähe waren, war mir aber nicht sicher, wie nah Alles, was ich denken konnte, war Das ist beschissen, das ist sowas von beschissen Gott verdammt Schließlich traf eine Taschenlampe auf mein Zelt Er leuchtete alles Und es wurde dunkel Ich öffnete den Reißverschluss meines Zelts Kletterte mit meinem Messer heraus und brüllte Unsinn in die Dunkelheit Es war wie in dieser Klischee-Szene in Filmen Wo Leute in der Wildnis Stöcke um sich brechen hören Und die Kamera um die Bäume herumschwenkt Weil die Leute keine Ahnung haben, aus welcher Richtung das Geräusch kommt Dann hörte ich Schritte, die sich auf das Zelt zubewegten Und ich konnte gerade noch eine Gestalt erkennen, die sich in meinem Gesichtsfeld bewegte Ich drehte mich um und rannte tief in den Wald hinein Ich stolperte mehrere Male und rannte gegen mehrere Bäume Nachdem ich etwa fünf Minuten gelaufen war, stolperte ich Rollte mich ab und kam neben einem umgestürzten Baum zum Stehen Ich legte mich unter dem Baumstamm und blieb ruhig liegen Ich sah, wie sich die Taschenlampe in der Ferne bewegte Ich lag stundenlang unter diesem Baum Ich war sicher, dass sie weg waren, aber ich rührte mich nicht Schließlich begannen die Vögel zu zwitschern und ich wusste, dass die Sonne bald aufgehen würde Als es soweit war, machte ich mich auf den Weg zurück zum Pfad, verließ meinen Lagerplatz und lief den Rest der Strecke nach Castella Wo der Pacific Crest Trail die Interstate 5 kreuzt Ich fuhr per Anhalter in die Stadt Mountchester und sprach mit der Polizei und dem Forstdienst Sie brachten mich für die Nacht in einem Hotel unter Und meine Eltern fuhren am nächsten Tag von Oregon her, um mich abzuholen Monate später sprach ich erneut mit der Polizei und der Forstbehörde, die mir mitteilten Dass es ähnliche Berichte über verschwundene Gegenstände von Campingplätzen in den umliegenden Wäldern gegeben hatte Es gab jedoch keine weiteren Berichte über den Terror, den ich erlebt hatte Soweit ich weiß, ist aus der Suche nach dem Paar nie etwas geworden Also, an das stalkende Paar, lasst uns nie wieder treffen Die Sattelschuhe Diese Geschichte ist eigentlich die meiner Mutter, aber sie hat auch meine Geschwister und mich irgendwie betroffen Meine Mutter wuchs in Südflorida auf und die Geschichte begann in den frühen 70er Jahren Sie war in der Oberstufe und lernte auf einer Hochzeit einen Mann kennen Er war der Schlagzeuger der Hochzeitsband, ein paar Jahre älter als sie Und damit der coole, geheimnisvolle Typ, von dem viele Mädchen in ihrem Alter träumten Sie verstanden sich auf Anhieb und er bemerkte ihre Sattelschuhe, die sie damals trug Sie gab ihm ihre Telefonnummer und ich glaube, sie hatten ein oder zwei Dates und alles schien völlig in Ordnung zu sein Er rief regelmäßig bei ihr zu Hause an und sie saß auf dem Küchenboden und sprach mit ihm Eines Abends nahm ihr Telefongespräch eine seltsame Wendung Er fing an, sie Dinge zu fragen wie Hast du jemals daran gedacht, dich umzubringen und Denkst du jemals daran, Menschen zu ermorden? Natürlich war sie darüber schockiert, fühlte sich sehr unwohl und hörte auf, mit ihm zu sprechen Das war das Letzte, was sie von ihm hörte Zumindest dachte sie das Es war 2012 und ich hatte gerade mein Studium abgeschlossen Ich hing in meiner College-Stadt herum, um meinen Mietvertrag zu beenden, zu arbeiten und mir meinen nächsten Schritt zu überlegen Meine Mutter rief mich an und sagte, dass etwas Seltsames vor sich geht Sie erzählte mir, dass sie einen Brief von einem Mann erhalten hat, den sie aus der Highschool kannte Ich hatte keine Ahnung von diesem Mann, da sie ihn weder mir noch meinen Geschwistern oder meinem Vater gegenüber je erwähnt hatte Sie erklärte mir, wer dieser Mann war und dass sie ihn kannte, aber seit diesem einen unangenehmen Telefonat nicht mal mit ihm gesprochen hatte In dem Brief stand so etwas wie Ich sehe, du bist wirklich glücklich, verheiratet und hast Kinder und so weiter Aber er erwähnte jeden von uns namentlich Er nannte auch den Namen meines Vaters und wo er arbeitete Meine Eltern lernten sich auf dem College in einem anderen Staat kennen Sie heirateten schnell, schlossen das College ab und zogen in einen anderen Staat Und dann in einen anderen Staat, als meine beiden Schwestern geboren wurden Sie hatte keine Ahnung, woher er ihren neuen Nachnamen und ihre Adresse kannte Sie war nie in den sozialen Medien aktiv und hatte aufgehört zu arbeiten, als sie uns bekam Wenn man ihren Namen googeln würde, würde man nichts finden Sie erinnerte sich, dass sie einen Anruf von der ehemaligen Vereinigung ihres Colleges erhielt In dem ihr mitgeteilt wurde, dass ein Mann seit Monaten immer wieder angerufen hatte, um ihre Kontaktdaten zu erhalten Aber sie durften diese Information nicht herausgeben Dann nannte sie mir seinen Namen Und ich erinnere mich, dass ich eine Facebook-Freundschaftsanfrage und eine Twitter-Follow-Anfrage von diesem Mann hatte Meine Geschwister hatten sie auch alle Da meine Mutter, wie gesagt, keine sozialen Medien hat, bat sie mich, seine Konten an den sozialen Medien zu durchforsten und zu sehen, was ich finden könnte Ich fand ein Musik-MySpace und eine Reverb Nation-Seite mit einigen wirklich schrecklichen Musikstücken, die er aufgenommen und hochgeladen hatte Einer der Songs hieß Victoria, was ihr Name ist Alle anderen Lieder hatten scheinbar normale Titel wie Summer's Day und so weiter Ich erzählte das meiner Mutter und sie flippte aus Ich schickte ihr den Link und es war schwer, den Text zu verstehen, weil die Qualität so schlecht war Aber er erwähnte ihre Sattelschuhe, ihre Schönheit und so weiter Sie hatten sich vor 40 Jahren buchstäblich zweimal getroffen Und das waren Lieder, die erst vor kurzem aufgenommen worden waren Ich recherchierte ein wenig und fand heraus, dass er eine Website eingerichtet hatte, die der Freilastung von Amanda Knox gewidmet war Der Frau, die in Italien des Mordes an ihrer Mitbewohnerin beschuldigt wurde Damals war das sehr beunruhigend, aber inzwischen habe ich dem nicht mehr so viel Bedeutung beigemessen, da ihre Unschuld tatsächlich sehr wahrscheinlich war Aber es war trotzdem sehr seltsam Mein Vater schien von all dem nicht beunruhigt zu sein Aber meine Mutter flippte aus und wollte nicht allein zu Hause bleiben, da dieser Mann ihre Adresse kannte Schließlich erzählte sie das alles einem Freund der Familie, der Privatdetektiv war Und er beschloss, diesen Mann auf den Zahn zu fühlen Erstens, er hatte seinen Nachnamen geändert Zweitens war er in den letzten 20 Jahren unter verschiedenen Pseudonymen in etwa 5 verschiedene Staaten gezogen Und hatte völlig unterschiedliche Jobs Man konnte nicht viel tun, da er meine Mutter nie wirklich bedroht hatte und nicht vorbestraft war Er tauchte immer noch ab und zu mit Freundschaftsanfragen bei meinen Geschwistern und mir auf Aber ansonsten wusste niemand, was er vorhatte Die Tatsache, dass er ziemlich oft umgezogen war und seinen Namen geändert hatte, war definitiv ein Warnsignal Sam, der Mechaniker Dies ist eine meiner persönlichen Lieblingsgeschichten, da alles gut ausgegangen ist Aber mir läuft es immer noch kalt den Rücken herunter, wenn ich daran denke, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gab, die Nacht schief gehen zu lassen Vor ein paar Jahren machten meine Freundin Jane und ich einen Ausflug nach Portland, Oregon Wir stammen beide aus der Southside von Chicago und Jane war von der Stadt ziemlich abgestumpft Sie war überzeugt, dass an der Westküste alles besser sei, auch die Menschen Also flogen wir nach Portland und mieteten ein Auto, das wir Veronica nannten Am Tag vor unserem Rückflug nahmen wir Veronica und fuhren nach Aberdeen, Washington, um das Elternhaus von Kurt Cobain zu besuchen Danach fuhren wir die Küste entlang und besichtigten Sehenswürdigkeiten Wir besuchten Astoria, Oregon, um das Haus aus den Goonies zu sehen und beendeten den Tag in Cannon Beach, um uns den Haystack Rock anzusehen Alles in allem war es ein ziemlich schöner Tag Als es anfing dunkel zu werden, beschlossen wir, zurück zu unserem Hotel zu fahren, das knapp zwei Stunden entfernt war Ich wusste, dass ich tanken musste, also sagte ich Jane, dass ich an der ersten Tankstelle, die ich sehe, anhalten würde Cannon Beach ist eine kleine Stadt wie ein Ferienort Es gibt viele kleine Geschäfte und Restaurants, aber ich habe keine Tankstelle gesehen Da ich aus der Stadt komme, bin ich es gewohnt, an jeder Ecke zwei zu sehen Also war ich nicht wirklich besorgt Ich erwartete, dass ich bald eine finden würde Ich kannte mich in der Gegend überhaupt nicht aus, also folgte ich einfach den Anweisungen des GPS, während ich mit Jane sprach Das nächste, was ich weiß, ist, dass wir in keiner Stadt waren Wir befanden uns auf einer dunklen, kurvenreichen Straße, die von Bäumen umgeben war An diesem Punkt machte ich mir langsam Sorgen Ich fuhr an den Straßenrand, um mit dem GPS nach der nächsten Tankstelle zu suchen Es sagte mir, dass es etwa eine Meile weiter eine gab Na toll Ich fuhr also los und Veronica sagte uns, dass wir unser Ziel erreicht haben Ich fuhr in eine völlig dunkle und leere Tankstelle Wir waren immer noch von Wald und Dunkelheit umgeben Soweit ich das beurteilen konnte, war meilenweit nicht zu sehen Laut Veronica hatten wir noch etwa 10 Meilen Benzin im Tank und die nächste Tankstelle war 30 Meilen entfernt Jane und ich saßen da und überlegten, was wir tun sollten, als ein anderes Auto anhielt Ich ging weiter meiner Arbeit nach und achtete nicht wirklich auf das andere Auto Ich nahm einfach an, dass sie auch tanken müssen Aus dem Augenwinkel sah ich, wie mir jemand zuwinkte Nach einigen Zögern machte ich das Fenster auf, um zu sehen, was sie wollten Im Auto saß ein Mann mittleren Alters und seine Frau Er begann uns alle möglichen Fragen zu stellen Müssen sie tanken? Kommen sie vom Strand? Fahren sie zurück nach Portland? Ich hielt meine Antworten höflich, aber kurz Dann erzählte er uns, dass die Tankstelle, an der wir gerade waren, eigentlich ihm gehörte Er aber nicht genug Geld verdiente, um sie so lange offen zu halten Er sagte uns, dass er eine Chevron-Tankstelle in etwa 3 Meilen Entfernung kannte und gab uns eine Wegbeschreibung dorthin Er gab uns seine Nummer und bat uns, ihn anzurufen, falls wir es nicht bis zum Chevron schaffen sollten Mein Name ist Sam, der Mechaniker Sagt mir Bescheid, wenn ihr es nicht schafft, dann komme ich und rette euch, meine Damen Wir bedankten uns herzlich und fuhren los Jane schwärmte davon, wie schön das war und dass das in Chicago nie passiert wäre Ich stimmte ihr zu Das war sehr nett, wenn auch merkwürdig von ihm Seltsam, dass er zufällig zur gleichen Zeit wie wir an seiner Tankstelle vorbeifuhr Aber egal Ich machte einen Witz darüber, dass er seinen Kumpel an der Tankstelle anrief und sagte Ich schicke zwei Frauen in deine Richtung Wir erreichten die Chevron-Tankstelle und dieser Junge, 18 oder 19 Jahre alt, kam heraus, um uns zu betanken Er fragte uns, wie es uns ginge und sagte dann Wir sind heute Abend eine Menge Verrückter unterwegs Jane und ich sahen uns an und ich lachte leise und sagte Ha, ich hab's ja gesagt Ich wandte mich wieder an den Jungen und fragte ihn, was er meinte Er erzählte mir, dass sein Bruder einem Drogendealer eine Menge Geld schuldete Und dass er sich irgendwo in der Nähe versteckte Er hatte vor, ihn zu verprügeln, sobald er von seiner Schicht kam Ich merkte, dass Jane sich unwohl fühlte Also gab ich dem Jungen ein gutes Trinkgeld, wünschte ihm Glück und fuhr weiter Irgendwann während unseres Gesprächs rief Jane Sam den Mechaniker an und hinterließ ihm eine Voicemail Sie sagte ihm, dass wir es bis zur Tankstelle geschafft hatten und wie sehr wir seine Hilfe zu schätzen wussten Ich dachte, der Anruf sei unnötig, aber es ist, wie es ist Ein paar Minuten später waren wir auf dem Highway und etwa 10 Minuten von unserem Hotel entfernt Janes Telefon klingelte und es war Sam Wieder bedankte sie sich herzlich bei ihm Er fragte sie, woher wir kamen und wann wir nach Hause flogen Er erzählte ihr, dass er Sam Glasty hieß und ein Buch mit dem Titel Wrongly Accused geschrieben hatte Wir sollten es auf dem Rückflug lesen Das hat mein Interesse geweckt Jane, du musst das Buch nachschlagen, um zu sehen, worum es geht Sie googelte es Dann wurde sie blass und sah aus, als müsste sie kotzen Was ist? Er wurde beschuldigt, der Green River Killer zu sein Sofort begann sie auszuflippen Er hat jetzt meine Nummer Zurück im Hotel recherchierten wir weiter Offenbar hatte ein Opfer des Green River Serienmörders Sam aus einer Reihe von Personen ausgesucht Der wahre Mörder wurde jedoch aufgrund von DNA-Beweisen gefasst und verurteilt Etwa zur gleichen Zeit in den 70er Jahren wurde Sam für die Entführung und Vergewaltigung einer jungen Frau in der Gegend, in der wir uns befanden, verurteilt und sah seine Haftstrafe ab Das Buch, das er schrieb, handelte von all dem Wegen eines Schneesturms in Chicago saßen wir noch zwei Tage in Portland fest Es waren zwei seltsame, spannungsgeladene Tage In Anbetracht der Umstände und der Verrücktheit dieser Nacht hätte alles furchtbar schief gehen können Ich bin froh, dass ich aus dieser Nacht nur eine Geschichte mitgenommen habe Also, an Sam, den Mechaniker Lass uns nie wieder treffen Laura Als ich zehn Jahre alt war, lebte ich in einer relativ kleinen Stadt in Texas in einem kleinen Haus mit meiner Mutter Meine Mutter hatte schon immer ein sehr fürsorgliches Herz für Menschen in Not Als mein Onkel sie eines Abends anrief und ihr erzählte, dass er im örtlichen Park ein obdachloses Mädchen getroffen hatte Bot meine Mutter ihr an, ihr für einen Tag oder so zu helfen, damit sie wieder auf die Beine kam So etwas in der Art Als das Mädchen bei mir zu Hause ankam, sagte sie, ihr Name sei Laura Laura sagte uns, sie sei damals 16 gewesen Sie schien ein schüchternes Mädchen zu sein Als meine Mutter fragte, was sie auf der Straße machte, erzählte Laura, dass sie von ihrer Mutter zu Hause rausgeschmissen worden sei Weil diese sie beschuldigt hatte, mit ihrem Freund zu schlafen Laura sagte uns, dass diese Anschuldigung nicht stimmte Sie sagte uns, dass der Freund ihrer Mutter derjenige war, der sie angemacht hatte Meine Mutter gab Laura an dieser Nacht einen Schlafplatz im Gästezimmer Am nächsten Tag, nach dem Frühstück, bat Laura darum, das Haustelefon meiner Mutter zu benutzen Um ihre Mutter anzurufen und zu fragen, ob sie einige ihrer Sachen aus dem Haus holen könnte Lauras Mutter ging nicht ans Telefon und wir hatten Mitleid mit ihr Als zehnjähriges Mädchen konnte ich mir nicht vorstellen, was sie durchgemacht haben musste Später an diesem Tag erinnere ich mich, dass ich im Wohnzimmer fern sah und mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmerte Aber ich spürte, dass mich jemand anstarrte, also drehte ich den Kopf, wo ich den Blick spürte Laura hat mir einen Blick zugeworfen, der so kalt war, dass ich tot umgefallen wäre, wenn Blicke töten könnten Ich war verwirrt und ein wenig erschrocken Ich wandte meinen Kopf schnell von ihr ab und schaute wieder fern, aber ich spürte Lauras kalten Blick immer noch Ich konnte nicht verstehen, was ich ihr angetan hatte, dass sie mich mit solchem Hass ansah Am nächsten Tag passierte es noch einmal Ich war in der Küche, um mir ein Glas Wasser zu holen, aber ich spürte, dass mich jemand ansah Ich drehte meinen Kopf zur Seite und sah Lauras Kopf, der um die Ecke zu mir blickte Ihre Augen waren dunkel und voller Hass Es machte mir Angst und ich war so verwirrt, dass ich nicht wusste, warum sie mich so ansah Ich wollte keinen Ärger machen, also erwähnte ich Lauras Todesblicke gegenüber meiner Mutter überhaupt nicht Später am Abend kam mein Onkel zu uns zum Essen Er war vorbeigekommen, um sich zu erkundigen, wie es Laura ging und ob wir Glück hatten, eine Wohnung für sie zu finden Die bei einem ihrer Familienmitglieder untergebracht war Nach dem Essen spülte ich gerade meinen Teller in der Spüle ab, als ich ein lautes Knurren aus dem Esszimmer hörte Ich drehte den Kopf und sah Laura, die zitterte und knurrte wie ein wildes Tier Meine Mutter und mein Onkel sahen beunruhigt und besorgt aus Laura warf sich auf den Boden und fing an sich zu winden und zu schreien, als ob sie besessen wäre Ich war völlig entsetzt, es war beängstigend, so etwas mitzuerleben Ich bin sehr religiös aufgewachsen Meine Mutter und mein Onkel begannen laut für Laura zu beten, während ich in mein Zimmer rannte und die Tür schloss Das ging zwei Stunden lang so, aber es fühlte sich an wie eine Ewigkeit des Grauens Ich konnte Laura wie eine verrückte Schreien und Knurren hören, wie eine Art gestörte Bestie Ich glaube, keiner von uns wusste genau, was vor sich ging Nachdem meine Mutter und mein Onkel eine gefühlte Ewigkeit für Laura gebetet hatten sagte Laura uns, dass sie von einem bösen Dämon befreit sei, der von ihr Besitz ergriffen hatte Keiner von uns war sich sicher, was die Ursache für ihr Verhalten war Keiner von uns war sich sicher, was überhaupt passiert war Ich steckte meinen Kopf aus meinem Zimmer und sah, wie Laura glücklich lächelte, während sie sich mit einer Decke auf der Couch zusammenrollte Ihre Augen öffneten sich und sie warf mir einen kalten Blick zu, worauf ich aus Angst schnell meine Zimmertür schloss Ich stellte einen Stuhl vor meine Zimmertür und schlief ein Am nächsten Morgen wurde ich von meiner Mutter geweckt Sie erzählte mir, dass sie mich zum Essen in mein Lieblingsrestaurant einladen würde Als ich sie fragte, ob Laura mitkäme, machte sie einen ernsten Gesichtsausdruck und sprach Dein Onkel wird Laura zu ihrer Mutter bringen Er hat letzte Nacht auf der Couch geschlafen, nachdem was passiert ist Er und ich haben uns unterhalten, als ihr beide schlafen gegangen seid und wir haben uns zusammengereimt, dass Laura sich die ganze Sache gestern Abend ausgedacht hat Sie ist nicht stabil und wir denken, dass sie gefährlich ist Als ich meine Mutter diese Worte sagen hörte, überkam ich Erleichterung Ich zog mich an und ging zum Auto, um mit meiner Mutter zum Restaurant zu fahren Als wir ins Auto stiegen, sahen wir Laura und meinen Onkel, der mit ihr in seinen Wagen stieg Laura sah wütend aus Ihr Gesichtsausdruck war der eines Kindes, wenn man ihm nicht gibt, was es will Sie stieg in das Auto meines Onkels und sie fuhren weg Ich bin jetzt 22 und habe diesen schrecklichen Vorfall, der vor Jahren in meinem Leben passierte, nie vergessen Nach diesem Tag habe ich Laura nie wieder gesehen oder etwas anderes über sie gehört Und es ist besser so Laura, lass uns nie wieder treffen An meine ehemaligen Sektenmitglieder Im Herbst 2015 begann ich mein Studium in einer sehr kleinen Stadt, mitten im Nirgendwo 2019 hatte sie 55.000 Einwohner Diese Stadt lag in der Mitte des Bundesstaates im Mittleren Westen, in dem ich lebte, inmitten der großen Ebenen Die Stadt existierte so gut wie nur wegen des Colleges Es handelte sich um ein staatliches College mit etwa 20.000 Studenten pro Jahr Wie du dir vorstellen kannst, brachte das College eine Fülle von Lehrkräften und Unternehmen in die Stadt Und machte sie so richtig bekannt Ich persönlich stach wie ein Wunderdaumen heraus Denn obwohl ich im Bibelgürtel lebte, war ich seit meinem 15. Lebensjahr Wicca Ich habe mich nie mit Jesus und Gott identifiziert, als ich alt genug war, um den christlichen Glauben zu analysieren Ein wichtiger Aspekt meiner Persönlichkeit ist, dass ich sehr akzeptierend bin Ich erwähne das, weil es später zu einem gewissen Chaos geführt hat Ich war der Klassenclown unter den Freunden, ich bin sicher, du kennst den Typ Alban und fürsorglich, es geht um Leben und Tod Ich war also mitten im Nirgendwo am Anfang meiner College-Karriere Und ich war von Fremden umgeben, die genauso nervös und unbeholfen waren wie ich Da ich mich mitten im Bibelgürtel befand, waren meine Freunde von meiner Tarotkarten, Medium und Zukunftsseher-Persönlichkeit nicht sehr angetan Als ich neue Freunde fand, traf ich schnell ein paar Leute, die auch Tarot lesen lernen wollten Wir wohnten im selben Studentenwohnheim, sie waren nett und ich unterrichtete gerne So kam es, dass ich mich mit Alex, Davis, April, Sam, Rosie, Katie und Sky zusammentat Sie waren schon im Jahr zuvor befreundet und so wurde ich sozusagen als neuestes Glanzstück in die Freundesgruppe aufgenommen Nachdem ich erwähnt hatte, dass ich Tarot lese, war die Gruppe ganz aus dem Häuschen Eines Nachmittags hielt ich im Keller unseres Domizils eine Tarotlesung für die Gruppe ab Es war ein trüber Herbsttag, Mitte November Umgeben von Getränkedosen, KitKats und unserer Schularbeit begann ich, die Karten jedes einzelnen Gruppenmitglieds zu lesen Beim Lesen beginnt man, in die Seele eines Menschen zu blicken Jede Karte gibt dir einen kleinen Einblick in die Persönlichkeit Regelmäßig musste ich Menschen über die Wahrheit trösten, die im Kartenlegen liegt Ich habe oft die Rolle des Therapeuten spielen müssen, nachdem die Karten den Leuten den Dreck aus den Augen gelesen hatten Daher war es für mich nicht überraschend, als die Gruppe schockiert und neugierig da saß und eine Gänsehaut auf ihren Armen spürte Das war eine normale Reaktion Die Stunden vergingen wie im Flug Ich machte allgemeine Lesungen, Lesungen zu Fragen, Lesungen zum Liebesleben, was auch immer Je mehr Zeit verging, desto mehr von meinem Talent kam zum Vorschein Schon bald las ich aus der Hand, gab übersinnliche Ratschläge und erzählte von meiner Reise als Wicker Ich glaube, dass man das, was man von der Erde nimmt, auch zurückgeben sollte Es gehört zu meinem Glaubenssystem, alles mit Liebe zu tun und nie etwas Böses zu wollen Alex fragte mich, ob ich sie über mein Glaubenssystem unterrichten könnte Dann Katie, dann Davis Ehe ich mich versah, hatte jeder in der Gruppe um eine improvisierte Unterweisung gebeten Verstehe mich nicht falsch, ich liebte das Unterrichten Aber vor allem sehnte ich mich nach dieser positiven Aufmerksamkeit Meine Kindheit war ziemlich schrecklich, ich wurde sehr missbraucht Ich wollte einfach Menschen, die sich um mich kümmerten Diese Menschen waren einige der Ersten, die sich wirklich für mich interessierten Die sich wirklich dafür interessierten, was ich zu sagen hatte Mit einer rosaroten Brille begann ich also ein lustiges, kleines Informationsgespräch mit meinen brandneuen Freunden Ich habe die Warnzeichen nicht gesehen Was als kleine Treffen in den Studienräumen begann, entwickelte sich zu stundenlangen Vorträgen Bei denen die Gruppe an jedem Wort hing, das ich sagte Je näher wir uns kamen, desto mehr von meiner schrecklichen Vergangenheit wurde aufgedeckt Ich erzählte von meinem Trauma, von all den Malen, an denen ich hätte sterben sollen Von den Schlägen, davon, wie meine Mutter versuchte, mich zu ermorden Ich dachte, ich hätte meinen Stamm gefunden Ich war wirklich aufgeregt und froh, unter Leuten zu sein Ich erkannte die Warnzeichen erst, als es zu spät war Eine Zeit lang lief alles glatt Eine Routine aus Unterrichten der Gruppe Abhängen, Abendessen, Gesprächen über normale Dinge Wie die Uni und was in den Wohnheimgemeinschaften vor sich ging Alles fühlte sich ziemlich normal an Das gefiel mir sehr Eines der Gruppenmitglieder, Davis, befand sich in der Umwandlung von einer Frau zu einem Mann Und er kämpfte sehr mit seiner Identität Er wuchs in einem ziemlich strengen Haushalt auf Sodass seine Verwandlung von seiner Familie nicht sehr gut aufgenommen wurde Er kämpfte auch mit einer bipolaren Störung Was den Leuten in der Gruppe Unbehagen bereitete Ich glaube, weil sie es nicht verstanden Denkt daran, dass psychische Gesundheit zu dieser Zeit nicht wirklich etwas war Worüber die Leute offen sprachen Denn es war der Bibelgürtel Davis verhielt sich also gelegentlich unberechenbar Er fing Streit an, regte sich auf, weinte wahllos und so weiter Ich bin mir sicher, dass ein Teil davon auf die Transition zurückzuführen war Und ich kann mir nicht vorstellen, wie emotional und schwer es sein muss, so etwas durchzumachen Der eigentliche Auslöser war, als Davis anfing zu zweifeln Ob er sich vollständig umstellen sollte oder nicht Davis nahm schon seit geraumer Zeit Testosteron Präsentierte sich männlich Hatte aber noch keine Operation hinter sich Eines Tages, kurz vor den Frühlingsferien Trug Davis ein Kleid, Make-up und Absätze auf dem Campus Damals fand ich das irgendwie seltsam Aber ich dachte mir, das sei Davis-Leben, also war es mir egal Der Rest der Gruppe fing jedoch an, sich darüber aufzuregen Es war sehr untypisch, aber die Gruppe dachte, dass da mehr dahinter steckte Als Davis in seinem Kleid und mit Stöckelschuhen zum Unterricht ging, begann Alex zu spekulieren Es gab eine lange, seltsame Geschichte zwischen Alex, Davis und Skye Eine Geschichte, in der Davis in einer Art Beziehung sowohl mit Alex als auch mit Skye geflirtet hatte Was zu einer gewissen Feindseligkeit führte Alex und Skye waren beste Freunde, aber Davis hatte sich sozusagen in die Herzen der beiden geschlichen Alex war keiner, der wirklich über seine Gefühle sprach Also taten sie so, als ob diese Dreiecksbeziehung sie nicht beträfe Aber Alex war bitter geworden Nachdem Davis mit Skye im Schlepptau gegangen war, begann Alex mit seinen Spekulationen Was ist los mit ihm? Warum benimmt er sich so? Es ist, als würde ich ihn kaum kennen Katie, die für Klatsch und Tratsch zu haben war, schloss sich an Es ist wirklich so, als ob Davis ein völlig anderer Mensch wäre Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich hasse ihn Er nutzt Skye aus Der Rest des Gesprächs begann sich zu verselbstständigen Für diejenigen, die schon lange in der Freundesgruppe waren, war es eine frustrierende Situation Ich war ziemlich gleichgültig Ich wusste nicht, was los war und ehrlich gesagt dachte ich, dass die Leute aus dem Nichts einen Aufstand machten Wenn du dich mit dem, was passiert, unwohl fühlst, dann sprich es aus Ich schweife ab Ich hatte an einer Hausarbeit gearbeitet und mir eigentlich nicht allzu viele Gedanken über das Gespräch gemacht Bis April mich fragte Meinst du, er könnte mit böser Magie herumspielen? Ich zuckte mit den Schultern Davis hatte sich nach Liebeszaubern und anderen Dingen erkundigt, mit denen ich mich eigentlich nicht beschäftigte Er war von der Idee begeistert, dass er jemanden mit einem Zauberspruch belegen könnte, damit sie sich in ihn verliebt Ich hatte ihm gesagt, dass man den freien Willen nicht einschränken darf Das Universum ist denen nicht wohlgesonnen, die jemandem Schaden zufügen, ihn behindern oder ihm seinen freien Willen wegnehmen April war dabei gewesen, als Davis fragte Als Alex sie fragend ansah, erzählte April alles Etwas in Alex' Gesicht verzerrte sich, als könnte man sehen, wie sich sein Herzschmerz in pure Wut verwandelte Alex entschuldigte sich und das war's Ich erinnere mich, dass ich wegen der Situation ein wenig gestresst war, denn ich hasste damals Konflikte Ich verbrachte die Frühjahrsferien in Rosys Haus Sie und Sam wohnten in derselben Stadt Alex und Katie würden auch dort sein Als ich zustimmte, die Ferien mit ihnen zu verbringen, war das, bevor das Drama begann Aber als die Ferien begann, war es zu spät, meine Pläne zu ändern Die ganzen Ferien überhörte ich zu, wie die Verschwörung immer größer wurde Die vier hatten begonnen, diese Idee der bösen Magie auszuarbeiten Rosie dachte, Davis sei vielleicht besessen Ich sagte ihnen, dass ich das nicht für wahrscheinlich halte Ich hatte das Gefühl, dass die Dinge langsam aus dem Ruder liefen, die Dinge fühlten sich seltsam an Ich war noch nie in der Gegenwart einer Gruppe von Menschen, die einfach Einen anderen Beschuldigten besessen zu sein Die Dinge waren merkwürdig Als ich die Idee der Besessenheit zurückwies, erwähnten sie das Knurren von Davis in der Woche zuvor Wir spielten ein Online-Spiel und Davis knurrte als Reaktion darauf Ich hatte scherzhaft gesagt, er klinge wie ein Dämon Ich sagte ihnen immer noch, dass es nicht sei, aber sie ließen nicht locker Als ich merkte, dass ich in Schwierigkeiten steckte, hatte ich eine schnelle Lösung parat Ich sagte ihnen, dass wir ein paar Schutzzauber sprechen könnten, sodass, falls etwas schief gehen sollte, alles in Ordnung wäre Das schienen sie ausreichend zu beruhigen Zum Glück ließen sie das Thema in Ruhe, bis wir auf dem Rückweg zum Campus waren Wir müssen ein Exorzismus an Davis durchführen, sagte Rosie mit einem wilden Blick Rosie hatte sich schon mit dem Paganismus beschäftigt, bevor sie mich kennenlernte Sie hatte also bereits ein solides Fundament an Überzeugungen und Theorien Das Problem war jedoch, dass Rosie und Sam dachten, sie könnten ihr Paganismus als Werkzeug benutzen, um die Menschen um sie herum zu kontrollieren Ich versuchte, diesen Gedankengang zu korrigieren, da er meinem Glaubenssystem zuwiderlief, wofür sie sehr empfänglich zu sein schien Bis sie sich bedroht fühlten Davis hatte Rosie eine Textnachricht über ein Drama mit Alex und Sky geschickt, was Rosie in eine Spirale brachte Ehe ich mich versah, ging die Erzählung in Davis ist vom Dämon Lilith besessen über Ich wusste nicht, was ich tun sollte Ich sagte ihnen, dass er das nicht ist Ich sagte, dass es keinen Sinn macht Ich war zu spät dran Ich wusste es nicht Ich dachte, wenn ich zum Campus zurückkehre und mir etwas Zeit von ihnen nehme, würden sich alle beruhigen Und das habe ich dann auch getan Auf dem Rest der Fahrt habe ich versucht, so viel Schadensbegrenzung wie möglich zu betreiben Aber als ich wieder im Wohnheim war, habe ich mich in meinem Zimmer eingeschlossen Wenn man mich fragte, sagte ich einfach, dass ich wegen den Frühjahrsferien mit der Arbeit im Rückstand sei Alles war ruhig und ich fühlte mich sicher Ich dachte, es sei eine vorübergehende Verrücktheit oder so etwas Ein paar Tage, nachdem ich mich eingeschlossen hatte, saß ich unten und sprach mit April Wir plauderten gerade darüber, was sie in den Ferien gemacht hatte, als ich Rosie und Katie am Wohnzimmer vorbeilaufen sah Sie waren ganz aufgeregt Sie winkten uns zu, als sie vorbeirannten, sagten aber nichts Wenig später rannte Sky weinend in die gleiche Richtung Als sie uns sah, stürmte sie herein Davis sagte, er sei ein Dämon und müsse exorziert werden Ich sprang auf und rannte in Richtung seines Schlafsaals Sam und Alex standen auf dem Flur Ihre Gesichter verhärteten sich, als sie mich, Sky und April herankommen sahen Ihr dürft da nicht rein, Davis ist eine Gefahr für euch, sagte Sam Er hat zugegeben, dass er besessen ist Er ist nicht besessen, lass mich da rein Wir zankten uns eine Weile, bis ich sagte, wenn sie einen Exorzismus durchführen wollten, bräuchten sie mich da drin Nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was ich sah Davis lag auf dem Bett und war an das Bettgestell gefesselt Er weinte Rosie und Katie waren drin und stellten Sachen um das Bett herum auf Rosie hielt ein zerfleddertes, altes Buch in ihrer Hand Auf einem Teller brannte Salbei Katie schrie etwas, aber ich konnte mich nicht konzentrieren Ich dachte nur, dass diese Leute verdammt verrückt waren Alles, was ich sehen konnte, war Davis, der weinend auf dem Bett lag Es tut mir so leid, ich wusste nicht, dass ich besessen war Ich wusste nicht, dass ich dir wehtun würde Davis weinte und zitterte Wir werden den Dämon rausholen, du wirst wieder gesund Ich habe immer wieder gesagt, dass er nicht besessen war, aber niemand hat mir zugehört In diesem Moment sah ich das Messer Es war Bronzefarben und mit einer dunklen Kruste überzogen Es lag in einer Schüssel aus dem Speisesaal In einer Mischung aus etwas, das wie Salz aussah Und etwas, das wie Blut aussah Erschrocken sah ich zu Rosie hinüber und entdeckte einen blutigen Verband an ihrem Arm Es war, als wäre meine Welt stehen geblieben An diesem Punkt wurde mir klar, dass diese Leute verrückt waren Ich dachte nicht, dass sie mörderisch verrückt waren Ich hatte genug Gruselfilme gesehen, dass ich mir nur vorstellen konnte, was passieren würde Ich schnappte mir das Messer und schnitt den Stoff durch, mit dem Davis gefesselt war Packte sein Handgelenk und stürzte aus dem Zimmer Ich rief Davies Mutter an und sagte ihr, sie solle ihn abholen Wir gingen in meinen Schlafsaal, bis sie dort ankamen und ich versuchte ihn zur Vernunft zu bringen Davies ging kurz darauf nach Hause Rosie, Katie, Sam und Alex haben ein Telefon mit Nachrichten bombardiert April war mit mir gekommen, als ich mit Davies weggelaufen war Als er nach Hause gegangen war, fing sie an zu erzählen, dass ich vorsichtig sein müsse Denn wenn Hillary Clinton zur Präsidentin gewählt würde, wäre ich etwas Besonderes Meine Mutter hatte mir gesagt, dass sie mich umbringen müsse, weil mich sonst die Regierung kriegen würde Dass ich etwas Besonderes sei April wusste das, offenbar glaubte sie es auch Ich nickte nur und sagte ihr, dass ich schlafen gehen müsse Nachdem sie gegangen war, fing ich an, den Papierkram für den Schulwechsel zu erledigen Ich zog zwei Stunden weit weg und blockierte die Telefonnummern von allen in der Gruppe Ich konnte nicht glauben, was alles passiert war, aber rückblickend erkannte ich, dass die Anzeichen die ganze Zeit da waren Das Vorbeigehende, du bist wie ein Hexen-Jesus oder das blinde Vertrauen in alles, was ich sagte Der denkwürdigste Moment war, als ich ihnen sagte, dass der Himmel tatsächlich grün sei Ich wollte nur einen Scherz machen, ein sarkastisches Arschloch sein Aber April und Alex nickten nur Als ich sagte, dass ich einen Scherz gemacht habe, verteidigte April sie mit den Worten Nun, technisch gesehen spiegelt der Himmel nur die Erde wieder, also ist er irgendwie grün Ich habe versehentlich eine Sekte gegründet und ein kleines Höllenloch geschaffen, in dem jeder blind alles glaubte, was ich sagte Und dachte, ich sei der moderne Jesus Also, an meine ehemaligen Sektenmitglieder, lasst uns nie wieder treffen Und bitte, holt euch Hilfe Aus Splinter Cell Ich habe im Laufe meines Lebens einige beängstigende Ereignisse erlebt Aber keines, das mit einer bestimmten Nacht in meinen letzten Jahren der Highschool vergleichbar war Ich hatte gerade die letzte einer Reihe von Trennungen mit meiner Freundin hinter mir Und suchte nach einem Grund, um ein Angstverlies zu Hause zu verlassen Wo ich bereits unzählige Stunden damit verbracht hatte, über das Ende der Beziehung nachzudenken Meine Freundin Mia wohnte in einem benachbarten Wohngebiet und hatte mich eingeladen, mit ihr und ihrem Bruder etwas zu unternehmen Da ich Mia erst seit kurzem kannte, drängte mich meine Sozialphobie dazu Die Einladung an einen anderen Freund und häufigen Begleiter von mir, Robert, weiterzuleiten Mia hatte damit keine Probleme und Robert verlangte nur selten, wenn überhaupt, eine Vorankündigung für zwanglose Unternehmungen So dass seine Anwesenheit garantiert war, lange bevor ich ihn darum bat Mia hatte ihre eigenen Bedingungen und bestand darauf, dass ich sie anrief, um uns zu treffen Sobald wir an der Transitstation an ihrer Gegend ankamen Ich war an einem Abend vor nicht allzu langer Zeit schon einmal bei Mia zu Hause gewesen Wo ich an einem höflich angespannten Verhör beim Abendessen mit ihren Eltern teilgenommen hatte Und es war ein ziemlich direkter Weg von dort, wo der Bus uns aussteigen lassen würde Die Geste wurde nie als etwas anderes als eine Gefälligkeit empfunden Und so stimmte ich fraglos zu, weil ich mich über die Gesellschaft glücklich schätzen konnte Robert hatte einen kleinen Vorrat an Feuerwerkskörpern angehäuft, den er zu einem geeigneten Zeitpunkt zünden wollte Da sich dieser Zeitpunkt nie ergab, ließ ich ihn wissen, dass es heute Abend soweit sei, als ich auf der Veranda neben seinem Schlafzimmer auf ihn wartete Er murmelte einen Protest, gab dann aber sofort nach und griff wahllos nach dem Vorrat, der sich unter seinem Bett befand In 20 Minuten brachte uns ein Stadtbus durch vertraute Gegenden und überquerte schließlich die Bushalte Die als informelle Grenze zwischen zwei Gemeinden im Nordwesten der Stadt existierte Es handelte sich um eine eng gebaute Unterführung, die nur für den öffentlichen Nahverkehr und kompakte Lastwagen zugänglich war Mit einem durch Betontrennwände geschützten Gehweg für Fahrräder und Fußgänger Das zentrale Merkmal ist eine viereckige Grube mit einer losen Anordnung von Stahlstäben, die eindringende Fahrzeuge, die die vorgeschriebenen Anforderungen nicht erfüllen, einfangen sollten Das war, bevor Sportwagen sie überflüssig machten und ein automatisches Tor installiert wurde, um seine Funktion weiterhin zu rechtfertigen Heute ist es eine kleine Anomalie in seiner Umgebung, aber es erfüllte immer noch seinen Zweck und war so etwas wie ein unbewachter Grenzkontrollpunkt Ich hatte nicht damit gerechnet, an diesem Abend auszugehen und als wir kurz vor elf am Bahnhof ankamen, sparte ich bewusst meine begrenzte Akkulaufzeit, um Mia von unserer Ankunft zu unterrichten Nach dem Anruf blinkte das Symbol für einen niedrigen Akkustand auf Ein Zeichen dafür, dass noch genug übrig war, um mich mit der Aussicht auf eine versöhnliche Nachricht von meiner Ex zu bestrafen, die durch die Kraft des Wunschdenkens erscheinen würde Während Robert und ich durch einen Katalog von 80er Jahre Melodien trällerten und dabei ein Takt hinter dem Tempo zurückblieben war es da ein schwarzer Geländewagen mit getönten Scheiben auf dem Parkplatz neben dem Bahnhof an uns vorbei Seine Reifen dröhnten wie eine Banshee auf dem Asphalt, während er sich unberechenbar schlingelte und der unsichtbare Fahrer hupte, bevor er in Richtung desselben innerstädtischen Vororts abbog, für den wir selbst bestimmt waren Mia und ihr Bruder trafen kurz darauf ein, wir nahmen einen nahegelegenen Schulhof ins Visier, um dort mit einem Feuerwerkskörper für Aufsehen zu sorgen In einem pflichtigen Spektakel waren die beiden römischen Kerzen und ein Großteil der Flaschenraketen aufgebraucht und bis auf die wenigen Blindgänger erfüllten alle ihren Zweck, Aufmerksamkeit zu erregen Innerhalb weniger Minuten kam ein weiterer Geländewagen, die dem Schulhof am nächsten gelegene Straße heruntergerast Eine Reihe von Luftballons, die durch einen Spalt in der Heckscheibe an das Innere des Fahrzeugs gebunden waren, kämpften gegen den Wind bevor das Fahrzeug ruckartig zum Stehen kam Mia wies uns abrupt an, dort zu warten, wo wir waren und joggte in Richtung des leerlaufenden Geländewagens davon Wir sahen, wie eine Gestalt aus dem Beifahrersitz sprang und sich ihr näherte Obwohl sie außer Hörweite waren, spürte ich eine tiefe Erleichterung, als sie die Begrüßung mit Herzlichkeit aufnahm Es herrschte ein Verhältnis und eine Freundlichkeit, die man normalerweise nicht mit den ahnungslosen Fremden verbindet, die man nach Einbruch der Dunkelheit trifft Mia war die Art von Mensch, die man einfach mögen musste Sie war klug, liebenswürdig, talentiert und tat nie etwas, was jemanden beleidigte Sie behandelte alle gleich und ihre Beliebtheit stellte die angeblichen sozialen Schichten des Senior High in den Schatten Ich hingegen war mit bestimmten Archetypen in der Klasse weitaus vertrauter, als mir lieb war Die Chaoten, die Tyrannen, die Bösewichte, von denen sich viele auf einen festen Punkt auf der Landkarte unserer Heimatstadt konzentrierten, dessen scheinbarer Mittelpunkt die Schule ihres ehemaligen Bezirks war Trotz ihres akademischen Rufs hatte ihre Schülerschaft eine gewisse Berühmtheit erlangt, weil sie eine hohe Rate jugendlicher Straftäter aufhieß In diesem Alter war ich einigermaßen zuversichtlich, dass sich die erhitzten Gemüter zwischen den einzelnen Klicken nach dem Schulabschluss beruhigen würden Aber es würde immer einige wenige geben, die illegales Verhalten und vorsätzliche Gewalttaten zu ihrem Lebensstil machen würden Ich war und bin auch heute noch ein kleiner Mann von 30 Jahren, der nie größer als 1,70 war und den man als leichtes Ziel ansehen könnte In meinen eigenen Hallen hatte ich den Ruf eines schelmischen, aber gutmütigen Faulpelzes, der Schläge einstecken, aber sich nicht wehren konnte Und ich verließ mich auf die vorteilhaftere Eigenschaft, um ein Defizit an Muskelmasse zu kompensieren, wenn es darum ging, angespannte Situationen mit jemandem zu entschärfen, der nicht zu meinem ausgewählten Kreis von Sonderlingen gehörte Die Erfolgsquote war zwar nicht überragend, aber sie ermöglichte es mir, den größten Teil meiner schulischen Karriere relativ unbeschadet zu überstehen Mir und der Fremde tauschten eine kurze Umarmung aus, bevor sie sich verabschiedeten Ich beobachtete den Geländewagen, der eine hastige Kehrtwende vollzog und an einem Stoppschild vorbeifuhr, um unvorsichtige Fußgänger zu erschrecken, während er mit seinem Motor woanders hinfuhr als wir Unaufgefordert, aber dennoch erwünscht, wurden wir mit einem kritischen Kontext versorgt, der den Rest des Abends prägen sollte, sobald sie wieder zu unserer Gruppe stieß Das war ein Freund von mir aus St. Francis Sie feiern den 18. Geburtstag eines Kumpels, in dem sie herumfahren und Leute verprügeln, die alleine gehen Ihr könnt gerne hierbleiben, aber ich denke, wir sollten jetzt lieber reingehen In den folgenden Augenblicken bemerkte ich, wie die Lichter der umliegenden Häuser immer spärlicher wurden und die Sicherheit, die sie darstellten, zusammen mit ihnen verschwand Also von mir aus Ich würde lieber nicht zum Gastopfer in den verdrehten Initiationsrieten eines Jungen werden, der seinen Kumpel sein Macho-Gehabe beweist, während sie mir abwechselnd das Gesicht einschlagen Als wir kurz darauf ohne Zwischenfälle bei Mia zu Hause ankamen, war die Stimmung nachdenklich und ruhig geworden, nachdem wir einen unbeschwerten Abend voller Jugenderinnerungen verbracht hatten, der von Idioten verdorben worden war Alle waren erschöpft, also beschlossen wir, uns einen Film anzusehen Eine harmlose Komödie aus den mittleren 80ern, an deren Namen ich mich nicht mehr erinnern kann Es waren noch keine 20 Minuten Laufzeit vergangen, als Mias Vater an der Schwelle zum Wohnzimmer erschien Mia, es ist schon spät, sag deinen Freunden gute Nacht Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte erzählte, gab es viele Spekulationen darüber, wer die Hauptschuld an den vermeidbaren Ereignissen trug, die sich danach ereigneten Obwohl ich mir den Vorwurf anhören musste, ich sei zu nachsichtig gewesen, bin ich nach wie vor der Meinung, dass alle ehrlich gemeint waren Mia hatte sich zu unseren Gunsten geäußert und auf die potenziell gefährlichen Umstände hingewiesen, die uns draußen erwarteten Ihr Vater begegnete diesen Behauptungen mit einer gehörigen Portion elterlicher Skepsis Während Robert und ich für unser eigenes Wohlergehen eintraten, indem wir die Szene schweigend mit ansahen Trotz der leichten bis mittelschweren Unruhe von vorhin, wirkte sich die beruhigende Ruhe, die man auf einem Sofa am Haus genießt, auf die Risiken aus Ich meine, wenn man bedenkt, aus wie vielen Dutzend Straßen diese Gemeinde bestand, wenn wir uns schnell bewegten und Vorsichtsmaßnahmen trafen Wie groß war dann die Wahrscheinlichkeit, dass diese Schläger uns jemals zu Gesicht bekommen würden Wir haben das alles als Übertreibung abgetan Sie hat ihr Bestes getan, um unsere Situation zu erklären und ihren Vater davon abzuhalten, uns aus dem Haus zu werfen Aber als Musterschülerin mit frommen Eltern sind die Regeln des Haushalts unantastbar Bettruhe um zwölf und keine Zuflucht für Teenager-Jungs über Nacht Es gab kein Argument, um ihn vom Gegenteil zu überzeugen Als wir auf Mias Veranda standen, teilte sie uns mit Verspätung mit, dass nicht nur ein oder zwei, sondern insgesamt vier Geländewagen auf der Jagd waren Nachdem sie sich bei uns entschuldigt und uns alles Gute gewünscht hatte, versicherten wir ihr, dass es uns gut gehen würde Dann schloss sie die Tür hinter uns, damit wir unsere Chancen neu ausrechnen konnten Mein Handy-Akku war schon lange leer, nachdem ich wie ein liebeskranker Trottel auf diese SMS gewartet hatte Robert hingegen hatte sich noch nie die Mühe gemacht, ein Handy mit sich zu führen Da er mit allen, die er kannte, fast ausschließlich über MSN kommunizierte Da wir schlecht vorbereitet waren, sah es so aus, als ob wir uns damit abfinden würden, zu Fuß zu gehen Wir schlenderten durch die Sackgassen und überlegten, welche Routen uns davon abhalten würden, auf die Haupt- und Ausfallstraßen auszuweichen Die Vernünftigste war auch die Längste und die Bushalte war eine saubere Flucht vor dem Geburtstagskind und seinen Kumpels Wir hatten das Glück, in der Gegend zur Schule gegangen zu sein und kannten die vielen versteckten Korridore und Abkürzungen, in denen die großen Baumkronen uns im Schatten verbergen konnten Wenn wir unseren Verstand benutzten, konnten wir praktisch 80% des Weges unentdeckt bleiben Es lohnt sich, hier noch einmal zu betonen, dass wir Jugendliche waren, für die das Ausleben schlechter Urteilsfähigkeit eine respektierte Tradition war Uns war auch bewusst, dass der Bahnhof relativ bald geschlossen werden würde Der Zug würde uns zwar nichts nützen, da dieser Bahnhof die Endstation der Strecke war Aber es gab eine kleine Chance, dass die Busse noch fuhren Es war nur ein kurzer Spaziergang zurück in die Richtung, aus der wir gekommen waren, durch einen Park mit Blick auf den Eingang Von dort aus wären wir völlig ungeschützt, mit nichts als sich abzeichnenden Schaufenstern und einem großen, kargen Parkplatz, der von Halogenscheinwerfern beleuchtet wird Die man auf entflohene Häftlinge richtet, wenn diese über den Hof in die Freiheit eilen Wir beschlossen, das Risiko einzugehen, da es praktisch auf dem Weg zur Bushalte lag Bei der Bestandsaufnahme dessen, was uns nützlich sein könnte, stellte ich zu meiner Überraschung fest, dass meine Taschen leer waren Abgesehen von einer Brieftasche und dem toten Handy Robert besaß ein Sippefeuerzeug und eine einzige übrig gebliebene Flaschenrakete Von dem Wunsch beseelt, mich einfallsreich zu fühlen, suchte ich die Umgebung ab und entdeckte ein umgebautes Haus mit einer Industriemülltonne auf der Straße Ich sprang hinein und kam mit einem Holzbrett wieder heraus, das mit krummen Nägeln gespickt war Die ich wie der wiedergeborene Buffered Passer in die Hand nahm Das löste zwar kein tiefes Grauen aus, aber ich erntete ein höhnisches Lachen von Robert Er winkte mir mit seiner Flaschenrakete zu und drückte damit seinen Wunsch aus, sie jemandem ins Gesicht zu schießen, sollte er versuchen, sich uns zu nähern Jetzt schwer bewaffnet und mit viel besserer Laune schlichen wir auf den Fußwegen zwischen den Vierteln umher, was im Nachhinein betrachtet wenig dazu beitrug, unsere Nerven zu beruhigen Unser Mut verließ uns jedoch an einer Kreuzung, an der eine einsame, düstere Straßenlaterne über einen Vorraum aus tiefhängenden Ästen wachte Der so dicht war, als hätte jemand ein Leichentuch über den Mond gezogen Stadtmenschen, die ihr Leben lang in der Stadt leben, erfreuen sich an der Lichtverschmutzung, die unsere Skyline färbt In dem ihr glauben, dass selbst die richtige Dunkelheit eine durchscheinende Qualität hat Und dann war da noch dieses Stück Bürgersteig, das tagsüber so harmlos ist und sich nach Sonnenuntergang in einen verwirrenden Tunnel verwandelt Wir schlichen uns maximal 25 bis 30 Meter vorwärts, bevor uns die Lärmung überkam Die menschenleere Atmosphäre der Nacht wurde durch das ferne Echo von Rufen, quietschenden Reifen Und der plötzlichen Beschleunigung eines Fahrzeugs unterbrochen Wir konnten uns nur durch unsere Stimmen in der Schwebe orten und berieten im Flüsterton, wie wir weiter vorgehen sollten Suchen wir einen anderen Umweg oder halten wir durch und lauschen auf jede weitere Andeutung von Bewegung auf der anderen Seite der Leere Die unheimliche Stille, die sich einstellte, war ein starker Anreiz umzukehren Wir überlegten kurz, ob wir für den Rest der Nacht campen sollten, entschieden uns dann aber doch für den Rückweg Wir fanden dann den Weg durch den Parkausgang zur Hauptstraße Nachts war kaum Verkehr und wenn einer der Geländewagen auftauchen sollte, würden wir ihn deutlich sehen und er würde uns sehen Wir spitzten unser Gehör auf jede Spur von unangenehmen Motorengeräuschen, bevor wir über die Straße und am Parkplatz vorbei zu den Busbuchten flitzten Wir überprüften eilig die angezeigten Buszeiten, aber jeder hatte seine letzte Runde schon längst gedreht und die Bahnhofsuhr verriet uns, was uns unser Zögern gekostet hatte Entschlossen suchten wir Schutz in der Bahnhofshalle, die nach Geschäftsschluss normalerweise nicht verschlossen war Falls uns eine kleine Gnade zuteil werden sollte, war das Universum noch nicht bereit, uns einzulösen und die verschlossenen Bahnhofstüren klapperten in ihren Rahmen, als sie sich weigerten, sich zu bewegen Nachdem wir uns entschieden hatten, gingen wir weiter zur Bushalte Bei jedem entfernten Geräusch zuckten wir zusammen, ohne sicher zu sein, ob es sich um einen aufregenden Autofahrer handelte, der eine Spritztur machte oder um die Angreifer, die unsere Gedanken beschäftigten Es war gut möglich, dass jemand die Polizei auf sie angesetzt hatte oder dass sie weggefahren waren, um nicht entdeckt zu werden In einer kosmisch gerechten Welt wären sie bereits verhaftet worden Wenn sie nicht ein schicksalhaftes Rendezvous mit einem bedauernswerten Menschen gehabt hätten, der die Dreistigkeit besaß ausgerechnet diese Nacht zu wählen, um die frühe Herbstbrise zu genießen Vielleicht waren sie sogar ihrer Partypläne überdrüssig geworden Als wir uns unserer alten Junior Highschool näherten, begannen wir uns zu entspannen, weil wir glaubten, dass das schlimmste Szenario, vor dem wir gewarnt waren, bereits hinter uns lag und ich immer noch wie ein ausgewachsener Esel mit einem sperrigen Stück Holz herumfuchtelte Es war eine willkommene Ruhepause, aber die Müdigkeit machte sich bemerkbar, als der anfängliche Adrenalinstub abflaute Am anderen Ende der Schule erwartete uns ein weiteres Netz lose miteinander verbundener Gänge und Hinterhofzäune mit den Kritzeleien von Amateur-Graffiti-Künstlern winkten uns den Eintritt Unsere Mittagspausen außerhalb des Schulgeländes hatten uns schon Jahre zuvor dorthin geführt sodass wir mit Sicherheit wussten, dass es etwa alle 60 Meter eine Straßenlaterne gab Ob sie überhaupt funktionierte, war eine andere Frage Wie sich herausstellte, war dies eine Angelegenheit von geringer Priorität für die Gemeinde Soweit ich weiß, sind sie ein Jahrzehnt später immer noch nicht ersetzt worden Die bewegungsempfindlichen Lichter auf der Veranda überfluteten unser Blickfeld in blendenden Abständen und Robert zündete die ganze Zeit sein Zippo an, um seine wachsende Ungeduld mit unserem langsamen Vorankommen zu verdeutlichen Das Knacken von Zweigen unter dem Pfoten nachtaktiver Tiere, die um Mitternacht auf Nahrungssuche waren erweckte in meiner überforderten Fantasie silhouettenhafte Gestalten, die mit unsichtbaren Händen nach ihrer Beute griffen und uns blutig schlugen Schließlich tauchte vor uns eine gleichmäßige Lichtquelle auf und wir traten auf die Straße hinaus wobei das heiligste aller Wahrzeichen nun in Sprintdistanz war, obwohl sich keiner von uns so sportlich fühlte Als wir eine Grundschule durchquerten, kehrte unser Humor allmählich zu uns zurück nachdem wir einen gemütlichen Spaziergang in eine unbeholfene Tarnkappenübung verwandelt hatten Verglichen mit der kurvenreichen Reise, die wir auf dem Weg her unternommen hatten voller zurückgelegter Schritte, Sackgassen und zögerlichem Schuften auf vernachlässigten Fußwegen war diese letzte Etappe wie eine Landebahn beleuchtet, die uns zu Hause willkommen hieß Wir kehrten in unser übliches Geplänkel zurück, während ich offen darüber nachdachte wie lange ich an meinem improvisierten Knüppel festhalten würde bevor ich ihn auf eine verwirrende Art und Weise entsorgte, die ein Hausbesitzer bei Sonnenaufgang vergeblich zu enträtseln versuchen würde Während ich im Vorwärtsgang lustlos mit dem Brett schwang, kam ein schwarzer Geländewagen auf der linken Seite der Bushältestelle um die Ecke gebogen und die aus dem Heckfenster hängenden Luftballons schlugen bei der Geschwindigkeit nach hinten aus während der Motor aufheulte Hatten sie dort die ganze verdammte Zeit auf uns gewartet? In diesem Stadium war das eigentlich egal Es war unmöglich, dass sie uns nicht gesehen hatten Ich fluchte wiederholt, während wir einen halben Block zurückliefen und auf die Straße neben der Grundschule abbogen Wir mussten beide schnell denken, denn ihr schnelles Vorankommen ließ uns selbst bei der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit nur einen ungefähren Vorsprung von 15 Sekunden und sie hatten nicht die Absicht, uns irgendwelche Vorteile zu verschaffen Die Vorgärten verschmolzen miteinander, ohne dass es eine Unterscheidung zwischen den Grundstücksgrenzen gab sodass wir uns nirgends verstecken konnten Wir konnten hören, wie das Fahrzeug an Boden gewann und sich der Kurve näherte Unser Vorsprung war so gut wie aufgebraucht und ich hob palisch den Finger in Richtung des einzigen Platzes, der als Deckung dienen konnte Ein Teilstreifen eines fadenscheinigen Seitenhofzauns Kein begleitender Frontzaun, keine Hecken, nichts Beschämt spielte ich mit dem Gedanken, mich über den Zaun zu stürzen wohl wissend, dass ich Robert damit zurücklassen würde Ich besann mich eines Besseren und streckte mich auf dem Gras aus, um mich dicht an den Zaun zu schmiegen, während Robert mir folgte Wir waren lang wie Bretter und steif wie Leichen und unsere jeweiligen Werkzeuge sahen noch lächerlicher und verzweifelter aus als je zuvor Ein lockeres Birkenwäldchen, eine Weide und eine massive Kiefer waren alles, was uns jetzt noch vor den drohenden Schlägen schützen konnte Der Geländewagen verlor an der Kurve an Geschwindigkeit und das Licht der Scheinwerfer wurde immer intensiver, je näher sie kam Vielleicht haben wir uns unwissentlich einen Überraschungseffekt verschafft, ohne zu wissen, wie wir ihn richtig ausnutzen können Robert öffnete das Zippo und drückte es dicht an die Lunte, den Daumen, auf das Feuersteinrad Ich versuchte mich weiter in den Boden zu drücken, aber die harte Erde wollte nicht nachgeben Sie kamen zum Stehen und parkten am Rande des Grundstücks Verdammt, direkt neben uns Der schnittige Chromkühlergrill lugte hinter der Zaunlinie hervor Die Türen sprangen auf, der Kies knirschte, als die Geburtstagsgesellschaft unverständlich murmelte und auf der Suche nach uns auf und ab ging Ich versuchte ein Gefühl für die ungleiche Anzahl zu bekommen, indem ich ihre Schritte verfolgte Mein Gehör war der Aufgabe nicht gewachsen, aber es reichte, um zu wissen, dass das Verhältnis fest gegen uns stand und wir umzingelt sein würden, wenn wir uns zur Flucht entschlossen Ich hatte selten, wenn überhaupt, eine Faust gegen jemanden geschwungen Ich war immer zu sehr mit der Illusion der Gelassenheit beschäftigt, um mich zu verteidigen Auch auf die Gefahr hin, dabei dumm auszusehen Wenigstens war es damals so, dass ich mich mit meinen unerbaren Peinigern mit dem Vornamen anredete So dass eine Schlägerei nicht eskalieren und nur meinen Stolz verletzen würde Diese Leute waren Fremde Sie wussten nichts von meinem verlogenen Auftreten, von meinen Stoffpuppenmätzchen, bei denen ich den Schmerz mit einem schiefen Grinsen herunterschluckte Sie wussten nicht, dass ich so tat, als wäre es ein Spiel Alles, was sie wollten, war, uns zu verletzen Das war es also Hier würde ich gezwungen sein, die Schichten der schützenden Feigheit abzulegen und meinen eigenen verdammten Respekt zu verdienen Ich hielt das Brett fest und klammert, winzige Splitter gruben sich in meine Handfläche, während ich den Klang meines pulsierenden Herzschlags wahrnahm Das half mir dabei, 125 Pfund vergrabene Aggression aus jahrelangem Theaterspielen auf Konfrontationskurs zu bringen, um die Angst vor einem verlorenen Kampf zu übertreffen Meine freie Hand tastete nach den Nägeln, als ich sie aufrichtete Ich betete, dass Roberts Feuerwerk ausreichend Verwirrung stiften würde, damit ich während des Überfalls ein paar gute Treffer landen konnte Bevor sie uns wieder auf den Boden brachten und für die Fahrt mit dem Krankenwagen bereit machten Selbst wenn ich nur einen Treffer landen würde, wollte ich dafür sorgen, dass er auch wirklich ankommt Doch dann verfiel alles in eine langanhaltende Stille, nur das galvanische Brummen der nächsten Straßenlaterne trug zur Harmonie bei Eine untypische Ruhe überkam meine konzentrierten Träume, einen einsamen Schlag mit ein stellendem Blutvergießen auszuführen, als ich eine frustrierte Stimme hörte, die leise den Satz sagte Scheiß drauf Auf diese Aussage folgte das Zuschlagen von Türen Der Geländewagen setzte sich in Bewegung, die Räder schlitterten, als sie ausstiegen und davonbrausten Einfach so waren sie verschwunden Die Starre in unseren Körpern ließ nach, als wir auf der Stelle zusammensackten, noch nicht bereit uns aufzusetzen, aus Angst, dass dies eine Taktik sein könnte Je länger wir blieben, desto klarer wurde uns, dass wir den Deus Ex Machina bekommen hatten, auf den wir die ganze Nacht gewartet hatten Als wir uns wieder orientiert hatten und bereit waren, uns aufzurichten, ließen wir uns in relative Ruhe durch die Seitenstraßen treiben Wir entfernten uns nie von der Mitte der Straße Ich habe keine befriedigende Erklärung dafür gefunden, was uns davon abhielt, den Rest des Weges zurück zur Bushaltestelle zu schleichen Es schien einfach nicht mehr nötig zu sein Ich nehme an, man kann es als ein Symptom des isolierenden Nachglühens eines Traumas abtun Aber wenn man uns danach fragen würde, wären wir nicht in der Lage gewesen, den Schock zu verarbeiten und so etwas zuzugeben Es würde als eine weitere geschätzte Anekdote weiterleben Bis zu dem Tag, an dem wir uns Psychologen leisten könnten, die uns das Gegenteil sagen Wir hatten fast vergessen, die Tatsache anzuerkennen, dass wir es geschafft hatten Wenn ich eine Erkenntnis mitnehmen müsste, dann die, dass ich trotz meiner Abneigung gegen Konflikte und der vielen Vermutungen über meine Instinkte in der Lage sein könnte, meinen Mann zu stehen wenn ich durch einen unglücklichen Zufall wieder in die Ecke gedrängt werde Ich hoffe nur, dass ein paar ausrangierte Hölzer in der Nähe sind, wenn es soweit ist Also, an den jugendlichen Schläger-Trupp, lasst uns nie wieder treffen Die White's Bridge Das war im Oktober 2006 Damals war ich noch ein 19-jähriger Junge, der immer auf der Suche nach Abenteuern war An einem Freitagabend, nachdem ich meine Schicht beim McDonalds beendet hatte traf ich mich mit ein paar Freunden, die vorschlugen, dass wir uns diesen Spukort namens White's Bridge ansehen sollten Mein Kumpel Brandon hatte erst kürzlich davon erfahren und erzählte uns die Legenden, die sich um die 100 Jahre alte, überdachte Holzbrücke ranken Da ich nie ein gruseliges Erlebnis ausschlagen würde, stiegen wir alle in meinen grünen Fort Taurus und machten uns auf den Weg Brandon wies mir den Weg und führte mich von der Hauptstraße ab und innerhalb weniger Minuten befanden wir uns auf unbefestigten Nebenstraßen, umgeben von Wäldern und Maisfeldern Unser einziger Anhaltspunkt war ein blinkender Mobilfunkmast in der Ferne Wir merkten, dass wir uns immer weiter von der Stadt entfernten, da unsere Handys langsam das Netz verloren Während wir immer tiefer in das Gebiet fuhren, das sich tatsächlich wie die absolute Mitte von nirgendwo anfühlte wiederholte Brandon die Legende, die mit der Brücke verbunden ist In den frühen 1900er Jahren entdeckte ein örtlicher Farmer, dass seine geliebte Frau ihn betrogen hatte und in einem Anfall von Wut tötete er sie und ihren Liebhaber, nachdem er sie auf frischer Tat ertappt hatte Nachdem er den kaltblütigen Mord begannen hatte, verließ der Bauer sein Haus und wanderte wie betäubt über die unbefestigten Straßen Schließlich kam er an die White's Bridge, wo ihm klar wurde, was er getan hatte und er beschloss, lieber zu sterben, als sich den Konsequenzen seiner Tat zu stellen Er spannte ein Seil über einen der Brückenbalken und er hängte sich Soweit ich das heute beurteilen kann, ist die Geschichte frei erfunden, aber wir haben sie damals fest geglaubt Nach einer langen und holprigen Fahrt wies mich Brandon an, nach rechts auf eine Nebenstraße abzubiegen deren Existenz ich nicht einmal bemerkt hätte, wenn er mich nicht darauf hingewiesen hätte Ich bog ab und vor uns lag die White's Bridge Sie sah aus, wie aus einem Horrorfilm Eine alte, holzverkleidete Brücke, von der Zeit gealtert, die allein über einem Fluss mitten im Nirgendwo steht Wir parkten das Auto am Straßenrand und stiegen aus, um sie zu erkunden Sofort fiel uns eine Vogelscheuche ins Auge, die verlassen am Eingang der Brücke lag Mein Freund Mike, der als risikofreudig und dumm bekannt war, hob die Vogelscheuche auf und zündete sie an Der Heukörper verwandelte sich in einen Flammenball und Mike schwenkte ihn stolz neben der alten Trockenholzbrücke herum Als ich das Risiko erkannte, sagte ich ihm, er solle das verdammte Ding an den Fluss werfen und es löschen Was er zum Glück auch tat Nachdem wir uns vergewissert hatten, dass es keine Glutreste gab, die die Brücke hätten entzünden können schlug Brandon vor, wieder ins Auto zu steigen und es auf die Brücke zu fahren Er erklärte uns, dass die Legende besagt, dass, wenn man sein Auto in der Mitte der Brücke parkte den Leerlauf einlegte und den Motor abstellte Der Geist des toten Farmers das Fahrzeug vorwärts schieben würde, um es von der Brücke zu holen Natürlich mussten wir das ausprobieren Wir stiegen wieder ein und taten genau, was er sagte Wir parkten auf halber Strecke über die klapprige, alte Brücke und stellten den Motor ab Wir saßen im Stockdunkeln, sagten nichts und warteten darauf, dass irgendetwas passierte Die einzigen Geräusche waren das Knarren der Brücke, das Rauschen des Flusses unter uns Und Fußschritte? Plötzlich öffnete sich die hintere Fahrertür und eine Frau betrat unvermittelt den Rücksitz und drängte sich neben meine beiden Freunde Sie sah aus wie Ende 20, Anfang 30, hatte lange, glatte, schwarze Haare, war schlank und trug ein kariertes Hemd und blaue Jeans Es ist schon eine Weile her, aber ich erinnere mich im Wesentlichen an den Verlauf des Gesprächs Ich habe dein Feuersignal für mich gesehen, sagte sie Warte, was? antwortete ich, völlig ausgeflippt und völlig ratlos Ich bin so froh, dass du gekommen bist Das Auto meines Freundes ist in der Richtung liegen geblieben Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit zurück Mein Gehirn tat sein Bestes, um die Situation zu erfassen Es tut mir leid, aber wer bist du? fragte ich Was machst du hier draußen? Ich sagte doch, antwortete sie knapp Das Auto meines Freundes ist dort drüben kaputt gegangen Kannst du mich bitte mitnehmen, damit ich nicht den ganzen Weg zurücklaufen muss? Sie zeigte nach vorn auf eine schmale Straße, die auf der anderen Seite der Brücke nach rechts abzweigte Mein Freund Mike, der Vogelscheuchenbrenner und stets ein Gentleman, fügte hinzu Ich meine, wenn du einen Platz zum Übernachten brauchst, kannst du gerne bei mir übernachten Ich habe jede Menge zu trinken und ich unterbrach ihn Nein, Lady, hören Sie, es tut mir leid, ich weiß nicht, wer sie sind Sie sind gerade in mein Auto eingestiegen und das ist alles wirklich seltsam Sie könnten ein Axtmörder sein, soweit ich weiß und es tut mir leid, sie müssen aussteigen Sie starrte mich im Rückspiegel an Wenn Blicke töten könnten, wäre ich erledigt gewesen Aber du hast mir ein Zeichen gegeben antwortete sie in einem irritierten Ton Wir haben dir kein Zeichen gegeben Steig aus Sie stieß einen wütenden Seufzer aus Stieg aus, ging in die Richtung zurück, aus der sie gekommen war und verschwand in der Nacht Ich ließ den Motor an und schaute meine Freunde an Sie hatten alle einen ungläubigen Gesichtsausdruck Ohne ein Wort zu sagen, legte ich den Gang ein und rollte langsam vorwärts und von der Brücke Wir mussten umdrehen und über die Brücke zurückfahren, um dorthin zu gelangen, wo wir hergekommen waren und die einzige Möglichkeit dazu war, auf die Seitenstraße zu fahren von der die Frau sagte, dass das Auto ihres Freundes eine Panne hatte Als ich in die Seitenstraße einbog, beleuchteten meine Scheinwerfer die drei Schilder, die ich von der Brücke aus nicht hatte sehen können Betreten verboten Privatbesitz Und nochmal, betreten verboten Als ich die Straße hinaufschaute, war von der Frau nichts zu sehen und wohin sie auch gegangen war, schien sie nicht in diese Richtung zu gehen Ich wollte aber nicht hierbleiben, also fuhr ich zurück, überquerte die Brücke und machte mich auf den Heimweg Auf der Heimfahrt hatten wir uns nicht viel zu sagen Ich glaube, wir waren alle gleichermaßen fassungslos Außer Mike, der fragte, ob ich jemanden kenne, der um diese Zeit wach sei und dem er etwas Gras abkaufen könne Ich besuchte die Whitesbridge danach noch ein paar Mal, aber bei meinen weiteren Besuchen passierte nichts Bemerkenswertes mehr Leider brannten einige Straftäter die alte Whitesbridge vor einigen Jahren nieder Sie wurde wieder aufgebaut, aber soweit ich weiß, ist sie nicht mehr dieselbe wie das Original Ich habe nicht vor, sie zu besuchen und zu überprüfen An die seltsame Frau, die um 2 Uhr morgens mitten im Nirgendwo in mein Auto eingestiegen ist Lass uns nie wieder treffen Waschraum Ich bin 19 Jahre alt und wohne weit weg von zu Hause in einem Studiozimmer Ich bin oft lange wach und letzte Woche habe ich gegen 23 Uhr Wäsche gewaschen Ich sah einen Mann in der Lobby sitzen, ich habe ihn nachts schon öfter gesehen, aber ich habe mir nicht viel dabei gedacht Ich war in der Waschküche, hatte gerade meine Wäsche in den Trockner gegeben Da hörte ich die Tür der Waschküche piepsen, das bedeutete, dass jemand hereinkam Da stand der Mann, ohne Wäsche und starrte mich einfach an Ich manövrierte mich um ihn herum und ging zu den Aufzügen Er folgte mir schnell, drängte mich in die Ecke und fragte mich nach meinem Snapchat Ich war müde und wollte einfach nur zurück in mein Zimmer, also habe ich es ihm dummerweise gegeben Ich dachte, er würde mir eine Nachricht schicken und versuchen zu flirten Ich würde sagen, ich habe einen Freund, tut mir leid, wenn du dachtest, dass sie sei etwas anderes Und das wäre das Ende der Sache Jedenfalls fing er an, mir Nachrichten zu schicken Es war irgendwie normal, dann fing er an, seltsame Sachen zu sagen, wie Ich habe dich vor einem Monat gesehen und war beeindruckt Ich habe einen Freund besucht und bleibe hier Und Ich habe dich beobachtet, mir ist aufgefallen, dass du meistens nachts rauskommst Er hat mir gesagt, dass er nur noch für fünf Tage zu Besuch war Dann wurde es noch schlimmer Er sagte, ich liebe dich, ich kann nicht anders Und dann sagte ich, dass ich einen Freund habe Er sagte, ich will nur dich und ignorierte das weiterhin völlig Er bat mich, in mein Zimmer zu kommen und ich sagte nein Dann wollte er eine Umarmung Er fragte mich, ob ich allein lebe und ob ich noch Jungfrau sei Er sagte immer wieder, dass er mich liebe, dass ich perfekt für ihn sei Was ich ihn beeindrucke Zu diesem Zeitpunkt nahm ich alle Nachrichten auf Snapchat auf Sprach noch ein bisschen mit ihm, um Beweise zu sammeln, damit ich sie am Morgen zur Rezeption bringen konnte Er hat mich einen Monat lang beobachtet Ich bat meinen Freund, der am zweiten Stock wohnt, mich zur Waschküche zu begleiten Wir setzten uns in die Studentenlounge und mein Freund beruhigte mich Ich zitterte vor Angst und Adrenalin Wir sahen ihn wieder in der Waschküche, als er nach mir suchte Ich rannte zurück in mein Zimmer und mein Freund sagte, dass ich in seinem Zimmer bleiben kann Aber ich sagte, dass es in Ordnung sei Ich schloss einfach meine Tür ab Es war etwa 1 Uhr nachts und ich hörte, wie jemand von meinem Zimmer versuchte herein zu kommen Ich fragte meinen Freund, ob er vor meinem Zimmer stände und er verneinte Also war ich wie erstarrt Ich wollte kein Laut von mir geben Ich fühlte mich unwohl und hilflos Am Morgen meldete ich es der Rezeption und fuhr dann für ein paar Tage zu meinem Freund nach London, um meinen Freund zu besuchen Und letzte Nacht war das erste Mal, dass ich eine Nacht in meinem Zimmer verbracht habe, seit das passiert ist Ich bin jetzt sehr paranoid Leider sollte ich das wohl gewohnt sein Jedenfalls habe ich schreckliche Angst, nach Einbruch der Dunkelheit aus meinem Zimmer zu gehen Ich schaue ständig über meine Schulter und fühle mich paranoid Also, an den Waschraum, Mann Lass uns nie wieder treffen Batman Dies geschah in den Vereinigten Staaten Es war der Sommer 2012 Mein langjähriger Freund und ich hatten gerade geheiratet Obwohl wir arme College-Studenten waren und in einer winzigen Wohnung lebten, hatten wir viel Spaß In diesem Sommer trafen wir uns fast jedes Wochenende mit unseren Freunden im örtlichen Kino In der Nähe unserer Wohnung gab es ein Kino, in dem die Kinokarten wirklich günstig waren Ein Abend, der weniger als 10 Dollar kostete, war durchaus im Rahmen unseres Budgets Jedenfalls erhielt ich eines Donnerstags einen Anruf von dieser Gruppe von Freunden, die uns einluden, die Mitternachtspremiere des neuesten Batman-Films anzusehen Ich hatte gerade eine 12-Stunden-Schicht hinter mir und war ziemlich müde Fast hätte ich die Einladung abgelehnt und überlegt, stattdessen in meiner Wohnung zu pennen Aber ich wollte mir den Spaß nicht entgehen lassen und den Film wollte ich sowieso schon eine Weile sehen Es würde sicher nicht schaden, länger aufzubleiben als sonst und ein paar Stunden Schlaf zu verpassen, oder? Um 22.30 Uhr trafen wir uns vor dem Kino Vorbei an großen Pappfiguren von Catwoman und Batman betraten wir den Kinosaal Wo uns der Geruch von Butterpopcorn und das Geschnatter aufgeregter Kinobesucher erwartete Die Kasse befand sich rechts vom Eingang und direkt darüber war eine elektronische Liste der laufenden Filme zu sehen Die 12-Uhr-Vorstellung von The Dark Knight Rises wurde dort in leuchtend roten Buchstaben angezeigt Da ich befürchtete, dass die Karten schnell ausverkauft sein würden, kam einer meiner Freunde schon früher an diesem Tag vorbei und kaufte Karten für uns alle Wir umgingen die Warteschlange und gingen direkt zur Kassiererin Sie lächelte uns an und wies uns freundlicherweise den Weg zum Saal 9, der sich auf der rechten Seite des Foyers befand Wenn ich nur gewusst hätte, was ich jetzt weiß Dass in der Menschenmenge ein Mörder lauerte Dass ich, als ich über den kitschigen roten und lila Teppich zum Saal 9 ging, in den Tod hätte laufen können Ich denke jetzt oft darüber nach, was ich getan hätte, wenn ich es gewusst hätte Den Feueralarm ausgelöst, die Polizei gerufen, den Leuten zugerufen, dass sie weglaufen sollten Aber natürlich konnte ich nicht wissen, was passieren würde Ich war mir der Gefahr, in die ich mich begab, nicht bewusst und stieß die Türen zum Saal 9 auf Ohne einen weiteren Gedanken daran zu verschwenden Der Gang in diesem Kino hatte die Form eines U und man konnte entweder nach rechts oder nach links gehen Der Saal 9 war der größte Vorführraum des Gebäudes Perfekt für die Menschenmassen, die bei Mitternachtspremieren ankamen Die Leinwand war unbeweglich und grau Noch nicht einmal die Vorpremiere hatte begonnen Denn es waren noch gut anderthalb Stunden bis zum eigentlichen Beginn des Films Wir betraten den Saal auf der rechten Seite, sodass sich alle Plätze zu unserer linken befanden Ich erinnere mich, dass ich überrascht war, wie voll das Kino bereits war Zu unserem Entsetzen war so gut wie jeder Platz besetzt Zuerst sah es so aus, als würden wir keinen Platz finden, um zusammen zu sitzen Das Kino war so aufgebaut, dass es einen Bereich mit Sitzen direkt vor der Leinwand gab Dieser Bereich war flach und es gab etwa 5 Sitzreihen in diesem Bereich Viele Sitze in diesem Bereich waren leer, aber direkt vor der Leinwand zu sitzen ist ätzend Und keiner von uns wollte dort sitzen Einer meiner Freunde entdeckte dann eine Reihe mit 5 leeren Sitzen, die alle nebeneinander lagen Perfekt für die Menge an Leuten, die wir hatten Diese Plätze befanden sich etwa 3 bis 4 Reihen weiter oben, wo die Sitzreihen beginnen, sich zu erhöhen Wir rannten die Treppe hinauf, bevor jemand die Plätze einnehmen konnte und setzten uns hinein Mein Mann, Brock, saß auf dem fünften Platz Ich saß neben ihm und meine Freundin Samantha saß neben mir auf meiner rechten Seite Ihr Freund Tommy saß neben ihr und ein weiterer Freund namens Leo saß auf dem Gangplatz Wir verbrachten die nächsten Minuten, damit uns zu unterhalten, Witze zu reißen und zu lachen Nach einer Weile gingen meine drei Freunde in die Lobby, um Getränke und das süchtig machende Kino-Popcorn zu kaufen Während sie weg waren, vertrieben Brock und ich uns die Zeit damit, Leute zu beobachten Der Kinosaal war hell, da die Lichter noch nicht gedimmt waren und ich konnte jeden gut sehen Viele Leute trugen Batman-T-Shirts und Kapuzen-Pullis Eine Person hatte sogar eine Maske und eines dieser Hemden mit einem Umhang Es waren auch viele Kinder anwesend, was nicht verwunderlich war, denn obwohl es ein Donnerstagabend war, waren gerade Sommerferien Was bedeutete, dass am nächsten Tag keine Schule war Von all den Leuten, die ich gesehen habe, werde ich das kleine Mädchen, das ein paar Stühle weiter in unserer Reihe saß, nie vergessen Sie war wirklich niedlich, blond, mit blauen Augen und kam auf ihrem Weg in die Lobby mehrmals an uns vorbei Wobei sie jedes Mal mit verschiedenen Snacks und Popcorn zurückkam Insgesamt schienen die Leute sehr gespannt auf den Film zu sein und der Raum war voller Energie und Gelächter Nach einer gefühlten Ewigkeit des Wartens wurde das Licht gedimmt und die Vorpremiere begann Wie bei jedem Film, den ich bisher gesehen habe, flimmerte eine kurze Animation über dem Bildschirm, die uns daran erinnerte Erfrischungen aus dem Foyer zu holen, unsere Handys zum Schweigen zu bringen und sicherzustellen, dass wir wissen, wo die Notausgänge sind Die Animation zeigte diese hässliche CGI-Kerze im Smoking, die in einem Kino saß Ich warf einen beiläufigen Blick auf die leuchtend grünen Notausgangsschilder, die links und rechts auf der Leinwand angebracht waren Wie üblich dachte ich mir nicht viel dabei Danach erinnere ich mich nur noch an eine Vorschau für Man of Steel Bei den anderen bin ich mir nicht sicher, wovon sie handelten Als der Film begann, brach das Kino in Jubel und Klatschen aus Der Titel des Films, The Dark Knight Rises, wurde auf der Leinwand eingeblendet Es folgte die Szene, in der Bane ein Flugzeug entführt Ich fand diese Szene ziemlich cool und sie hat mein Interesse sofort geweckt Erst als der Film ein wenig uninteressant wurde, fiel mir ein, wie müde ich war Ich beschloss, an den langweiligeren Stellen die Augen zu schließen, um ein wenig Ruhe zu finden Ich war zu diesem Zeitpunkt bereits seit 20 Stunden wach, also war ich zu Recht müde Bei der Begegnung zwischen Batman und Catwoman waren meine Augen fast die ganze Zeit geschlossen Ich weiß nicht mehr genau, was an diesem Teil des Films vor sich ging Als ich meine Augen wieder öffnete, saß Bruce Wayne an seinem Computer und suchte nach Informationen über Catwoman Das ist die letzte Szene, die ich gesehen habe Den Rest des Films habe ich nie zu Gesicht bekommen Plötzlich ertönte ein lauter Knall von der linken Seite des Kinos Ich habe ein wenig geschrien, weil ich erschrocken war Ein seltsamer Geruch erfüllte den Kinosaal Es war wie der Geruch eines Feuerwerks, also dachte ich, es sei ein Böller oder etwas ähnliches Hatte jemand ein Feuerwerk in die Menge geworfen, um sich einen Streich zu erlauben? Dann fiel mir unten rechts auf der Leinwand die dunkle Silhouette einer Person auf Sie war nur ein schwarzer Rahmen vor der hellen Kinoleinwand Eine Reihe von blinkenden Lichtern ging von dieser Person aus Es war ein seltsamer Moment, in dem sich die Zeit buchstäblich verlangsamte und alles seltsam still wurde Ich war völlig erstarrt, unfähig, mich zu bewegen und wirklich unfähig, überhaupt zu denken Es war, als hätte mein Gehirn völlig aufgehört zu arbeiten Brock merkte sofort, was los war und er packte mich Er zog mich zu Boden und legte sich auf mich, wobei er mich mit seinem eigenen Körper abschirmte Zu diesem Zeitpunkt kehrten Zeit und Ton zu mir zurück Ich hörte, wie die Schüsse durch den Saal halten Die Leute schrien Der Film lief immer noch und erzeugte eine chaotische Explosion von Geräuschen Ich erkannte, dass die blinkenden Lichter, die ich gesehen hatte, Kugeln waren, die aus einem Gewehrlauf flogen Ein sofortiges Gefühl von Adrenalin durchflutete meinen Körper Ich konnte nichts anderes tun, als liegen zu bleiben und zu hoffen, dass die Kugeln, die ich hörte, wie sie Sitze und Wände durchschlugen Nicht auch durch mich hindurchgehen würden Einmal traf ein Schrapnell meinen Kopf und schnitt mir ein gutes Stück meines Haares ab Und als ich nach der Stelle griff, um sicher zu gehen, dass sie nicht blutete, fielen mir heiße Metallstücke in die Hand Ich lag mit dem Gesicht nach oben, sodass ich alles, was geschah, sehen konnte Die Lichter eines noch laufenden Films tanzten an der Decke und an den Wänden Meine Freunde lagen mit mir auf dem Boden Unser unvollendeter Eimer Popcorn war auf dem Boden verschüttet Liu ragte mit den Beinen in den Gang, weil er nicht genug Platz hatte, um sich ganz hinter den Sitzen zu verstecken Irgendwann explodierte Samanthas Wasserflasche, die in dem Getränkehalter zwischen unseren Sitzen stand Das Wasser spritzte mir über das ganze Gesicht Der Geruch von Pulverdampf war überwältigend Das Tränengas der Riot-Klasse brachte mich zum Weinen und ließ mich unkontrolliert husten Es gab auch noch einen anderen Geruch Den schrecklichen, metallischen Geruch von Blut, den ich nie vergessen werde Ich erinnere mich, dass sich mein Unterkörper plötzlich feucht anfühlte Aus irgendeinem Grund dachte ich, das käme von der undichten Wasserflasche Aber ich merkte bald, dass das nicht der Fall war Plötzlich wurde es seltsam still Die Kugeln hatten aus irgendeinem Grund aufgehört Tommy rief Lasst uns hier raus Wir nutzten die Gelegenheit und rannten los Wir rannten die Treppe hinunter über die Vorderseite des Bildschirms zu einem hellgrünen Exit-Schild Wir drängten uns in einen kleinen, schrankartigen Raum, in dem sich die Tür befand Es war so dunkel, dass wir Mühe hatten, sie zu finden Wir schrien und schlugen gegen die Wände, um die Tür zu finden Geblendet von dem Tränengas und sprachlos vor Schreck Dann endlich ertasteten meine Hände den metallenen Türgriff Und ich drückte mit aller Kraft dagegen Die Tür flog auf und das Licht einer nahen Straßenlaterne erhellte unsere Augen Wir stießen so heftig gegen die Tür, dass wir alle auf den Beton fielen Samantha verlor ihre rosafarbenen Flip-Flops genau vor dieser Tür Als ich wieder auf die Beine kam und um mein Leben rannte, bemerkte ich, dass meine Beine rot waren Völlig durchnässt von Blut Es war, als hätte ich meine Beine in eine Badewanne voller Blut getaucht Ich untersuchte meinen Körper und stellte fest, dass ich überhaupt nicht verletzt war Woher kam dieses Blut? Ich schaute hinter mich und erkannte, dass das Blut von meinem Mann stammte Ihm war ans Bein geschossen worden Ein riesiges, klaffendes Loch hatte sich durch die untere Hälfte von Brocks rechtem Bein gebohrt Sein Fuß war kaum an seinen Beinen befestigt und baumelte leblos vor sich hin Leo und ein junger Mann, den ich nicht erkannte, trugen Brock, weil er nach dem Sturz vor der Tür keine Kraft mehr hatte und nicht mehr laufen konnte Ich war völlig schockiert Ich hatte keine Ahnung, dass er verletzt war, zumal er die ganze Zeit direkt hinter mir war und es geschafft hatte, ganz allein aus dem Kino zu entkommen Wie er das auf einem Fuß geschafft hat, werde ich nie erfahren An diesem Punkt schrie ich Mein Schrei war so laut, dass er die Bauarbeiter in der Nähe alarmierte Auf der Rückseite des Kinos befand sich ein schmaler Parkplatz, gefolgt von einer Wiese und der Straße dahinter Die Bauarbeiter waren dabei, die Straße zu reparieren Aber sobald sie meinen Schrei hörten und uns rennen sahen, hörten sie auf zu arbeiten und beobachteten, was vor sich ging Ich bin mir nicht sicher, warum ich mich so lebhaft daran erinnere Jedenfalls trugen sie Brock den hinteren Bürgersteck entlang bis zum Ende, wo sich die Ecke des Gebäudes befindet Das war eine ziemliche Strecke, mehrere Dutzend Meter Mein Mann brach dann vor Erschöpfung und Schmerzen zusammen und sagte, er könne sich nicht mehr bewegen Er legte sich hin und unter ihm bildete sich eine Blutlache Als ich mich umdrehte, sah ich, dass wir eine Blutspur hinterlassen hatten, die von der Tür bis zu unserer jetzigen Position reichte Ich zitterte Ich kniete mich neben Brock und schaute mich um, um zu sehen, wer noch verletzt war Tommy war ins Knie und in die Hüfte geschossen worden und lag weiter entfernt auf dem Parkplatz Der Teenager, der meinem Mann geholfen hatte, war ebenfalls verletzt Sein Vater und seine Mutter waren bei ihm, seine Mutter saß an der Wand und sah aus, als würde sie gleich ohnmächtig werden Sie blutete an mehreren Stellen Die Familie entkam zur gleichen Zeit wie wir Ich glaube, sie hörten, wie die Kugeln aufhörten und beschlossen ebenfalls zu fliehen Wir hatten alle Glück, denn die Schießerei ging drinnen noch weiter Ich musste mein Hemd ausziehen und damit die Blutung stoppen Ich werde nie vergessen, wie leblos und schlaff sich sein Bein anfühlte Und ich stellte mir vor, wie sich ein toter Körper anfühlen muss Ich hatte überall Blut an den Händen und Armen Die Polizei war sehr, sehr schnell zur Stelle Ich würde sagen, wir waren nur ein oder zwei Minuten draußen Bevor die roten und blauen Sirenen die Nacht erfüllten und zu unserem Standort eilten Eine Beamtin stand die ganze Zeit bei uns, bis die Sanitäter eintrafen, was sehr lange dauerte Brock war einer der Letzten, die ins Krankenhaus gebracht wurden Er blutete fast 20 Minuten lang, bevor ein Krankenwagen auf der gleichen Straße mit der Baustelle anhielt Zu diesem Zeitpunkt war er schon fast nicht mehr ansprechbar und stand kurz vor der Bewusstlosigkeit Mehrere kräftige Männer eilten mit einer Trage über die Wiese, luden ihn darauf und rannten dann mit ihm zurück zum wartenden Krankenwagen Ich konnte ihn nicht begleiten, da sich noch ein anderer Verletzter am Krankenwagen befand und dieser zu voll war Ich irrte allein zum vorderen Teil des Kinos, ohne zu wissen, wohin meine Freunde gegangen waren Mein Blutverschmiertes Hemd und eine Blutlache blieben an der Ecke des Bürgersteigs zurück Der Gang durch die Menschenmenge kam mir wie ein Traum vor Ich konnte nicht glauben, was gerade passiert war Die Menschen waren in Hysterie und weinten Viele Leute wie ich waren blutüberströmt Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Blut, das ihre Haut und ihre Kleidung befleckte, nicht ihr eigenes war Viele Leute schienen zu bemerken, wie einsam und benommen ich aussah Also leisteten sie mir Gesellschaft und boten mir sogar an, mich zu verschiedenen Krankenhäusern zu fahren Um Brock zu finden, da mir nicht gesagt worden war, in welches Krankenhaus er gebracht worden war Ich blieb eine Weile in der Nähe dieser Leute, als die Polizei ausschwärmte und uns fragte, was wir im Kino gesehen hätten Der gesamte Parkplatz war abgeriegelt und wir durften ihn nicht so schnell verlassen Es war etwa 2 Uhr nachts, also war es draußen noch sehr dunkel Die blinkenden roten und blauen Lichter von gefühlten 100 Polizeiautos blendeten mich Ich erinnere mich, dass ein großes Polizeifahrzeug vorfuhr, auf dem so etwas wie Crime Scene Investigation Unit stand Ich glaube, das war der Moment, in dem es mir wirklich klar wurde und mich traf Er wurde übel und ich wollte mich übergeben, aber irgendwie konnte ich es zurückhalten Schließlich begann die Polizei, die Leute gehen zu lassen Ich sprang in meinen Wagen und fuhr davon Ich war so in Panik, dass ich nicht einmal daran dachte, zurück in meine Wohnung zu gehen Mein Handy zu holen und meine Eltern oder jemand anderen anzurufen, der mir helfen könnte Ich war wütend, aufgebracht, verängstigt und vor allem immer noch in einem Schockzustand Sollte ich Brock wirklich nur einen Monat vor unserem ersten Hochzeitstag wegen eines Psychopathen mit einer Waffe verlieren? Als der Morgen graute, fand ich glücklicherweise das Krankenhaus, in dem er behandelt wurde Es war in der nächstgelegenen Stadt, vielleicht 45 Minuten vom Kino entfernt Ich war so froh, dort zu sein und die Mitarbeiter des Krankenhauses waren alle so freundlich und verständnisvoll Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass ich nicht auch verletzt war, ließen sie mich in dem Zimmer auf der Intensivstation warten, in das Brock verlegt werden sollte, wenn er sich von der Operation erholt hatte Ich war so froh, dass er noch am Leben war Brock und Tommy hatten beide überlebt, aber viele andere hatten nicht so viel Glück Am nächsten Tag erfuhr ich, dass bei dieser Schießerei zwölf Menschen getötet und über 70 verletzt worden waren Das kleine, blonde Mädchen, das in meiner Reihe saß, hat nicht überlebt Sie starb im Kino, nur ein paar Meter von uns entfernt Auf sie war mehrfach geschossen worden Ein Polizist mit gebrochenem Herzen, der während seiner Aussage vor Gericht weinte Er versuchte vergeblich sie zu retten, indem er sie aus dem Kino trug und sie in ein Krankenhaus brachte Tommy wurde auf dem Rücksitz eines Polizeifahrzeugs in ein anderes Krankenhaus gebracht Er wurde operiert und erholte sich vollständig Die Kugel verfehlte seinen Hüftknochen und ging nur knapp an seinen Harnwegen und seiner Blase vorbei Nach Angaben der Chirurgen hat mein Mann fast die Hälfte seines Blutes verloren Brock schaffte es gerade noch rechtzeitig ins Krankenhaus Wäre er später gekommen, wäre er gestorben Er erhielt mehrere Bluttransfusionen und war 21 Tage lang im Krankenhaus Die Wunde an seinem Bein war so schwer, dass sie es amputieren mussten, nachdem sie vergeblich versucht hatten, es zu retten Die Schießerei ist schon so lange her, dass mein Mann, meine Freunde und ich uns einigermaßen davon erholen konnten Das Ereignis war ziemlich entsetzlich und hat uns mit Sicherheit Narben hinterlassen Ich würde diesen Teil der Geschichte jedoch nicht als unheimlich bezeichnen Nein, der gruselige Teil ist der Schütze selbst Später erfuhr ich viel über ihn in den Mordprozess, der in den nächsten Jahren folgen sollte Obwohl meine Begegnung mit diesem Mann nur sehr kurz war, hat er mein Leben stark beeinflusst Allein die Tatsache, dass es Menschen wie ihn gibt, ist beunruhigend Er ist mit Sicherheit ein verdrehtes Individuum, das ich nie wiedersehen möchte Ich habe alles erfahren, als ich den im Fernsehen übertragenen Prozess Anfang 2015 gesehen habe Dieser Typ hat in Kalifornien Neurowissenschaften oder so etwas studiert Ich schätze, er war ein ziemlich intelligenter Typ Aber aus irgendeinem Grund war er davon besessen, Menschen zu töten und hatte eine Stalker-Mentalität Nachdem er sein Studium abgebrochen hatte, zog er in meinen Bundesstaat und wählte mein örtliches Kino aus, um eine Massenschießerei zu begehen Zuvor hatte er geplant, sich auf abgelegenen Wanderwegen in den Bergen zu verstecken Menschen anzuspringen, sie in den Wald zu zerren und dort zu töten Was er jedoch nie in die Tat umsetzte Er observierte mein Kino monatelang und hatte diese Schießerei für die Nacht des 20. Juli geplant Obwohl ich ihn vorher noch nie gesehen habe, ist der Gedanke nervenzerreißend, dass dieser Kerl uns jedes Mal, wenn wir ins Kino gingen, beobachtet haben könnte Ohne, dass wir es je gemerkt hätten Wir waren uns überhaupt nicht bewusst, was er gegen uns geplant hatte Es hat mein Sicherheitsgefühl völlig zerstört, denn wer weiß schon, was der Fremde neben dir mit dir vorhat Ich kam dem Schützen sehr nahe, aber ich habe sein Gesicht nie persönlich gesehen, bis ich gezwungen wurde, vor Gericht auszusagen Natürlich sah ich seine Fahndungsfotos im Fernsehen, aber im Kino sah ich ihn nur als dunkle Silhouette im Schatten Wie eine dämonische Gestalt aus dem dunkelsten und unheimlichsten Albtraum Er war sogar in dem Gang zu sehen, an dem wir vorbeikamen, als wir zum Notausgang rannten Das einzige, was ihn davon abhielt, uns auf der Stelle zu töten, war sein klemmendes Sturmgewehr Um dieses Verbrechen zu begehen, bestellte er einige tausend Schussmunition, Schutzausrüstung, Tränengas, ein Sturmgewehr und eine Schrotflinte Er machte Fotos von sich, die vor Gericht gezeigt wurden Auf denen er all diese Ausrüstung wie eine kranke Trophäe trug und diese Waffen mit einem bedrohlichen Lächeln hochhielt Er färbte sich die Haare orange und setzte diese gruseligen schwarzen Kontaktlinsen ein Während der teuflische Grimassen in die Kamera blickte, bei deren Anblick mir schon schlecht wurde Bevor er mit dieser ganzen Ausrüstung in seinem Auto zum Kino fuhr, hatte er seine gesamte Wohnung mit einer Sprengfalle versehen Und so eingestellt, dass sie explodiert, wenn jemand die Tür öffnet Am Kino angekommen, gab er sich als Kinobesucher aus und kaufte sogar eine Eintrittskarte für den Film Ich glaube, auf seiner Karte stand Kino 8, das nebenan lag, aber in Kino 9 waren mehr Leute, also ging er stattdessen in Nummer 9 Er saß in den vorderen Reihen Ich muss mehrmals an ihm in der Lobby vorbeigegangen sein, während er dort war Vielleicht hatte er mich auch gesehen Irgendwann während des Films stand er auf und ging durch den Seitenausgang, bliebte ihm mit irgendetwas offen und ging dann zu seinem Auto Um seine ganze Rüstung anzulegen und seine Waffen zu holen Dann kam er wieder herein und begann zu schießen Als wir das Kino verließen, liefen wir an seinem weißen Auto vorbei, das direkt am Ausgang geparkt war Wir haben es nicht einmal bemerkt Irgendwann kam er nach draußen und hätte uns dort auf dem Beton gesehen Ich weiß nicht, was ihn davon abgehalten hat, auch die Leute draußen zu erschießen Aber er hätte uns leicht auf der Stelle töten können, wenn er gewollt hätte Ich glaube, das Schwierigste war für mich, dieser verdrehten Person vor Gericht gegenüber zu stehen Ich werde nie vergessen, wie ich aufstand, als sie meinen Namen aufriefen und in der mittleren Reihe an meiner Familie, anderen Überlebenden und einer Menge Nachrichten hungriger Medienvertreter vorbeiging Ich saß ihm direkt gegenüber, vielleicht nur einen Meter von ihm entfernt Obwohl seine orangefarbenen Haare verschwunden waren und er keine schwarzen Kontaktlinsen trug War es eine unheimliche und unangenehme Erfahrung, ihm so nahe zu sein Meine Begegnungen mit diesem Mann werde ich sicher nie vergessen Ich kann jetzt sagen, dass ich einem echten, gestörten Psychopathen begegnet bin Er hatte die ganze Zeit diesen leeren Blick in den Augen Wenn die Augen wirklich die Fenster zur Seele sind, dann war seine Seele mit nichts als einer kalten Gleichgültigkeit gegenüber denen gefüllt, die er ermordet und verletzt hatte Er sah mich nicht einmal an Als ich ihm im Gerichtssaal gegenüber saß, war es das zweite Mal, dass ich wissentlich im selben Raum mit diesem Mann war Einem Mann, der versucht hatte, mir das Leben zu nehmen, aber zum Glück gescheitert war Einem Mann, der am Ende für immer hinter Gittern sitzen würde Als er am Ende für seine Verbrechen zu 3318 Jahren Gefängnis verurteilt wurde Das ist für den Mann, der versucht hat, mich zu töten Der Mann, der mir zahllose Albträume bereitet und meine Paranoia geschürt hat Der Mann, der meinen Freunden und meiner Familie wehgetan und meinem Mann jahrelang unsagbaren Kummer bereitet hat, weil er nie wieder so laufen wird wie zuvor Der Mann, der einem sechsjährigen Kind, das lebendig in dieses Kino ging und tot wieder herauskam, die Unschuld und Freude geraubt hat An den Mann, der die schlimmste Massenschießerei in der Geschichte Colorados verübt hat Lass uns nie wieder treffen Nie wieder Ich hoffe, du verrottest im Gefängnis Der alte Farmer Als ich jung war, im Alter von zwei bis zehn Jahren, lebte ich auf einer sieben Hektar großen Ranch Es gab ein kleines Haus im vorderen Teil des Grundstücks, in dem wir wohnten Einen riesigen Rasenplatz und eine Schreinerei dahinter Und ganz hinten ein Obstgarten voller Walnussbäume Mein Vater war ein Schreiner, der immer in der Werkstatt arbeitete Und meine Mutter war Lehrerin und fast immer beschäftigt Aufgrund ihrer Arbeit achteten sie, als ich älter wurde, nicht mal so sehr darauf, wohin ich mich verirrte Ich verbrachte meine Tage damit, im Garten herumzustreifen, im Dreck zu spielen und durch die Walnussbäume zu rennen Ich hinterfragte natürlich nicht, dass ich nicht beaufsichtigt wurde Denn es machte mir Spaß, dieses riesige Grundstück zu erkunden Und ich dachte, ich sei ein ganz normales Kind Als ich etwa sieben Jahre alt war, überraschte mich mein Vater mit einem brandneuen ATV in Kindergröße Es war keines der elektrischen Fahrzeuge, an die du jetzt wahrscheinlich denkst Es war ein verdammt schnelles, benzinbetriebenes Quad Jetzt werden sich wahrscheinlich viele von euch fragen, warum jemand einem siebenjährigen Kind ein benzinbetriebenes ATV schenkt Aber wie ich schon sagte, waren meine Eltern etwas leichtsinnig und sie wollten einfach, dass sie Spaß hatte Gleich nachdem ich das Ding bekommen hatte, lernte ich, wie man damit fährt Und begann weiter in das Grundstück hinein und darüber hinaus zu fahren, als ich es je zuvor getan hatte Jetzt konnte ich so weit fahren, wie mein junges Ich es zuließ, bevor ich umkehrte Ich begann fast jeden Tag durch die Obstplantagen hinter meinem Haus zu fahren Und ich liebte es mehr als alles andere zuvor Ich verließ mein Haus und war stundenlang weg Nach einer Weile begann ich, mich immer weiter von meinem Haus zu entfernen, da ich immer dreister und etwas älter wurde Ich ritt diesen unbefestigten Weg hinunter, der an dem vorbeiführte, von dem ich annahm, dass es das Grundstück unserer Nachbarn war und zu einem Graben führte Damals gefiel es mir einfach, dem Wasser beim Fließen zuzusehen und ich fühlte mich wie ein kleiner Entdecker Ehrlich gesagt, habe ich nie darüber nachgedacht, dass das, was ich tat, auch nur ein bisschen gefährlich sein könnte Und ich glaube nicht, dass meine Eltern wussten, wie weit ich fuhr Wenn ich heute daran zurückdenke, ist allein die Vorstellung, mit einem ziemlich gefährlichen Gerät zu fahren, weit weg von meinem Haus Ohne dass meine Eltern wussten, wo ich war und bevor es Handys gab, schon ziemlich beängstigend Ich hätte stürzen oder mit dem Kopf stoßen können und niemand hätte mich finden können Aber zum Glück ist das nie passiert und ist auch nicht das Thema dieser Geschichte Eines Tages fuhr ich also wie jeden Tag weit weg von zu Hause und kam an einem Mann vorbei, der ein schmutziges weißes Hemd, Jeans und einen geflochtenen Bauernhut trug Ich erinnere mich lebhaft daran, denn es war der erste Mensch, den ich in der ganzen Zeit, die ich dort draußen war, gesehen hatte Ich erinnere mich an den überraschten Blick in seinen Augen, als er mich anstarrte, während ich an ihm vorbeifuhr Ich hatte keinen Grund anzuhalten und meine Eltern hatten mir immer beigebracht, dass man sich vor Fremden in Acht nehmen muss Also fuhr ich weiter und vergaß die Sache Auf dem Rückweg nach Hause, ein paar Stunden später, kam ich an dieselbe Stelle und mir wurde klar, dass ich den Mann genau hier gesehen hatte Ich schaute nach vorne und erwartete nicht, dass er dort sein würde, da es schon Stunden her war Doch als sich die Bäume lichteten, war er da Ich fand das gar nicht so seltsam, denn ich dachte mir, dass er entweder ein Bauer oder ein Landstreicher war Und so fuhr ich weiter und kam ihm näher Um ehrlich zu sein, schien er freundlich zu sein Er hatte ein breites Lächeln auf dem Gesicht, als ob er sich freuen würde, mich zu sehen Für mein zehnjähriges Ich war er einfach ein freundlicher Kerl Also winkte ich ihm im Vorbeifahren zu und er winkte zurück Ich setzte meinen Weg fort und fuhr nach Hause, ohne groß darüber nachzudenken Ich weiß nicht mehr genau, wie viel Zeit zwischen damals und meinem nächsten Ausflug vergangen war Aber es können nicht mehr als ein paar Tage gewesen sein Wie immer nahm ich dieselbe unbefestigte Straße vorbei an denselben Obstplantagen bis zu demselben Graben voller Wasser Ich dachte nicht viel über meine vorherige Begegnung nach Also hatte ich auch nicht an den Fremden mit dem breiten Lächeln gedacht Ich saß am Rande des Grabens, als ich hinter mir Schritte im Dreck hörte, die auf mich zukamen Auch daran erinnere ich mich lebhaft, denn es war nicht alltäglich, jemanden auf diesem Weg zu sehen Ich erinnere mich, dass ich mehr neugierig als ängstlich war und mich umdrehte, um denselben Fremden mit dem Lächeln zu sehen Dieses Mal schien sein Lächeln eher ein zahniges Grinsen zu sein Er rief mir zu, als er auf mich zukam und fragte mich in schwerem Südstaaten-Drawl nach meinem Namen Ich sagte ihm selbstbewusst, dass ich eigentlich nicht mit Fremden sprechen dürfe, worauf er sagte Das ist eine gute Idee, aber du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein Das kann für ein Kind in deinem Alter gefährlich sein Ich erinnere mich, dass mich das mit einem leichten Unwohlgefühl im Bauch traf Ich hatte zwar keine Angst, aber ich fühlte mich unwohl Das weckte jedoch meine Neugierde, denn ich wollte wissen, was er meinte, also fragte ich ihn Er ging langsam weiter auf mich zu und antwortete Ich habe gehört, dass man hier draußen einen kleinen Jungen gefunden hat, etwa in deinem Alter Ich glaube, das ist genau der Graben, in dem er ertrunken ist Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass meine Eltern zwar leichtsinnig, aber nicht dumm waren Wäre ein Ertrinken in der Nähe unseres Hauses gemeldet worden oder hätte es eine Geschichte in der Zeitung gegeben, hätten sie mich bestimmt nicht mehr rausgelassen Wie auch immer, er fuhr fort Warum kommst du nicht mit mir und ich bringe dich zurück zu deinen Eltern Hier draußen ist es nicht sicher für ein Kind in deinem Alter Äh, ist schon gut, ich habe mein Quad gleich da drüben, ich war einfach zurück Ich zeigte auf die Seite von ihm, wo mein Quad stand, aber er sah nicht hin Seine Augen blieben auf mich gerichtet Sie waren tiefbraun, fast schwarz und bohrten sich in mich hinein Zu diesem Zeitpunkt hatte ich Angst und ich wusste, dass dies eine schlimme Situation sein könnte Ich hoffte, dass er nur ein besorgter alter Mann war, aber auf keinen Fall wollte ich mit ihm irgendwo hingehen Ich stand auf und ging zu meinem Quad, woraufhin der Mann sagte Sollte ein Kind in deinem Alter mit so etwas Gefährlichem fahren Lass es uns einfach in meinen Truck legen und ich fahre dich zurück Ich sehe keinen Truck, sagte ich und schaute mich um, in der Hoffnung, mich aus der Situation herausreden zu können Oh, der steht gleich da drüben auf meinem Grundstück, du kannst ihn von hier aus nicht sehen Sagte er und sein Lächeln wurde breiter Es ist wirklich in Ordnung, ich werde jetzt einfach gehen Sagte ich und machte mich wieder auf den Weg zu meinem Quad Aber als ich an ihm vorbeiging, packte er mich am Arm Du solltest wirklich nicht hier draußen sein Sagte er und sah mir tief in die Augen Es ist nicht sicher für kleine Kinder Lass mich los, du tust mir weh, rief ich und geriet in Panik Aber das ließ ihn nur noch fester zupacken Vielleicht verdienst du es nicht nach Hause zu gehen Was sind das für Eltern, die ihr Kind hier draußen ganz allein lassen Vielleicht solltest du mit mir nach Hause kommen und ich kümmere mich um dich Sagte er und ich machte mir fast in die Hose Ich flippte aus und begann zu schreien Ich weiß nicht, ob ich etwas gesagt habe Ich weiß nur, dass ich so laut geschrien habe wie noch nie zuvor Das schien mir nur noch wütender zu machen Denn sein einst zahniges Grinsen verwandelte sich in ein Gesicht voller Wut Er legte seine Hand auf mein Gesicht Und ich nutzte die Gelegenheit, um ihm so fest in den Finger zu beißen, wie ich konnte Ich erinnere mich noch an den Geschmack von Blut Also weiße ich, dass ich ihn ziemlich verletzt habe Zum Glück hat ihn das überrascht und er hat mich endlich losgelassen Ich wusste, dass dies meine einzige Chance war, von diesem Spinner wegzukommen Also habe ich mich auf mein Quad gesetzt, als er vor Schmerzen zuckte Du kleiner Scheißer, komm verdammt doch mal her! Ja! Schrie er wütend Ich wusste, dass ich nicht viel Zeit hatte Also sprang ich auf mein Quad und drehte den Schlüssel so schnell ich konnte Es sprang an und gerade als ich den Gasgriff zog, spürte ich wie eine Hand nach meinem Hals griff Zum Glück hatte er mich noch nicht im Griff, denn ich war schon dabei wegzufahren Ich drückte auf die Tube und machte mich aus dem Staub Zu diesem Zeitpunkt hörte ich nur noch das Geräusch meines Quads, sodass ich nicht sicher war, ob er mir nachlief Aber ich wollte nicht nachsehen, da ich möglicherweise einen Unfall hätte bauen können Ich fuhr den Feldweg so schnell wie möglich hinunter, wahrscheinlich so schnell wie noch nie Als ich nach Hause kam, schellte ich mich in den Dreck und rannte ins Haus in der Hoffnung, dass meine Mutter zu Hause war Ich stürmte in ihr Zimmer und da war sie Sie fragte mich, was los sei, aber ich konnte noch nicht sprechen, weil ich solche Angst hatte Ich glaube, ich habe gut 30 Minuten lang geweint, bevor ich die Kraft aufbringen konnte, aufzuhören und ihr zu erzählen, was passiert war Ich erinnere mich an die Angst in ihren Augen, als ich beschrieb, was passiert war Sie zog mich zu sich heran und umarmte mich so fest, wie sie es noch nie getan hatte Am nächsten Tag sprach ich mit einem Polizeibeamten und erzählte ihm, was geschehen war Ehrlich gesagt erinnere ich mich danach nicht mehr an viel, denn ich glaube, ich habe angefangen es zu verdrängen Als 10-Jähriger möchte man nicht wirklich darüber nachdenken Unnötig zu sagen, dass sie mich nie wieder von dem Grundstück ließen Mein Vater fing an zu trinken und wir verloren das Haus sowieso bald danach, also musste ich nicht mal lange dort leben Kürzlich dachte ich über diesen Tag nach, nachdem ich versucht hatte, mich an verschiedene Teile meiner Kindheit zu erinnern Meine Eltern hatten mir nie erzählt, was geschah, nachdem die Polizei gerufen worden war Und ich hatte nie wirklich gefragt, weil ich versuchte, nicht daran zu denken Gestern ging ich also zu ihrem Haus und fragte sie, ob sie den Kerl jemals gefunden hätten, da er ziemlich nah an unserem Grundstück wohnen musste Sie war etwas erschrocken über diese Frage, denn wir hatten seit 15 Jahren nicht mal darüber gesprochen Sie hielt eine Minute inne, als ob sie überlegte, ob sie es mir sagen sollte und sagte dann Wir hatten keine Nachbarn in dieser Gegend, es war alles Firmengelände und die Beschreibung, die du gegeben hast, passte auf keinen der Nachbarn in der anderen Richtung Wir riefen die Polizei und sie suchten dort, wo du uns gesagt hattest, aber der Typ war längst weg, als sie dort ankamen Sie sahen sich auf dem Grundstück um und fanden ein verlassenes Haus, das seit Jahren nicht mehr benutzt worden war, seit das Land gekauft worden war Als sie hineinschauten, konnten sie feststellen, dass er dort gewohnt hatte Offenbar hat er seine Sachen zurückgelassen Wir haben dir das nie erzählt, weil du zu jung warst, aber eines der Dinge, die sie fanden, war eine schwarze Mülltüte Darin befanden sich eine Rolle Klebeband und ein Jagdmesser An den alten Farmer, lass uns nie wieder treffen Der Flohmarkt Ich habe Flohmärkte schon immer geliebt Im Sommer, wenn ich einen freien Tag habe, fahre ich oft den ganzen Tag herum und suche nach verschiedenen Flohmärkten, um den Tag zu vertreiben Bei etwa zwei Jahren habe ich das getan, bin einfach herumgefahren und habe nach Schildern für Hofverkäufe Ausschau gehalten Bin immer weiter aufs Land hinausgefahren und habe die Landschaft genossen und mich auf den Landstraßen verirrt Abseits der Straße sah ich ein Schild für einen Hofverkauf neben einem großen Felsen, in dem etwas Religiöses eingemeißelt war Wie bei Kirchen Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, was darauf stand Wie auch immer, ich dachte mir, wenn es eine kirchliche Organisation ist, hat sie wahrscheinlich gute Sachen Also beschloss ich hinzugehen Ich fuhr mit meinem neuen Jeep die lange, schmale Kiesauffahrt hinunter und die Bäume öffneten sich zu einer Lichtung mit einem wirklich schönen weißen Haus Sie hatten lange Tische mit gefalteter Kleidung, Kinderspielzeug und so weiter aufgestellt, aber nichts, was mich wirklich interessierte Auf dem Grundstück tummelten sich wahrscheinlich 30 Leute, aber sie trugen alle diese grauen Overalls Die einzige andere Person, die anscheinend ihre Waren durchstöberte, war dieser alte Mann, dessen Lastwagen ebenfalls dort geparkt war Aber wir waren die einzigen, abgesehen von den grauen Overalls Die Frau an dem behelfsmäßigen Tisch mit der Spardose darauf, begann ein Gespräch mit mir, als ich mich anschickte zu gehen Ich bemerkte, dass sich hinter dem Haus etwa 10 kleine graue Gebäude befanden, in denen graue Overalls ein- und ausgingen Nach einem lockeren Gespräch bemerkte sie, dass ich sie anstarrte Ja, wir wohnen alle hier, es ist großartig Hey, möchtest du reinkommen und mehr erfahren? Sie hatte dieses verrückte Leuchten in den Augen und ich versuchte eine Entschuldigung zu murmeln Als die drei Jungs zunickte, die Sachen auf den Tisch arrangierten, Tische umstellten und so weiter Und sie kamen alle um mich herum zu stehen Wirklich, kommen sie rein, wir predigen Frieden und das Werk Gottes, es würde ihnen gefallen Sie nahm meine Hand und fing an, mich in Richtung des Hauses zu ziehen, während die Jungs mir folgten und ich schwache Proteste machte Dann schien der alte Mann, der gerade in Taschenbüchern blätterte, aufmerksam zu werden und kam auf sie zu Er sah die Frau an und sagte Tut mir leid, Ma'am, wir müssen jetzt wirklich beide gehen, ich glaube, sie ist nicht interessiert Die Frau sah schockiert aus, ließ mich aber los und die Männer traten zurück Er war ein dürrer alter Mann und ich bin eine zierliche Frau Aber der knallharte alte Mann packte mich am Arm und schob mich zu meinem Jeep hinüber Als ich mich bei ihm bedankte und den Leuten zurief, dass sie viel Glück mit ihrem Flohmarkt haben sollten, murmelte er mit leiser Stimme Sie müssen wirklich von hier verschwinden Meine Hände zitterten, all die grauen Overalls drehten sich um und starrten uns schweigend an Und ich fummelte an meinen Schlüsseln herum Der alte Mann stand an meinem heruntergekurbelten Fenster und ich versuchte den Wagen zu starten Und rückwärts aus der engen Kieseinfahrt zu fahren Ich habe versucht, eine Dreipunktwende zu machen, aber mein Auto rutschte im Kies in einen flachen Graben neben der Einfahrt und ich geriet in Panik Bleib ganz ruhig, schalte auf Allradantrieb, überredete er mich Ich weiß nicht wie, flüsterte ich verzweifelt Er erklärte mir in aller Ruhe, wie es geht und stand da und führte mich, als ich den Jeep endlich dazu brachte, nicht mehr im Kies zu versinken und fuhr von dann Ich rief ihm ein Dankeschön zu und er nickte, bevor er in seinen Wagen stieg Ich erzählte es meiner Familie und ein paar Freunden, die es mit einem Lachen abtaten und sagten, sie hätten noch nie von irgendwelchen Sekten in dieser Gegend gehört Wahrscheinlich nur ein Kirchenverkauf in einem der Häuser der Mitglieder Ich bin nach dem Ereignis ein wenig in der Gegend herumgefahren, habe aber das Felsenzeichen nicht mehr gesehen Ich glaube, ich bin vielleicht einer Sekte entkommen, die nicht mehr auf dem Radar ist Aber ich schwöre bei Gott, dass es passiert ist und ich danke Gott, dass der alte Mann mir geholfen hat, da rauszukommen Also, an die grauen Overworlds Lasst uns nie wieder treffen Kapitel 1 Genesis Die Geschichte, die ich erzählen werde, hat sich über mehrere Jahre ereignet und ist erst vor kurzem zu Ende gegangen Sie betraf fast alle der wichtigsten Menschen in meinem Leben und beeinflusst uns noch heute und wahrscheinlich für den Rest unseres Lebens Ich wollte es erzählen, damit jeder verstehen kann, wie sehr eine scheinbar harmlose Situation außer Kontrolle geraten kann Aufgrund der Länge dieses Ereignisses werde ich diese Geschichte wahrscheinlich in mehrere Teile aufteilen Mein Bruder war immer mein engster Freund Er ist mit Abstand der liebevollste und aufrichtigste Mensch, den ich je getroffen habe und wird von so ziemlich jedem geliebt, den er trifft Trotzdem hat er echt viele Beziehungen gehabt Ich denke, das liegt zum Teil daran, dass er ein Typ ist, bei dem es um alles oder nichts geht Jedenfalls kannte ich die wenigen Freundinnen, die er hatte, recht gut, obwohl ich fast acht Jahre jünger bin als er Die meisten von ihnen waren nette, normale, angenehme Mädchen, mit Ausnahme von ein paar Wir hatten große Hoffnungen, dass er mit dem Eintritt in das Erwachsenenleben eine dauerhafte, wunderbare Freundin finden würde Wir hatten keine Ahnung, dass wir sechs Jahre lang mit ihm, unserer Familie und unseren engen Freunden die Hölle teilen würden Und das alles wegen eines einzigen Mädchens Ich werde sie Pam nennen Ich lernte Pam kennen, als ich elf war, mein Bruder 19 und sie war 17, als sie die Highschool abschloss Ich erinnere mich, dass ich überrascht war, als er sie gleich als seine Freundin vorstellte Denn weder meine Eltern noch ich hatten etwas über sie gehört Aber sie war nett, warmherzig, eine Musterschülerin und wunderschön Ich bewunderte sie sofort Während des ersten Jahres ihrer Beziehung schien Pam immer gut drauf zu sein Sie war immer fröhlich, immer freundlich und hatte immer gute Geschichten zu erzählen Sie und ich kamen uns immer näher, denn sie schien sich mit mir anfreunden zu wollen Und es war, als hätte ich eine ältere Schwester Wir hatten viele gemeinsame Interessen und es fiel uns leicht, Freundschaft zu schließen Da ich für mein Alter sehr reif war und sie so herzlich wirkte Aber nach der Hälfte des zweiten Jahres, in dem sie zusammen waren Fingen wir an, Dinge an Pam zu bemerken Es waren nur kleine, seltsame Angewohnheiten, die sie hatte Wenn sich jemand mit meinem Bruder unterhielt, der nicht direkt mit ihr zu tun hatte Oder an dem sie nicht beteiligt war Neigte sie dazu, sich so gut es ging in das Gespräch einzuschalten Sie saß näher bei meinem Bruder Lachte etwas lauter Holte ihn weg Und so weiter Wenn jemand aus unserer Familie oder von Freunden meinem Bruder Fragen zum College Oder zu seinen Zukunftsplänen stellte Wurde sie immer unruhiger und machte manchmal Bemerkungen wie Ich hoffe, du hast schon alles geplant, denn ich gehe dahin, wo du hingehst Meine Eltern und ich machten uns über dieses Verhalten lustig Und nahmen an, dass Pam meinen Bruder einfach liebte und ein wenig beschützerisch war Wir mochten sie sehr und setzten große Hoffnungen in ihre Beziehung Ich hasse es jetzt daran zu denken, wie blind wir waren Eines Abends kam mein Bruder spät von einer Party nach Hause Ich war damals 13, er war kurz davor 21 zu werden Er kam zur Tür herein, unsere Eltern schliefen schon, aber ich war noch im Wohnzimmer Ich merkte sofort, dass er wegen irgendetwas verärgert war Ich fragte ihn, was los sei Als er in die Küche ging, sah ich, dass er eine große Beule an der Wange hatte Ich fragte Was ist mit dir passiert? Er sagte Ich hab mich geprügelt, ist schon gut Das machte mich sofort misstrauisch, denn mein Bruder war alles andere als ein Kämpfertyp Worum ging es denn? Fragte ich Pam Sagte er einfach und ging in sein Zimmer Am nächsten Morgen fuhr er mich zu meinem Fußballspiel und ich fragte ihn wieder, was passiert sei Er antwortete zunächst nicht, aber dann sagte er Pam ist irgendwie Seltsam Ich fragte wieso Er sagte Ich weiß nicht, sie fängt gerne Streit an Pam war eine pathologische Lügnerin Anscheinend tat sie das ständig Im Nachhinein betrachtet schien die ständig neuen Geschichten über Orte, an denen sie gewesen war Und Dinge, die sie getan hatte, nicht der Wahrheit zu entsprechen An diesem Abend auf der Party hatte Pam meinem Bruder erzählt, dass ein anderer Mann auf der Party versucht hatte, sie zu vergewaltigen Mein Bruder konfrontierte ihn damit und er sagte Ich hab sie noch nie zuvor gesehen Es kam zu einem Streit über die Anschuldigung Auf der Autofahrt nach Hause sagte Pam, dass mein Bruder ihre Worte falsch interpretiert haben müsse Und dass es nicht zu einer Vergewaltigung gekommen sei Die Lüge schien ein schädliches Hindernis auf dem Weg zu sein Und mein Bruder machte Schluss Nach einigen Wochen meldete sich Pam bei mir und fragte, ob ich mit ihr einkaufen gehen wolle Da ich in der Vergangenheit ein gutes Verhältnis zu Pam gehabt hatte, stimmte ich zu Meine Eltern fanden es seltsam, dass eine 20-jährige Zeit mit der 14-jährigen Schwester ihres Ex-Freundes verbringen wollte Aber sie ließen mich trotzdem gehen Der Tag begann angenehm Pam erzählte mir von ihrem Leben und fragte mich, wie es mir ging und wie es meiner Familie und meinem Bruder ging Nichts schien seltsam, bis sie anfing ein unangenehmes Gespräch anzufangen Sie erklärte mir, dass sie eine sexuell-traumatische Kindheit gehabt hatte und deshalb so viel Lüge Aber sie verteidigte sich auch aggressiv und sagte Was auch immer dein Bruder dir erzählt hat, war eine Lüge Er war derjenige, der Lügen erzählt hat Deshalb musste ich mich von ihm trennen Sie schien das Gespräch von normalen zu sehr persönlichen und seltsamen Themen hin und her zu schieben Sie erzählte ausführlich von einer lesbischen Erfahrung, die sie nach der Beendigung ihrer Beziehung mit meinem Bruder gemacht hatte Und sagte mir, ich solle es auch einmal versuchen Wenn ich volljährig sei, natürlich Ich fühlte mich zunehmend unwohl bei dem Gespräch Sie bemerkte das und entschuldete sich sofort, indem sie sagte, dass sie wirklich gerne mit mir befreundet sei Und dass sie meinen Bruder liebe und sich deshalb so verrückt benommen habe Ich sagte ihr, dass ich auch gerne mit ihr befreundet sei und dass ich ihre Gefühle verstünde Das war ein Fehler Dann begannen die Telefonanrufe Sie rief mich eine Woche, nachdem wir uns um 22 Uhr getroffen hatten, an Sie schluchzte und sagte, dass sie ohne meinen Bruder so traurig sei und dass sie ihn zurückholen müsse Dann kam sie jede Nacht, jedes Mal später und später Ich schlief um 2 Uhr morgens fest und erhielt einen schluchzenden, hysterischen und verzweifelten Anruf Ich hatte so viel Mitleid mit ihr, dass ich weiterhin ranging Der eine Anruf war jedoch anders als der andere Sie war nicht hysterisch, sie weinte nicht Ich nahm den Hörer um 1.30 Uhr morgens ab und hörte eine ruhige, monotone Stimme von Pam Die sagte nur einen Satz Sagte einem Bruder, dass ich mir heute Nacht die Kehle aufschnitzen werde Und dann legte sie auf Ich fühlte mich wie betäubt So etwas hatte ich noch nie erlebt Niemand, den ich kannte, hatte sich jemals so verhalten Ich schrieb ihr immer wieder SMS, um zu fragen, ob es ihr gut geht und um ihr zu sagen, dass sie nichts tun soll Ich geriet in Panik, weil ich dachte, ich hätte etwas falsch gemacht Und weil sie mir sagte, ich sei irgendwie verantwortlich Am nächsten Tag erzählte ich meinem Bruder, was passiert war Und er sagte, er würde zu ihrem Haus fahren, um nach ihr zu sehen Eine Woche später kam Pam zu mir nach Hause Arm in Arm mit meinem Bruder Sie waren wieder zusammen und es schien, als wäre nichts geschehen Sie lächelte mich an und erwähnte nicht ein einziges Mal die Telefonate, die sie mit mir geführt hatte Im nächsten Monat eskalierte die Situation erneut Als ich von der Schule nach Hause kam, saß meine ganze Familie im Wohnzimmer Sie sagten mir, ich solle mich hinsetzen Ich dachte, jemand sei gestorben Meine Mutter sagte mir Dein Bruder hat uns mitgeteilt, wie es dir geht Ich hatte keine Ahnung, wovon sie sprachen Wie es mir geht? Fragte ich Mein Bruder sah mich mit mitleidenden Augen an Pam hat mir gesagt, dass nicht sie dich angerufen hat, sondern du sie Und du warst diejenige, der es nicht gut ging Was? Nein, so war das nicht Sie hat mich zwei Wochen lang jede Nacht angerufen und geweint und gesagt, dass sie dich zurückhaben will Das hat sie nicht gesagt, sie sagte, dass du sie wegen deiner Probleme angerufen hast und dass sie nicht wusste, was sie tun sollte Ich war sofort wütend, dass ihre Lügen weitergingen und dass meine eigene Familie ihnen genug Glauben schenkte, um eine Intervention zu organisieren Ich zeigte ihnen die Textnachrichten, die sie mir geschickt hatte, spielte ihnen Sprachnachrichten vor und zeigte ihnen meine Anrufliste Das machte der Lüge ein Ende Danach wollte ich nichts mehr mit ihr zu tun haben Mein Bruder trennte sich wieder von ihr Sie rief ihn hunderte Male an und schickte ihm hunderte von Nachrichten Sie tauchte ein paar Mal mit Backwaren bei uns zu Hause auf und wollte sich entschuldigen, aber wir ignorierten sie Schließlich ließ sie uns in Ruhe und wir hörten fast ein Jahr lang nichts mehr von ihr An meinem letzten Schultag vor den Winterferien erlebte ich eine unglaublich unangenehme Überraschung An dieser Stelle wurde es unheimlich Pam ging vor der Schule auf und ab, kaut an ihren Fingernägeln und kratzte sich am Kopf Ihr Gesicht sah eingefallen aus und sie hatte Tränensäcke unter den Augen Ich hatte sie fast nicht erkannt Ich ging mit meiner Freundin Liz über den Vorplatz um ihr auszuweichen, aber sie sah mich und lief so schnell sie konnte in meine Richtung Sie streckte ihre Arme aus um mich zu umarmen, aber ich hielt sie zurück Das erste was sie sagte war Du bist böse auf mich? Ich fragte sie was sie dort machte und sie lachte leise Ich wollte mich für das entschuldigen, was dein Bruder dir erzählt hat Ich bin krank Ich weiß, bitte sprich nicht mehr mit mir Ich machte mich auf den Weg, denn ich wusste, dass mein Bruder um die Ecke geparkt war und auf mich wartete Pam streckte die Hand aus und packte mich an der Schulter, als ich das tat Ich zog mich schnell zurück und sagte Ich meine es ernst, lass uns in Ruhe Ich glaube, du brauchst Hilfe, Pam Sie fing sofort an zu weinen, aber ich drehte mich weg und ging Mein Bruder fuhr auf den vorderen Parkplatz der Schule und öffnete mir seine Autotür Ist das Pam? Er schaute in den Außenspiegel Ja, ich weiß nicht, was sie genommen hat, aber sie ist verrückt In dieser Nacht klopfte es gegen ein Uhr an unsere Tür Mein Vater ging hin und schaute durch das Guckloch Äh, sagte er überrascht Ich glaube, es ist Pam Mach nicht auf, ich glaube, sie nimmt Drogen Sagte mein Bruder Meine Mutter wollte die Polizei anrufen, aber mein Bruder und mein Vater meinten Wir sollten einfach warten, bis sie weg war Wenige Augenblicke später klopfte sie fester und heftiger an die Tür Wir hörten sie wimmern und schreien Ich höre euch, lasst mich rein, verdammt Dabei schrie sie Sie hat einen Baseballschläger oder so etwas, sagte mein Bruder Der aus seinem Zimmer kam, wo er aus dem Fenster geschaut hatte Ich schaute aus dem Wohnzimmerfenster Sie sah aus wie eine Figur aus einem Horrorfilm Sie trug ein schmuddeliges Kleid und war barfuß Ihr Haar war bis über die Schultern abgeschnitten und steckte halb in einem Dutt, halb in einem Durcheinander Sie hatte sich die Schminke aus dem Gesicht gewischt, wie eine schaurige Filmfigur Sie sah noch dünner aus als bei Tageslicht und schwang in Metallen im Baseballschläger herum, während sie durch unseren Hof stolperte Ich rufe die Polizei an, sie muss betrunken sein, sagte meine Mutter Nein, es ist alles in Ordnung, sie zieht nur eine Show ab, sie wird schon wieder gehen Wir wussten nicht, dass sich Menschen tatsächlich so verhalten Für einen Moment war das alles unheimlich unterhaltsam, als würde man eine wahre Krimiserie sehen Aber gerade als sie manisch herumstolperte, blieb sie stehen Sie stand still und starrte ausdruckslos zu den Schlafzimmern im Obergeschoss hinauf, neigte den Kopf zur Seite, auf und ab und leckte sich die Lippen Was hat sie genommen? Heroin oder so? fragte mein Vater Ham fing an, zwischen Lachen, Schreien und Weinen hin und her zu wechseln Wir setzten uns alle hin, während mein Bruder versuchte, ihr Telefon und das ihrer Mutter anzurufen, um sie zum Gehen zu bewegen Wir saßen da und lauschten den beängstigenden, animalischen Geräuschen, die sie draußen von sich gab Aber dann hörten sie auf Wir überprüften die Fenster und sie war weg Wir saßen alle einen Moment lang schweigend da und verfolgten die seltsame Begegnung Mein Vater kicherte nur und schüttelte den Kopf Meine Mutter tat es ihm gleich und hatte Mitleid mit dem Mädchen, weil es so gestört war Aber ich war erschrocken Niemand, außer vielleicht mein Bruder, hatte gesehen, wie schnell sich ihr Verhalten, ihr geistiger Zustand veränderte Von einer überfürsorglichen Art über kleine Lügen bis hin zu pathologischen Lügen und manischen Ausbrüchen Aber das war wohl ihre schlimmste Phase Und wir erwarteten nicht, dass noch mehr daraus werden würde, dass sie aus unserem Leben verschwinden würde, dass sie nun wusste, dass wir ihre Verzweiflung nicht nachgaben Aber in den nächsten zwei Jahren lernten wir, wie falsch wir lagen Nach dem Vorfall in unserem Haus im Winter kam Pam nicht mehr zu uns Sie war aber immer noch sehr präsent Jedes Mitglied meiner Familie musste täglich Textnachrichten und Anrufe ertragen Sie reichten von entschuldigend und stabil bis hin zu unglaublich verzweifelt oder empört, fluchend und drohend Ich erinnere mich daran, dass ich nach dem Vorfall mehrere Monate lang mit eingeschaltetem Licht schlafen wollte Weil ich Angst hatte, sie würde über den Zaun unseres Hinterhofs klettern und würde sie an meinem Fenster stehen sehen Mit demselben leeren, verrückten Blick, den sie in jeder Nacht in unserem Vorgarten hatte Schließlich beschlossen wir alle vier, unsere Telefonnummern zu ändern und sie von unseren Geräten und Konten in den sozialen Medien zu sperren Unsere private Telefonnummer hatte sie aber immer noch Pam hinterließ einige der beängstigendsten und eindringlichsten Nachrichten, die ich je gehört hatte Ich weiß noch, wie ich bei meiner Familie in der Küche stand und mein Bruder uns die Nachrichten vorspielte Eine stach besonders hervor Sie zeigte uns, wie labil und potenziell gefährlich sie war Meine Eltern und ich waren im Februar 2015 von einem frühmorgentlichen Hallenfußballspiel zurückgekehrt Mein Bruder bat uns in die Küche, weil wir die neue Verrücktheit hören mussten, die Pam hinterlassen hatte Die erste Nachricht war etwa 30 Sekunden lang und ging um 12.30 Uhr in der Nacht zuvor ein Pam klang leicht verärgert und verlangte, dass wir den Stapel Kekse zurückgeben, den sie vor einigen Jahren zu einer Party zum 4. Juli mitgebracht hatte Weil sie nicht mehr wollte, dass wir sie essen Wir tauschten alle amüsierte Blicke darüber aus, wie lächerlich diese Forderung war Meine Mutter wandte sich belustig zum Gehen, aber mein Bruder hielt sie auf und sagte, das sei nicht das Verrückte daran Mein Bruder spielte die Nachricht vor, die er an diesem Tag um etwa 3 Uhr morgens erhalten hatte Zuerst waren wir verwirrt, denn die ersten 15 Sekunden waren dieses weiße Rauschen, das man hört, wenn ein Gerät die Tonaufnahme eines leeren Zimmers abspielt Aber plötzlich schrie sie mit einer tiefen, animalischen und wütenden Stimme Hört verdammt nochmal auf mit mir zu spielen Ihr werdet schon sehen Und beendete abrupt das Gespräch Wir waren alle sehr erschrocken darüber Ich will die Polizei anrufen, die müssen es wissen Das Mädchen ist nicht ganz dicht und wer weiß, was sie anrichten kann Mein Vater beschloss, dass wir die Polizei verständigen würden, wenn wieder etwas Körperliches passierte, aber dass es nur ein Anruf sei Mein Bruder versicherte mir, dass sie nur redete und nicht wieder auftauchen würde An diesem Punkt stimmte ich mit meiner Mutter überein Ich fühlte mich nicht mehr sicher Ich hatte noch nie mit jemandem zu tun gehabt, der sich so verhielt Ich war ständig in Sorge und wusste nicht, was ich tun sollte, wenn sie wieder auftauchte Ich fühlte mich wie in einem Lifetime-Film, weil ich nicht glaubte, dass so etwas passieren könnte Dass jemand, den ich so persönlich kannte, eine so tief verborgene, gewalttätige und manische Seite verbergen konnte Sie war schon immer da, aber wir haben sie in Bewegung gesetzt Nachdem der Festnetzanschluss abgeschaltet wurde, hörten die persönlichen Anrufe auf Wir hörten selbst nichts von ihr, aber einige der Freunde, die mein Bruder mit Pam teilte kamen zu ihm und sagten, dass Pam ihn sprechen wollte und dass sie sie regelmäßig anrief und seine Telefonnummer verlangte Glücklicherweise gab keiner von ihnen sie heraus Kurz vor dem Sommer verschwand Pam Niemand bekam eine Nachricht, niemand hat sie in der Stadt gesehen Nichts Nichts, bis mein Bruder eine E-Mail von Pams Mutter erhielt, mit der mein Bruder weiterhin gelegentlich sprach Sie teilte meinem Bruder mit, dass Pams Familie sie an die Ostküste verlegt hatte, um sie wegen einer Drogensucht zu behandeln Pams Mutter hatte uns weitere Informationen über den geistigen Zustand ihrer Tochter gegeben Ihre Mutter hatte Pam in der Zeit, in der sie sich auflöste, nicht oft gesehen oder mit ihr gesprochen Weder als sie zu uns kam, noch als sie telefonierte Pams Mutter hatte den Eindruck, dass mein Bruder noch immer in einer gesunden Beziehung zu Pam lebte und erfuhr erst von ihrer Trennung und den darauf folgenden Vorfällen Sie erklärte, dass ihre Tochter schon immer eine Lügnerin gewesen sei Sie erfand Geschichten, die keinen Sinn ergaben, gab anderen die Schuld für Dinge, für die sie bereits erwischt worden war Und bestritt die Wahrheit von Dingen, die bereits erwiesen waren Ich glaube nicht, dass sie jemals dachte, dass irgendetwas, was sie tat, falsch war, selbst wenn es das war Ich verstehe das nicht, weil sie nicht so erzogen wurde Hatte sie meinem Bruder erklärt Pams Probleme waren schon immer vorhanden gewesen Hatten sich aber unter ihrem intelligenten und attraktiven Äußeren gut versteckt Sie hatte uns getäuscht und vielleicht sogar sich selbst Ohne Pam, um die wir uns Sorgen machen mussten, schien unser Leben wieder normal zu verlaufen Ich schaute immer noch ab und zu über meine Schulter Aber ich bereitete mich auf die 11. Klasse vor Mein Bruder begann eine neue Karriere und ging mit einem neuen Mädchen aus Der Tochter einer engen Freundin der Familie, mit der er aufgewachsen war Pam begann aus unseren Köpfen zu verschwinden Eine Zeit lang Als ich und meine Freunde anfing Auto zu fahren, ist mir ein Auto besonders aufgefallen Ich bemerkte es aus dem Augenwinkel einer Ampel oder aus dem Fenster eines Restaurants, als es vorbei fuhr Ich dachte mir nicht viel dabei, aber es fiel mir so gut wie immer auf, wenn ich unterwegs war Am Spazierengehen, beim Autofahren und auch oft mit meinem Bruder Ich verstand nicht, wie oft ich es gesehen hatte, bis es eines Tages Klick machte und ich erschrak Es hat mich erschreckt Ich wies meinen Bruder darauf hin, der zu der Zeit mit mir im Auto saß Er sagte Oh ja, ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen Ich hatte kein gutes Gefühl dabei, aber ich nahm an, dass ich paranoid war Ein paar Monate später war ich bereits in der Schule, hatte einen Job und war zu beschäftigt, um mir Sorgen zu machen Und doch tat ich es Ich war Theaterstudentin und musste mir für ein Stück, in dem ich mitspielte, eine Auszeit nehmen Am Premierenabend war ich so ausgebrannt, dass ich nichts mitbekam, auch wenn es etwas Ungewöhnliches war Meine Familie kam zur Premiere, zur vierten Vorstellung und zur Schlussvorstellung Als ich mit meiner Familie nach der vierten Vorstellung ging, wurde ich wieder in meine angstbesetzte Realität zurückgeholt Das Auto stand auf dem Parkplatz Es war ein paar Reihen vom Auto meiner Eltern entfernt geparkt Ich hatte es noch nie an meiner Schule gesehen und ich wusste, dass es keiner meiner Mitschüler gehörte Was fährt Pam? Fragte ich meinem Bruder Pam? Ich weiss nicht, wieso Dieses blöde Auto, das macht mich wahnsinnig Es ist überall, wo wir sind Ein paar Tage später hatte ich eine Antwort Bei der Abschlussvorstellung meiner Show ging ich in die Lobby des Theaters, um alle zu begrüßen, als wir fertig waren Ich umarmte meine Eltern und meinen Bruder, aber ich bemerkte, dass sie alle verzweifelt aussahen Mein Bruder war sichtlich aufgewühlt und meine Eltern versuchten sich zu unterhalten, so wie sie es tun, um etwas zu vermeiden Was ist passiert? Fragte ich Pam, sie war hier Ich spürte irgendwie, wie mir die Farbe aus dem Gesicht wich Bis dahin hatte ich nicht gewusst, wie sehr mich das, was Pam getan hatte, erschreckt hatte Ist sie weg? Ich weiss es nicht, sagte mein Bruder Mach dir keine Gedanken darüber Ich ging meine Sachen holen und erinnerte mich daran, wie seltsam verletzt ich mich fühlte Dass Pam mich in den letzten zwei Stunden beobachtet hatte, ohne dass ich wusste, dass sie sich in derselben Gegend, geschweige denn im selben Gebäude, befand Ich beschloss, sofort nach Hause zu gehen Wir verließen das Gebäude und da war sie Sie schaute auf ihr Telefon und stand am Eingang eines der Flure vor dem Theater Ich blieb einen Moment stehen, aber wir vier beschlossen, so schnell wie möglich in Richtung Parkplatz zu gehen, in der Hoffnung, sie zu ignorieren und an ihr vorbeizukommen Sie sah anders aus, immer noch dünn, aber sie trug wieder Make-up Aus der Ferne sah sie fast wie die alte Pam aus Aber als wir näher kamen, blickte sie von ihrem Telefon auf und hatte immer noch diesen leeren, animalischen Ausdruck im Gesicht Als sie uns bemerkte, blitzte ein Hauch von Wut in ihrem Gesicht auf Sie sah aus, als wolle sie etwas sagen, aber wir taten alle so, als würden wir sie nicht bemerken und gingen weiter Sie folgte uns dicht auf den Fersen Hey, wartet mal Am Eingang der Schule blieb mein Bruder stehen, als wir weitergingen Ich hörte ihn sagen, du musst damit aufhören Wir gingen zu unserem Auto und sahen den beiden aus der Ferne beim Reden zu Ich wollte in unser Auto steigen und wegfahren Meine Mutter und ich stiegen ein, während mein Vater draußen stand Pam schrie mein Bruder an Er machte sich auf den Weg zu seinem Auto Pam lächelte künstlich Wir wohnten nicht weit von der Schule entfernt, aber ich war aufgewühlt und wollte, dass mein Vater so schnell wie möglich fuhr Jeder Scheinwerfer, den wir sahen, ließ mich erschaudern Ich starrte auf mein Handy und versuchte nicht aus dem Fenster zu sehen Wir erreichten eine Straßeneinmündung in unserer Nachbarschaft Am Stoppschild rechts von uns stand ihr Auto Papa, das ist sie Er fuhr geradeaus und sie bog in die gleiche Richtung ab Sie verfolgt uns Ich war noch nie so in Panik geraten Ruf die Polizei bitte, sagte mein Vater zu meiner Mutter, seine Stimme so ruhig wie immer Ich starrte aus dem Rückfenster und duckte mich tief in meinen Sitz Zu diesem Zeitpunkt weinte ich, als ich zu einer Erkenntnis kam Vier weitere Runden lang sprach meine Mutter mit einer Notrufzentrale, da sie nicht in der Lage war, Straßen genau zu benennen, da sie nicht beleuchtet waren und das Draußenstock dunkel war Ich lag auf dem Rücksitz und hörte zu, wie sich meine Eltern frustriert und sicher auch verängstigt anschrien und mein Vater fluchte, während sie immer näher heranfuhr Das Auto wurde von Licht durchflutet, als sie die Scheinwerfer einschaltete und der Kühlergrill ihres Wagens fast unsere Stoßstange berührte Mein Vater drehte den Spiegel weg, um das Licht nicht in die Augen zu bekommen und beschleunigte den Wagen Schließlich war das Licht verschwunden und ich konnte das Dröhnen ihres Motors hinter uns nicht mehr hören Sie war verschwunden Als wir zehn Minuten später nach Hause kamen, schalteten wir alle Lichter in unserem Haus an Mein Vater durchsuchte alle Schränke und unsere Hinter- und Seitenhöfe, wobei er seine Waffe dabei hatte Sie hat mich verdammt nochmal beobachtet Ich war fast hysterisch in meiner Erkenntnis Seit einem Monat hatte Pam meinen Bruder und mich verfolgt Das Auto zu sehen war kein Zufall gewesen Sie wusste, was wir beide taten Sie kam zu meiner Schulveranstaltung an beiden Abenden, an denen meine Familie da war Sie wusste, wo ich mich aufhielt Sie war einmal durch die ganze Stadt gefolgt Sie war in unserer Nachbarschaft unterwegs gewesen und hatte sich in der Nähe meines Arbeitsplatzes herumgetrieben Plötzlich wurden die Drohungen real Pam hatte keine Angst mehr, Grenzen zu überschreiten, falls sie das jemals getan hatte Wir befanden uns nun mitten in einem ausgewachsenen Albtraum Meine Familie war nicht mehr sicher Sie war fortgegangen, um eine Krankheit zu heilen Kehrte aber zurück, nachdem sie eine andere genährt und gezüchtet hatte Sie war unsere persönliche Terroristin, die die Macht hatte unser tägliches Leben im Alleingang zu zerstören Und sie hatte bereits damit begonnen, genau das zu tun Was wir die Handlung eines schlechten Horrorfilms anmutet Die psychotische Ex-Freundin, die Verwüstung anrichtet Wurde zu unserer Realität Ich kann dir gar nicht sagen, wie schrecklich es ist Von etwas wachgehalten zu werden, das man nicht sehen kann Von dem man aber weiß, dass es existiert und auf einen wartet Wenn man aus dem Bett kommt Ich hätte nie gedacht, dass mich ein menschliches Wesen mehr erschrecken könnte als irgendein schreckliches Monster oder ein Buhmann Diese Dinge existieren nicht Trotz des Schreckens in dieser Nacht war dies erst die Hälfte Und die Dinge würden sich weiter dem Siedepunkt nähern Kapitel 3 Exodus Nachdem wir meinem Bruder erzählt hatten, was Pam in der Nacht nach meinem Auftritt getan hatte begann er schließlich, mir die Einzelheiten seiner Beziehung zu Pam anzuvertrauen Sie war in seinem letzten Schuljahr auf seine Highschool gekommen Sie erregte sofort die Aufmerksamkeit meines Bruders und seiner Freundin da sie schön war und als neue Schülerin als zurückhaltend galt Mein Bruder erinnerte sich jedoch daran, dass seine Freundinnen sagten sie sei aggressiv, wenn es darum ging, Freundschaften zu schließen und erzählte gerne, dass ihre Familie aus einer wohlhabenden Gemeinde in Texas ihr hergezogen war Viele seiner Freunde hatten auch seltsame Schwingungen von ihr bekommen und sie sofort als seltsames, versnobbtes Mädchen abgestempelt Mein Bruder traf sie ein paar Jahre später wieder als sie in die Firma kam, in der er damals arbeitete und sagte, dass sie viel reifer geworden sei Er nahm sie zu einem Date mit und fast sofort wollte sie ihre Beziehung offiziell machen Er fand das ein bisschen dreist, zögerte aber nicht weil sie mit ihrer eleganten Art zu sprechen ihren freundlichen Worten und ihrem hübschen Gesicht beeindruckte Doch schon nach wenigen Wochen ihrer Beziehung bemerkte er die ersten Anzeichen Pam war sehr unsicher Sie fragte meinen Bruder ständig, ob er noch Gefühle für sie habe ob er ihr böse sei und ob er sie attraktiv genug finde Mit der Zeit nahm diese Unsicherheit eine andere Form an Pam schickte meinem Bruder mitten am Tag unaufgefordert Nacktfotos von sich verbunden mit der Frage, ob ihm ihr Körper noch gefalle Wenn mein Bruder sie in ihren Gesprächen eine Zeit lang nicht schön nannte oder ihr sagte, wie gut sie aussah wies Pam ihn darauf hin Wenn er in irgendeiner Weise protestierte wurde sie emotional und behauptete er würde sie nicht mehr lieben Dieses Verhalten beruhigte sich bis zum Ende des zweiten Jahres ihrer Beziehung Zu diesem Zeitpunkt wurde der Narzissmus offensichtlich Pam sprach oft abfällig über die früheren Freundinnen meines Bruders und prallte damit, wie viel attraktiver sie sei als diese Pam weigerte sich an mehreren Veranstaltungen teilzunehmen, zu denen mein Bruder sie einlud zum Beispiel mein Geburtstagsessen oder die Beerdigung unserer Tante weil sie niemanden kennen würde und niemanden hätte, mit dem sie reden könnte Außerdem bezeichnete sie sich selbst gerne als Prinzessin und wollte ständig umsorgt werden Sie stritt sich oft mit meinem Bruder, wenn er ohne sie Zeit mit seinen Freunden verbrachte weil sie nicht verstand, warum er mit jemand anderem als ihr zusammen sein wollte Sie war zu 100% davon überzeugt, dass sie eines Tages eine Berühmtheit seien und meinen Bruder heiraten würde Doch immer wenn mein Bruder andeutete, die Beziehung beenden zu wollen, wurde Pam wütend und versprach, sich umzubringen Mein Bruder war gefangen in der Angst, dass sie sich etwas antun könnte Er dachte, dass er nur blöfte und nichts tun würde Aber eines Tages entdeckte er mehrere Dosen mit verschreibungspflichtigen Pillen in Pams Wohnung Er fragte sie danach und sie erzählte ihm, dass es sich um Antidepressiva handelte, die ihr nach dem Tod ihres Bruders verschrieben worden waren Eines Bruders, von dem er später erfuhr, dass er nie existiert hatte Schließlich begann Pam wütend zu werden, wenn mein Bruder ohne sie Zeit mit seiner Familie verbringen wollte Er erzählte mir auch, dass Pam diese Wut oft auf mich richtete Einmal bezeichnete sie mich als Schlampe und machte Bemerkungen und Theorien darüber dass meine Mutter eine Affäre gehabt haben musste, deren Produkt ich war, weil ich so hässlich war und mein Bruder nicht sodass mein Bruder beschloss, dass es an der Zeit war, die Beziehung zu beenden, egal wie Diese Information beunruhigte mich, denn alle ihre Handlungen danach schienen abscheulich, böswillig und noch psychotischer zu sein, als sie es damals gewesen waren Aber in den letzten anderthalb Jahren, die wir mit Pam verbracht haben, konnte psychotisch nicht annähernd erklären, was sie uns angetan hat In den Wochen nach dem Vorfall im Auto schlief ich kaum Mein Bruder, der am anderen Ende der Stadt wohnte, besuchte uns und rief immer öfter an Ich vermutete, dass er sich genauso unwohl fühlte wie ich In den Nächten, in denen ich schlief, hatte ich oft schweißtreibende Albträume von Mädchen mit Äxten oder von Frauen in Gewändern, die am Fußende meines Bettes oder an meinem Fenster standen Eines Nachts, Anfang Dezember 2015, war es regnerisch und besonders windig Ich wollte die kalte Luft hereinlassen und dachte, dass das Geräusch des Regens mir beim Einschlafen helfen würde Also öffnete ich das Fenster nur so weit, dass es den zweiten Riegel erreichen konnte Ich legte auch das Stück Holz, das mein Vater zur Sicherheit zugeschnitten hatte, hinter das Fenster Ich drehte mich um und schaute auf die Wand gegenüber meinem Fenster Nicht einmal eine Sekunde später wurde mein Zimmer von einer Welle weißen Lichts erhellt Ich schoss im Bett hoch Einen Moment lang war ich vor Schreck wie gelähmt Jedes meiner Glieder fühlte sich an, als würde es schweben, während ich versuchte, mir einen Reim auf das Geschehene zu machen Dann wurden ich selbst und jeder Gegenstand in meinem Zimmer zu einer schwarzen Silhouette, als ein weiterer Blitz den Raum erfüllte Ich warf die Decken von mir und rannte so schnell ich konnte den Flur entlang Ich habe so laut geschrien, dass ich mich selbst überrascht habe Ich stieß mit meinem Vater zusammen, als er seine Schlafzimmertür aufstieß Er war in Panik und hielt mich an den Schultern in der Tür zu ihrem Schlafzimmer fest und schrie mich an Ich solle ihm sagen, was los sei Niemand hat durch mein Fenster Fotos von mir gemacht Das Dach und das Haus wurden durchsucht, aber sie fanden natürlich nichts und niemanden Mein Bruder adoptierte Ike im Januar 2016 Ike war ein zwei Monate alter Retriever mit einem goldenen Auge und einem grünen Auge Er hatte eine sehr ausgeprägte weiße Markierung auf der Brust, die wie eine Sanduhr aussah Ike war die Liebe des Lebens meines Bruders, abgesehen von seiner jetzigen Verlobten Cara Etwa einen Monat, nachdem wir ihn nach Hause gebracht hatten und ihn vor ein paar Minuten allein in den Garten gelassen hatten Erzählte uns Cara, dass Ike aus dem Garten geflohen war Sie geriet in Panik und rannte durch die Nachbarschaft, um ihn zu suchen Sie stieg in ihr Auto, rief mich aufgeregt an und fuhr um den Block, um ihn zu suchen Sie holte mich ab und ich half ihr, in dem Bachgebiet hinter dem Haus meines Bruders zu suchen Wir konnten ihn nicht finden Als wir jedoch zum Haus meines Bruders zurückkehrten, saß Ike auf der Veranda Wir waren erleichtert, denn er war unverletzt und schien so fröhlich wie immer zu sein, obwohl sein Halsband fehlte Ich half Cara, den Garten nach Möglichkeiten zu durchsuchen, wie er hätte entkommen können Wir kamen beide zu dem Schluss, dass er durch eine kleine Lücke im Gartentor auf der Seite des Gartens geschlüpft sein musste Ich war verwirrt, weil er kein Gras oder Kletten in seinem Fell hatte Wir dachten uns nichts dabei Ein paar Wochen später machten mein Bruder und Cara einen Wochenendausflug mit Freunden und ich bot ihn an, auf Ike aufzupassen Sie brachten ihn am Freitag vor dem dreitägigen Wochenende vorbei Ike spielte gerne mit unserem älteren Labrador Death In der zweiten Nacht, in der er bei uns war, war ich mit Freunden unterwegs und mein Vater hatte die beiden Hunde gegen 20 Uhr in den Garten gelassen Er saß in seinem Sessel im Wohnzimmer und sah sich mit meiner Mutter eine Sendung an Er rief nach Ike, aber er kam nicht Mein Vater ging hinaus und sah sich in den Büschen um, fand ihn aber immer noch nicht Er wurde besorgt und eilte ins Haus, um Licht zu machen Meine Mutter schloss sich ihm an und beide suchten den großen Hof ab, fanden ihn aber nicht Ich hoffte, dass er in dieser Nacht zurückkehren würde, wie beim letzten Mal, aber das tat er nicht Mein Bruder war untröstlich Ich half ihm bei der Erstellung von Flugblättern, die er an unserer und seiner Nachbarschaft aufhängen wollte Ein paar Wochen vergingen und wir hörten nichts Mein Vater war Mitte Februar mit Gartenarbeit beschäftigt Nach ein paar Stunden kam er herein und legte etwas auf den Küchentisch Was ist das? Ich zog die Stirn in Falten, als ich es sah Das ist Ikes Halsband, es lag im Vorgarten, ich hätte es fast mit dem Rasenmäher überfahren Du musstest deinem Bruder bringen Es war das Halsband von Ike Sein erstes Halsband Nicht das, das er in der Nacht getragen hatte, als er aus unserem Garten verschwand Es war sein Welpenhalsband, das er an dem Tag verloren hatte, als er bei meinem Bruder aus dem Garten kam Da hat es Klick gemacht Jemand hatte den Hund meines Bruders nicht nur einmal, sondern zweimal gestohlen Ich erzählte meinem Bruder, Kara und meinen Eltern meine Theorie und es fiel ihm nicht schwer, sie zu verstehen Es musste mit allem anderen zusammenhängen Gerade als wir dachten, sie sei aus unserem Leben verschwunden Doch nur wenige Wochen später, im April 2016, sollten neue Entwicklungen dem Ganzen ein Ende setzen Während Kara ein Schaufensterbummel im Stadtzentrum machte, bemerkten sie und ihre Mutter ein Auto, das auf der Straße parkte Ein Auto, in dem ein Welpe saß Da es draußen etwas warm war, ging sie zum Fenster und warfen einen Blick auf das Tier Kara erkannte ihn sofort an seinen Augen und der Markierung auf seiner Brust Sie rief die Polizei an, rief meinen Bruder an und setzte sich auf den hinteren Kofferraum des Autos Die Polizei traf ein, als der Besitzer des Wagens zu ihm zurückkam Das Mädchen war durch die Anwesenheit der Polizei und Caras wütende Anschuldigung sofort aufgebracht Das Mädchen war nicht Pam und sie wurde eher hilfsbereit Das Mädchen sagte, dass sie den Hund erst vor ein paar Tagen über eine Online-Entzeige gekauft hatte Sie erzählte der Polizei, dass das Mädchen, von dem sie den Hund gekauft hatte, super zwielichtig war und den Hund unbedingt loswerden wollte Das Mädchen, das sie den Hund verkauft hatte, behauptete, dass sie den blöden Hund nicht wollte Er war ein Geschenk ihres Freundes, aber es war die falsche Rasse Pam hatte schon immer kleine Hunde gemocht Sie erzählte der Polizei, dass sie sich mit dem Mädchen zum Kauf des Hundes in einem Apartmentkomplex getroffen hatte der nur wenige Minuten von ihrem Wohnort entfernt lag Nachdem Cara die Polizei über unsere Situation informiert hatte fand die Polizei anhand von Pams Namen heraus, dass sie tatsächlich mit zwei Mitbewohnern im Wohnkomplex lebte Sie befragten Pams Mitbewohnerinnen am nächsten Tag, aber Pam war nicht da Sie sagten den Ermittlern, dass sie Pam fast nie sahen ihr Zimmer immer verschlossen war und sie immer weg war Sie hatte keinen Job, obwohl sie behauptete, einen zu haben und ihre Mutter war oft da, um nach ihr zu sehen und ihnen die Miete vorbeizubringen Wenn sie jedoch mit ihr sprachen, sprach sie viel über ihre frühere Beziehung und schwankte zwischen der Aussage, wie sehr sie ihn und seine Familie liebte und der Aussage, dass sie alle den Tod verdient hätten und in die Hölle kommen würden Mit den Informationen, die das Mädchen, das Ike gekauft hatte und Pams Mitbewohnerin lieferten hatte die Polizei schließlich genügend Beweise, um Pams Wohnung zu durchsuchen Ich weiß nicht viel darüber, was sie gefunden haben, aber was ich weiß, hat meine Familie um mich entsetzt Auf Pams Computer fanden sie hunderte von Fotos von meinem Bruder, meinen Eltern, Cara und mir Unsere Autos, unsere Häuser, meine Schule, die Schule meines Bruders, von Ike Bilder, die nachts durch unsere Fenster aufgenommen wurden Bilder von uns beim Schlafen, Fotos aus unseren sozialen Medien, von Urlauben Das Bild vom Heiratsantrag meines Bruders an Cara Die hatte sich sogar in einige von ihnen gefotoshopt Sie hatte immer noch Bilder von ihr und meinem Bruder und ihr mit meiner Familie in ihrem Zimmer hängen Sie hatte Ike wochenlang in ihrem Schrank auf einem Handtuch und mit nur Wasser und wenig Nahrung gehalten In ihrem Suchverlauf fand man alles, von Vergewaltigungsfantasien und anderen Gewaltpornografien bis hin zu Waffenforschung Die Polizei hatte nun genügend Beweise, um Pam endlich zu verhaften Also an Pam, lass uns nie wieder treffen Alles Glocken Building Les Glocken